Oma, mach mal ne Wette. Lass mal ne Wette kurz machen, ob das Spiel crasht oder nicht. Die erste Wette des Tages. Crasht das Spiel oder crasht es nicht, wenn ich einlock? Check. Notification, Gang. Check. We lit. Ich hab nämlich mitbekommen gestern wieder. Ihr seid alle gambelsüchtig. Sweet Toad, Madabama. Cool, die sind eigentlich alle gleich aus. Komm, geb ich euch noch zwei, drei Minuten zum Voten. Verdient euch jetzt eure Punkte und werdet Teil der Premium-Mitgliedschaft. Curly-San-Kusch. Los, Schwester Kusch, gamble. Crasht das Spiel oder nicht? Hast du toll gemacht, jetzt ist mir der Nachbar gegen das Auto gefahren. Lüge! Warte, ich guck mal. Boah, da sagen aber viele nein. Seid ihr euch da sicher? Seid ihr euch da wirklich sicher, dass das Spiel nicht crashen wird? Was glaubst du, Sven? Ronaldinho, danke für den Prime im sechsten. Live zu gucken macht am meisten Spaß, aber VOD von Homeoffice geht auch ganz gut. Huckelu. Dankeschön. Ja, deshalb lasse ich die VODs ja nur an. Seid ihr euch ganz sicher, dass das Spiel nicht crashen wird? Ist nur ein Kratzer. Spuck ein bisschen drauf und mach weg. Mit Handtuch. Nein, nein, ich mach kein alter Vier. Ich loge ein, ihr werdet das ja sehen. Ich bin ja live on Twitch. Twitch Prime ist übrigens kostenlos. Ich bin seit einer Minute erst im Locken zu gehen. Das hat aber nichts zu heißen. Nein, ich meine direkt beim Einloggen. Wenn ich jetzt einlogge, ob das Spiel crasht, nicht heute den ganzen Tag, dann wird es auf jeden Fall mal crashen. Warum sehe ich die Umfrage jetzt nicht mehr? Oma, du gibst Go, wenn ich einloggen muss. Weil sie Ende ist. Ist es schon Ende? Ali, Aleikum Selam, Abibi, JPEG, Dankeschön für den Prime im 30. Monat. Kostenlos. Danke. Nein, hab ich nicht sein. Ich warte auf Oma, ihr Go. Abstimmungshand, okay. Eins, zwei, drei. Ich mach nix. Ich hab meine... Hier. Oh, oh, oh. Ui. Nix passiert. Habt ihr Glück gehabt? Wo ist denn das Auto? Ich dachte wirklich, das crasht. Haha, an jenen, die verloren haben. Haha. Ukuluk. Danke. 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 Ist Türchen schon unterwegs? Mein Gott! Ich glaube, unser Auto wird geklaut. Ausbeckschnüchen nicht schon wieder. Aber es ist weg. Und hier liegen Glaufscherben. Das war der Mörderbestand. Nein, ich habe das Auto. Ach ja? Und jetzt stehe ich hier und muss zu Fuß laufen. Ach nein, ich komme schon. Wenn dir das zu anstrengend ist, dann lass es sein. Ruf ich mir ein Taxi. Sag mal, willst du jetzt rumzicken oder was? Nein, ich zicke nicht rum, du zicke. Ja, natürlich nicht. Weißt du was, dann hätte ich auch meine Schwester heiraten können. Warum denn deine Schwester? Weil die genauso eine Zicke ist. Ach ja? Ja, jetzt komm mal runter. Nee, ich bin schon unten an der Straße. Ach nee. Ja, du hast dir heute ein tolles Hemd angezogen. Ja, das rote. Ja, da ist ein Gumm. Oh, warst du beim Friseur? Ja, richtig. Warst du was einkaufen? Gib deinem Pudding-Teilchen erst mal einen Knutscher. Aber du bist Pudding. Oh mein Gott. Twicky. Oh mein Gott. Twicky. Oh mein Gott. Twicky. Jetzt bin ich dran. Heute wird ruhig. Machst du einkaufen? Schon für die neue Küche? Ja, wie? Das machst du. Wie denn ohne Auto? Ja, das sind keine andere Bude. Bist du eingeschlafen bei Wahn? Nein. Erst mal Handy checken. Boah, ich bin gerade jetzt aufgestanden. Welches Datum haben wir denn heute? Ähm, den 29. Oh mein Gott. Alles gut, alles gut. Geht nicht dran. Oh mein Gott. Was machst du? Was ist denn hier los? Wetzel-News. Weezy-News. Wie geht's dir? Ja, das ist die Zeitung. Was? Ich habe gefragt, wie es dir geht. Ja, super. Na, und dir? Ja, oh gut. Hast du gut geschlafen im neuen Haus? Ach du, ne. Also so ein Bett hat mir schon gefehlt. Na, ich spüre das ganz schön im Nacken. Ja, sag mir das mal. Ich muss doch vor der Tür hinter der Tür pennen, sonst kommt Einbrecher. Ja. Fährst du nicht? Ja. Wie, wo fahre ich hin zum Baumarkt? Ach ja. Ach, wir müssen ja Möbel einkaufen. Ach, mein Gott. Aber die lassen wir liefern, oder? Ja, natürlich. Was soll ich machen? Fingerkrumm. Nee. Du hast noch nie einen Fingerkrumm gemacht. Ja, eben. Deine Haare sind schon wieder nachgewachsen. Ach, das geht immer so schnell bei dir. Na, da komme ich echt mir her. Sei bloß vorsichtig. Du hast fast einen überfahren. Och, selbst schuld. Okay. Aber es laufen die Leute auch einfach über die Straße. Ich habe nicht gut geschlafen. Ja, wie? Oh, mein Gott. Das ist doch alles gut, Mann. Fahr dich runter jetzt. Unfall. Mach Fotos. Der Pinkel, bitte helfen Sie mir. Meine Frau, belästigt mich auch immer. Was ist hier los? Unfall? Nein. Oh, oh, der Sheriff. Sheriff, hier ist ein Unfall. Nein. Ist es nicht. Ist es ein Unfall? Hören Sie auf, mich zu fotografieren. Das ist dünn. Fotografieren Sie gar nicht. Und ob wir das dürfen. Das dürfen Sie nicht. Doch, darf ich. Wir sind hier nicht in Deutschland. Dieter Fischer hat gesagt, ich darf Polizeieinsätze fotografieren. Einmal weiter zu fahren. Okay. Wir dürfen Sie nicht. Das dürfen Sie nicht. Das dürfen Sie nicht. Wir bitten Sie. Los, wir gehen zurück auf Tube. Das machen wir noch zwei Fotos. Och, nee. Da gucken die einen, die da ist. Hier ist der Schuldige bestimmt. Was für ein Wichser. Ich glaube, der verfolgt uns. Och, nee. Schon wieder. Schon wieder ein Mölder. Oh, nein. Eine Ferse. Oh, heute ungebraucht werden gar kein Wort. Du darfst nicht überholen. Was sollen wir heute mal nach dem Auto gucken, Twinkie? Ja, weißt du, woher das herbekommen hast? Hör dich mal gefragt. Was machst du da? Ich muss hier alles auch richtig hinpacken, sonst kriege ich keinen Raum zu greifen. Du hast wohl nicht die Leitplacke getraten. Was musst du richten? Ja, alles hier. Damit ich einen besseren Griff überall hin habe. Weißt du, da muss das eine bisschen von dem Körper noch sein. Mach das doch mal nach dem Aufstehenden Schlüpper richten. Oder zieh keinen an. Aber beim Autofahren erinnert sich das ja alles. Ja. Und wenn ich zum Tog, da muss ich meine Hose. so aussehen muss, dann habe ich keinen Schlüpper. Ja, und? Schämst du dich? Nee. Du hast so einen Pränkel. Dann kommst du wieder und sagst, ja, jetzt zeigst du denen allen hier deinen Poppels und so. Ja, ja. Ach du, ich bin ja nicht eifersüchtig. Bist du nicht? Nö. Du darfst das nur nicht extra machen. Ja, warum mache ich das denn extra? Wenn du das für deine berufliche Karriere machst, wie beim Chef letztes Mal, ist das in Ordnung. Das ist ja gut, oder? Also, kann man schon so sagen. Sie können alle das Geschenk betrachten. Ich bin derjenige, der es am Ende auspackt, wegen Schleifchen. Ja. Ich bin ja auch eine Hure. Also, bevor wir uns kennengelernt haben, war ich eine. Ja, das stimmt. Ich habe mich durchs halbe Dorf gebumpft. Ja, das ist... Eineinhalb Frauen. Ja. Aber meine Brüder hat es nie verraten. Aber dir kann ich es erzählen, du bist ja meine Frau. Ja, ich... Können wir über diese halbe Frau reden? Was? Können wir über die halbe Frau reden? Ja. Was soll ich dir sagen? War sie nicht fertig? Hing da unten noch was? Ich weiß ja nicht. Ich habe die beim Kirmesboxen kennengelernt. Ronald... Er hat so eine Dauerwelle. Ach so. Ronald. Boah, das sieht aber auch schon scharf aus, ne? Mit deinem Schlüpper. Ja, ne? Oh, das ist echt müde. Das kannst du dir später noch ganz genau angucken. Ja, ich habe den Entrance fotografiert. Das ist ganz schön gemein. Komm, ich halte die Tür auf. Absoluter Gentleman holt er. Also, davon können wir gleich alles mitnehmen. Nimmst du mir auch eine Cola mit da? Die 5 Liter Dings? Ja, klar. Hier will ich auch ein bisschen was. Wir brauchen doch noch Mayonnaise. Oh, ja, stimmt. Soll ich den Alkohlswagen holen? Ja, ja, mach mal bitte. Okay. 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 Wie im echten Leben. Absolut cringe. Mädchen, schau mal. Ja. Das wäre doch ein Träumchen für den Garten. Ist das keine Couch-Garnitur? Nee, das ist so. Außen-Garnitur für den Garten. Tu im Einkaufsland, Nicola. Ja, okay. Was ist denn mit Ketchup? Brauchen wir Ketchup? Oh, wer braucht schon Ketchup? Ich will lieber die Mayo. Sind das Nudis? Oder Fische-Pins? Ja, das ist einmal Big Cheese. Können wir Big Cheese mitnehmen? Ja, klar. Nimm mal so ein... Was ist denn dir los? Warum schreist du mich sofort an? Jetzt sei nicht so, okay? Sei du nicht so. Hast du noch was? Was mit Ketchup? Oh, wenn du unbedingt Ketchup willst... Ja, du isst auch voll gerne Ketchup. Oh, ich löffel aber lieber die Mayo. Ja, dann nimm zwei Mayonnaise mit. Ja, okay. Oh, okay. Okay. Jetzt musst du jetzt auch noch Ketchup fotografieren. Nimm mir. Ja, lass mal Probe sitzen. Sieht schon schick aus, ne? Ja, sieht sehr schick aus. Aber das ist zu eng hier. Ja, stellen wir einfach ein bisschen weiter auseinander. Oh, ja, das ist bequem. Ja? Ja, das ist wirklich toll. Ach, ja. Ja, siehst du, da passt du auch auf. Ja, das ist dein Sessel und das hier wird dann meiner. Bist du sicher, er sieht schon ziemlich klein aus? Du siehst klein aus. Gosta Quanta hier? Ja, weiß nicht. Ja, hoffentlich. Ja, aber es ist kein Krachertisch, ist wohl hässlich. Ja, mein Gott. Ja, was kostet der Spaß? Ja, ich weiß nicht. Müssen wir mal fragen. Oh, guck dir die Blümchen an. Die werden bei uns sterben, Twinkie. Oh, Quatsch. Na klar. Das ist doch bestimmt keine echte, oder? Mann, die haben ja auch nirgendwo Preisschilder. Das ist eine Kaktusfeige. Doch, da ist doch ein Preisschild. Was ist das hier? 250 Dollar. Mann, das sind schon schöne Blümchen. Das ist eine Pflanze. Oh, dann guck mal, da hinten ist ein Krill. Was ist jetzt mit den Pflanzen? Ja, wer braucht Pflanzen, wenn man einen Krill hat? Ja, gerade hat sie sich immer noch gefreut. Boah, der sieht doch schon ganz schick aus, oder? So ein Gasgrill, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich bin gegen die Barbarbar. Mit was kannst du am besten? Ich kann gut grillen. Ja, ja, aber womit würdest du dich am Wurzeln für ein Speckschnütchen nicht mal ein Krill? Ist jetzt deine Sache, oder? Warte, wir müssen den Schatten rosten. Mal gucken, ja. Ja. Oh, der ist echt gut. Hier gibt's links und rechts Ablage. Das ist wirklich praktisch. Der kostet aber 700 Dollar. 700? Guck mal, hier ist auch links und rechts was. Ja, aber der ist aus so einem Edelstahl. Das rostet voll schnell. Ja, okay. Ja, dann müssen wir halt einmal in den sauren Apfel beißen, ne? Außerdem kostet der 1500 Dollar. Der ist viel billiger. Ja, okay. Oder wir nehmen hier so einen Assi-Toaster. Einen Assi-Toaster, da kannst du ja nichts hinstellen. Da passt ein Steak drauf. Ja. Nee, komm, da brauchen wir schon was Größeres. Sonst müssen wir ja getrennt essen. Ja, dann schreib auf. Oder ich schreib auf. Ja, mach du. Welche Nummer hat der Grill? Grill hatte. Tu mal den im Garten oder im Wohnzimmer. 74. 74, okay. Im Garten, würde ich sagen. Was denn hier mit so einer Liege? Damit du dich sonnen kannst. Ja, da gefällt mir ja. Die gefallen mir schon, ne? Welche? Da würde ich ja die hier nehmen, weil die passt ja auch zu den anderen Gartenmöbeln dann. Ja, dann mach mal Probeliegen. Ja, okay. So. Okay. Du sollst dich hinlegen. Das ist... Wirst du kein Foto machen? Du grobmotoriker. Ja, komm. Hallo, Heidi. Ja, das ist doch perfekt. Oh mein Gott. Die Min von Moria. Ist bequem. Ja, super. Ist bequem. Die ist irgendwie kaputt gegangen. Ja, siehst du. Nicht von guter Qualität. Ja, aber mir gefällt die eben. Guck mal, die würde so gut zu den anderen passen. Ja, aber dann nehmen wir nicht die. Ja, okay. Die sollen die neu bestellen. Ja. Wirst du nur machen, Heidi? Das ist... Liegestuhl, ne? Ja. 37. Okay. Kost da quanta? Oh. 74 Dollar. Ja, geht doch noch. Ja. Wie viele brauchen wir denn davon? Schon zwei, ne? Ja, ja, würde ich schon sagen. Also zwei, Mama, die Stühle. Okay. Hab ich. Okay. Wird es ein Flämmchen? Ein Flämmchen? Oh ja, ich finde die hier vorne ja wirklich schön. Ja, die passen auch zu der Garnitur da vorne. Ja. Ja, dann welche Nummer haben die? Oh. 101. Einmal, ne? Ja, einmal. Was kostet der? 250 Dollar. So, die hier noch. Das ist die Garnitur. 719 ist die Nummer. Das ist teuer, ne? Ja. 2500 Dollar. Das geht schon. Mein Gott. Wir wollen es ja schön haben. Denk mal an den Einkaufswagen steht da noch. Lass mal einen Schlager hinten. Ja. Was mit Blumenkübel? Oder willst du ein Brett? Das ist gleich ein Brett. Was hier mit so einem Rohr? Da kann der Pinsel durchlaufen wie so ein Hamster. Ja, das wird ihn auf jeden Fall ein bisschen beschäftigen. Aber wohin damit? Ins Wasser. Oh. Boah, aus Europaletten können wir uns ein Bett basteln, ne? Oh ja, ich finde die ja schick, ne? Oh, guck mal, die haben Erdbeeren im Angebot. Den ganzen Tupf. Oh. Was ist das? Na. Verhalten leiser. Das ist Dünger. Dünger, das ist super. Da können wir auch was mitnehmen. Auch? Ein, ein Bottich? Ja, würde ich sagen. Die können wir dann auch auswaschen und Mayonnaise reintun. Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung, Einkaufswagen kurz. Ja, bitte. Mach Platz. Oh, gib Ruhe. Oh. Oh. Ja, ja. Was wär so endlos geil, wenn ich wirklich in den Supermarkt gehen würde, wo man zu Hause in den Kühlschrank hätte. Wo man kochen kann. Ja, tu rein, so ein Bottich hier. Und schieb du den mal. Du bist die Frau. Ja, toll. Ich krieg das nicht hoch. Boah, Alter. Das ist richtig Schreckling. Oh, Gott. Du schiebst den. Also. Okay. Ja, mein Homestead hatte das. Gibt's hier noch was? Ja, gut. Ja, ich weiß nicht. Das ist der mit so einer Mysterybox da oben. Da weiß man nie, was man bekommt. Keine Ahnung. Was, wenn da ein Krokodil drin ist oder so. Das ist doch nicht. Wir haben für andere Möbel noch vorne ein Dings. So ein Magazin. Ja, okay. Muss man durchblättern. Ja, dann komm. Ja, schieb den Einkaufswagen. Ja, mach ich doch. Ja, mach auch, was ich dir sag, Frau. Mach, was ich dir sag. Ja, steckt langer Wind. Damit das schon mal klar ist. Damit gar nichts klar ist. Doch, jetzt ist es klar. Wer zahlt für deine Friseurbesuche. Du gibst jetzt Ruhe. Du gibst jetzt Ruhe. Ich zahl ganz alleine. Ich hab einen Job. Ich hab auch einen Job. Was hast du geguckt im Fernsehen, dass du jetzt so frech bist, oder? Ja, und? Also wirklich, so nicht. Das ist ein Mönch-Magazin gelesen. Ja. Ich muss dich. Ich muss dich gleich wieder deabonnieren. Nee, mach ich nicht. Doch, genauso wie diesen DaVinci. Nee, mach ich nicht. Der macht super Videos. So, hier kannst du durch den Kettel hochblättern. Du, Knallkopf, du. Außerdem ist der Zauberer. War denn die Tennisspieler? Weiß ich nicht. Bist du Dummkopf. So, warte. Okay. Schau mal, schau mal. Ja, ich guck doch. Und dieser Schrank hier ist doch schön. Mit dem Bett. Zieh mal. Ja. Ist das ein Photon-Bag? Das sind 2 x 2 Meter. Wasserbett. Das ist doch großartig für uns. Das ist doch großartig für uns. Ja, toll. Dann müssen wir wieder selbst anfertigen lassen. Was denn mit Wasserbett wieder? Wasserbett, ich weiß es nicht. Das geht manchmal so auf den Rücken. Da musst du echt ein gutes haben. Dann mach da ein Häkchen dran. Ja, okay. Kostet Quanta? 3.000 alles. Zoll ich ja nur. Dann mach mal bei der 74, bei der 37 zweimal ein Häkchen rein. Bei der 101 für die Pflanze noch. Ja. Und bei der 719 für die Couch-Garnitur da für den Garten. Ja, okay. Müssen wir das hier bestellen. Okay, super. Was ist mit? Ich brauch einen Schreibtisch. Ich will Schriftsteller werden. Was soll das denn? Lass mich doch meinen Traum leben. Ja, ja. Nee, ja, ja. Ich mach Science Fiction. Ja, ja. Das ist großartig. Alien-Pornos mach ich hier. Ja, ich hebe nur seine Sohne. Mein erstes Buch wird Tentakel Fuck 3 heißen. Ich hab schon das Intro geschrieben. Krabbe und die Boys. Ist das nicht von Pokémon? Kann ich den Schreibtisch da haben? Den hier? Ja. Den aus Elfenholz. Aus Elbenholz. Ja, okay. Das lässt sich nicht gut machen. Mit einer Strähne von Gandalf, deinem Haar. Ja, ja. Ich brauch aber noch einen Schreibtisch Stuhl. Oh Gott. Also ohne Lehnen. Also Armlehnen, ne? Lehm mit. Ja, wie? Kannst du euch meinen Arme denn drauf tun? Ja, wo willst du denn nochmal so einen guten Stuhl herbekommen, wie den, den wir hatten? Weiß nicht, der sieht doch hier gut aus. Kann man so in der Mitte so ein Ding drauf schauen, um sich hinzusetzen, damit man nicht runterfällt. Oh, Blätter um, Blätter um. Das ist die falsche Beteilung. Wollte schon sagen, was sind das denn hier für Kinder schaukeln? Warum ist da ein Vampir auf dem Bild? Guck mal, der hier, der sieht doch gut aus. Ja, ich will den von Hermann Müller. Für 2000 Dollar. Ich hab viel Geld. Muss ich wohl irgendwann mal nach Spenden betteln. Ja, das schaffst du schon. Das kannst du sonst auch gut. Tu ich gar nicht. Hab ich noch nie, werd ich nie. Ja, okay, hab ich. Okay. Fernsehen und so haben wir noch aus der alten Wohnung, ne? Ja, ja. Unseren 3800 Zoll Fernsehen. Full HD. Eine Küche brauchen wir noch. 17K? Eine Küche? Ja. Ich hab hier keine Küche, ich hab nicht geguckt. Ich hab jetzt auch nie geguckt. Ich will mich gerne kochen. Das schau ich mich nie so an. Ja, als ob ich dich in der Küche gesehen habe. Ja, wie? Wer macht denn sonst das Essen? Du? Per Telefon. Ja, genau. Per Telefon. Ja, ja. Komm. Ganz ehrlich, jetzt hab ich gleich schon keine Lust mehr. Wir haben eine ganze Wohnwand aus Asiakartons gebastelt. Ich will eine dunkle Küche hier. Ja, mit einer Kochinsel. Ja. Ja, teuer. Ich würd schön haben. Die hier, 11.000 Dollar. Ja, nehmen wir. Du willst eine Küche für 11.000 Dollar. Ja, die sieht doch schön aus. Ja, klar ist die schön, aber die wird nie benutzt. Ja, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann wird sie natürlich nicht benutzt. Ach so, musst du dich also wohlfühlen? Ja. Ja. 11.000 Dollar ist viel Geld, Cranky. Ja, das kriegst du schon hin. Warum soll ich das hinkriegen? Oder sogar mit Aufbau. 50 Dollar mehr. Mein Gott, kackst du dich jetzt wegen die 50 Dollar ein? Nein, aber wir wollten heute noch nach dem Neuwahn gucken. Weil unser alter Neuwahn ist nicht mehr neu. Der ist alt und zerbeult und kaputt. Und frag dich mal, warum. Ja, dann frag den Juri, was der, ob der noch irgendwie vielleicht eine Küche irgendwo, eine dunkle hat. Eine dunklere Küche? Ja, ich will eine dunkle Küche. Willst du da weiter da hinstellen? Dunkler geht nicht mehr. Ja, mit Aufbau sogar 50 Dollar. Lieferung inklusive. Ja, super. So, Küche haben wir. Esstisch und so haben wir noch drüben. Fernsehen. Meine ganzen Playstation-Spieler. Wir brauchen Sofa. Sofa. Was ist mit dem hier? Schlangenleder? Hä? Napaskindleder ist besser. Oh, ne, komm. Schau mal, die hier. Aber die ist aus Stoff. Ja, und? Ja, du weißt doch, wenn wir knicki knacki machen, schwitz deinen Arsch. Das ist nicht gut, stinkt die wieder. Ja, aber dann machen wir das alles nicht auf dem Sofa. Ja, aber aus Leder. Aus Leder. Schönes Leder. Vor allem echtes. Ja, die hier. Ne, die ist scheiße. Ja, dann guck du. Nein, du. Ne. Ja, wir gucken zusammen. Weil ich gucke, dann ist das scheiße. Wir müssen zusammen gucken. Wir brauchen auf jeden Fall so eine riesengroße Couch. Ja. Ja. Ich will mich auch mal breit machen können. Was? Nichts, nichts. Alles gut für dich. Was? Guck mal, das hier ist so eine Eccouch. Die sieht super aus. Echt Leder. Ja, willst du den Sessel dabei haben? Was? Willst du den Sessel dabei haben? Ja, klar. Ja, okay. Das sind sogar fünf Kuscheldenken inklusive. Ja, geil. Sogar mit Tiger-Logo. Mit Tiger bin ich jetzt kein Fan von. Ja, aber gib doch Zebra. Ja, das sieht doch gut aus. Oh, schick. Dann mach dein Häkchen dran. Ja, okay. Wie toll ist die? Küche war 11.050. Ja, ja. Das alles zusammen kostet. Wir sind noch nicht fertig. 3.599 Dollar. Was mit einem Schuhschrank? Ich hab ein paar Schuhe. Wohin damit? Und einen Kleiderschrank. Ich hab zwei T-Shirts. Ich hab doch gerade den Kleiderschrank gesehen. Ach so, okay. Den hab ich doch gleich mitgenommen. Okay. Warte, ich hab doch hier vorne auch noch Schuhschränke gesehen. Also hier wird nicht geschlagen. Richtig. Der hier sieht doch gut aus. Nee, komm. Warum nicht? Nee, das ist... Nee. Oh, nee. Das ist doch toll. Nee, ist er nicht. Guck mal der. Ja, dann nimm den. Ja, okay. 15 Dollar nur. Stimmt echt, das soll's. Man, sieht doch gut aus. Ja, okay. Ja, den Rest haben wir. Ja, super. Kreuz an und unterschreib und leg hin. Müsst nicht erst zahlen, wenn die geliefert wird. Winky. Twinky. Oh. Was kostet das jetzt alles? Sehr viel, mein Freund. Da musst du tief in die Tasche greifen. Wir wollten heute nach nem Wagen gucken. Ja, können wir doch. Ja. Wie hieß denn nochmal? Rappler. Ja. Weißt du, wo es den gibt? Nö. In irgendeinem Autohaus. Ja, super. Ja, was soll ich machen? Ja, keine Ahnung. Oh mein Gott. Irgendwieder. Großartig. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab nichts. Hast du geklaut? Nein. Sicher? Ja, ganz sicher. Ach, ne, der landet da hinten. Ist gar nicht gegen uns. Wir haben nichts getan. Du hast den Einkaufswagen vergessen, ne? Hab ich nicht. Du hast den Einkaufswagen vergessen. Dumme Kuh. Ja, wie gesagt. Und in der Stadt ist ein Autoladen. Ja, super. Ja, wie ja, super. Lass das sein von da hinten fahren. Ja, jetzt beruhig dich mal. Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Du kannst den großen Topf da erstmal reintun. Ja, aber du tust den Mayo rein. Ja, okay. Sei froh, dass du mich hast. So einen starken Mann. Ja. Kannst von Glück reden. Von Glück reden. Kannst du auch. Ja, ja. Ja, ja. Gut. Dann lass nach PDM fahren. Ja, bring den Einkaufswagen weg. Hä, warum? Den kann man hier stehen lassen. Dafür gibt's Personal. Okay. Willy ruft an. Höre ich am Klingelton. Was geht ab, Willy? Ey, was geht ab, Peanut? Was löw, bin ich gefreut? Bin mit Twinkie im Dings gewesen. Möbelhaus. Ja, Möbel bestellt. Oh, schön. Was hat er da bestellt? Schön alles? Mit Küchen und so. Wir sind wieder umgezogen. Wir haben jetzt einen Vermieter, einen sehr netten. Äh, okay. Das ist bei der russischen Mafia. Oh. An den Kanälen. Okay, und da ist ein russischer Mafiosi? Ja, der hat da viele Immobilien, hat er gesagt. Ah, okay. Dann passt auf, dass ihr da keine Rummendinger macht. Ist schon teuer. Wir zahlen 50 Dollar die Woche Miete. Äh, das ist günstig. Das ist teuer. Watt 50 Dollar? Ja, klar, das ist für teuer. Da kriegst du dann immer nur Orangensaft an der Tankstelle für. Ach, ach, komm, hör auf. Aha. Was machst du denn, Wille? Äh, ich hab jetzt gleich, frage ich die Belegschaft von Kodis. Ja, danke. Was machst du? Du kannst mich gleich am Arsch lenken. Warte mal, mich verfolgt ein Jugolo. Oh, das ist bestimmt der Mörder. Was wollen die von mir? Sind die doof? Die wollen dich bestimmt ans Po fassen. Meinst du, ans Po? Ja. Okay, mal gucken, warte mal, bleib mal dran. Wo bist du denn? Äh, beim Taxi. Ich hab meine Knarre dabei, wir kommen. Äh, warte mal, wo sind die hin? Der Willebild bedeutet. Ich glaub, die sind weggefahren, die haben Angst, ja. Von ihnen sind ein Jugola. Äh, die sind weg, die sind weg, braucht mich extra kommen. Ja, die sind weg. Wir kommen trotzdem mal vorbei. Okay, bis gleich. Wir suchen nach nem Auto, nem Übermacht, Rebbler, GTS oder so. Ja, okay. Weißt du, welchem Auto aus dem man kriegt? Äh, ne, kann ich aber gleich gucken, nehm kein Toll hoch. Oh, ja, dann willkommen auf der Boy. Okay, tschööö. Bis gleich, hau rein. Hau rein. Oma. Ja, Subi und dir. Das ist Oma Turtle? Ja, das ist schön. Danke für die Antwort. So, ihr Pisser. Ähm, wir fahren... Wir fahren jetzt gleich zum Taxi. Wir wollen aber erst noch kurz wegen nem Auto schauen. Ach, das gefällt dir doch, ne? 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 Wie bitte? Ich will auch mal romantisch sein. Arbeiten weiß ich noch nicht. Fuck you. You're in the wrong motherfuck neighborhood. Ja, super, dann müssen wir gleich. Tschüsschen. Du kannst das doch nicht machen, wenn die Oma dran ist. Du weißt genau, dass schnellstrasse mich geil machen. Wir halten doch mal diese Fantasie, dass ich so ne richtige, dreckige Trucker nutze bin. Ja. Und du mich aufgabelst. Weißt du nicht mehr? Wir haben noch extra Utensilien dafür bestellt im Internet. Ich hab doch diesen eigenen Minirock gekauft. Diese super expensive Schminke. Und diese blonde Lange verwirrt. Du weißt ja, wie gerade der kaputt gegangen ist. Ja, genau der. Der einfach gerissen ist. Obwohl, gute Qualität. Ja, der ging dir aber auch nicht über den Poppes. Sollte Saul nicht gehen. Und der Bauch sollte auch drüber hängen. Ich wollte so ne richtig dreckige Diana sein. Du solltest mich eigentlich dann mit meiner Fantasie und im Schalke-Schild verkloppen. Nachdem du mich gepürstet hast. Was? Ach komm, hör auf. Oh komm. Oh, ich bin so hier. Ich weiß nicht, woher ich. So ein Ferkel. Ich bin doch kein Ferkel. Hallo, wir haben, wir fühlen eine Ehe. Da wird es irgendwann mal langweilig. Da muss man auf so einen Scheiß kommen. Da muss ein bisschen Pfeffer reingemacht werden in die Suppe. Oh mein Gott. Was hat die Oma gesagt? Ich dachte, wir schauen nach dem Auto. Nee, der Willi hat einen glatter Look bei sich. Wollen wir die Oma abholen und dann zum Willi fahren, zum Taxi. Nee, nee, die fahren da auch gleich hin. Die ist gerade mit Moranina. Oh Gott. Stimmt, die haben ja in einem Dings geschürzt. Ach, wir müssen gerade auf, stimmt, ja. Die haben ja zusammen geschlafen, ne? In einer Wohnung. Ja, in einer Wohnung. Der gute alte Pinsel. Ja, der steht auf die alten, hat er mir noch gesagt. Ja, der reißt die alten Krankenkanzellen. Die anderen sind zu schnell für den. So ein Playboy. Oh, da ist er doch. Ja. Ja. Ist das dein Roller? Mhm. Alter, ich halte hier mal. Oh, je, mir lebt. Nee, ich glaube nicht. Hi, was geht? Oh, ihr Erdnisschen. Na? Ma? Ihr frischvermehltes Paar? Weiß? Ja. Haha. Wie war die Nacht da? Oh, einen hübschen Roller. Ich bin ganz schnell. Oh, Baller. Mir. Hast du dir ein Dorf eingekauft? Hab ich ein Geschenk bekommen? Oh, ja, natürlich. Schön, dass es Ihnen auffällt, Chef. Nee, eine ganz tolle Hupe. Hör mal, Peter. Ja. Oh, was ist dir? Ich weiß nicht, ich finde die Hübe weg. Ja, so wie an dir. Ja, wenn ich dich sehe, darf ich dich mal drücken? Ich bin noch nicht laut. Ja, natürlich. Komm mal. Pass auf, wenn ich das so fällst. Greif ruhig mal fest. Du hast doch nur Hüben. Hallo. Das ist die absolute Irland-Anstalt hier. Ich höre nicht so. Hallo, Mama. Entschuldigung, es gibt noch Geld. Hallo, Mama. Peanut, geht's hier besser? Hallo, Mama. Ja, geht besser wieder. Geh mal weg hier. Twinkie, kannst du mal ein bisschen mitkommen? Ja, ist braun und stinkt. Was? Ach, Gott. Ich will dir nicht zu nahe treten, Girl, aber... Äh... Alter, die soll rausgucken, die ist geil. Ich seh dir heute beiden aus. Er geht raus, wir waren gerade Möbel kaufen. Ich hab gesagt, ich seh dir aus. Ja, Möbel waren wir kaufen. Ach so, Möbel. Ach du Schade, warte ich hier durch und wer ist ja Cowboy. Habt ihr Ronny schon aufgenommen? Wurde er jetzt auch bei euch? Also, ich wollt's dir nur sagen... Was ist denn eigentlich mit eurem Haus geworden da, wo die ganzen Leute vorstanden? Oh, Jenny, mach das doch nicht kaputt. Lass uns doch den Anblick. Tausend Stimmen in meinem Kopf wieder. Ja, das geht so. Okay, gut, ich wollt's dir nur sagen. Hol dir ja keine Schminktipps von der Twinkie. Nee, nee, die hat nur gesagt, man sieht mein Schlöbchen. Ja, die hat ja auch Sombra-Flaver. Ja, ich soll mal gucken, wozu gehen wir sonst bei Spickholen ein Schlöbchen einkaufen. Und Chef, du lässt deinen säckligen Finger vor meiner Torte. Blei schniere. Hallo, die Twinkie ist eine total hübsche und erotische Frau. Sie ist für mich nicht erotisch anziehend, aber nicht aus dem Grund, weil ich weiß, dass sie am Peanut vergeben ist. Und dann ist sie automatisch in dem Moment weg. Die könntest du eh nicht handeln. Ja, richtig. Oh, ich bin wie ein wildes Tier. Büffel. Weil er den Schreiben in der Letzten noch vom Bishop gehört. Ich habe ein Elefantenbetäubungsgewehr zu Hause, um die zu bändigen. Was brauchst du zu Hause? Elefantenbetäubungsgewehr. Ach, Scheiße. Pina. Anders kann man die nicht bändigen. Ja. Hast du die Telefonnummer vom Horst? Ja, von dem Dicken. Ja, die Jenny hat schon nach der Nummer gefragt. Habe ich überhaupt nicht. Ach, komm, Jenny. Ich habe doch gesehen, wie du dir mit den Augen ausgezogen hast. Aha, Jenny, so ist das also. Ja, wir stehen auf den Horst. Warte, ich gehe mal hier hinten hin. Komm mal, Pina. Weißt du, was die in der Tasche hatte gerade? Eine Haarschneidermachine. Nee, eine Spraydose. Ich weiß nicht, was hat die alles in ihrer Tasche. Interessant ist das. Ich weiß nicht, welchen Gespräch ich folgen soll. Ich höre auch nicht. Wir holen wir erstmal zum Willi, der hat einen Katalog. Willi, hast du den Autokatalog? Ja, warte, ich gucke mal gerade. Ich habe hier so eine App dafür. Ich hoffe, dass das Ding nicht so teuer ist. Ansonsten muss ich Schulden machen. So, was habt ihr nochmal gesucht? Ähm, Übermacht, Rappler, GTS oder so. 200.000. Oh mein Gott. 250.000. Wo gibt es den, Bishop? Ähm, Palito. Palito, Rebler, Übermacht. 200.000 Dollar. 250, glaube ich. Wir müssen die Kack-Krücke wegkriegen, die ist kaputt. Äh, gibt 10 Pro... Ach nee, warte, ihr seid beim Taxi. Ja, und? Aber macht mal Werbung für 10% Rabatt bei der Werkstatt unten. Ja? Und machen. Wer soll Werbung für was machen? Für die Werkstatt unten 10% Rabatt, besonders. Dafür machen wir immer Werbung. Geil. Wir wollen das Auto auch nicht heile machen, wir wollen es verticken. Äh, 200.000 Glatt, Peanut, ja. Übermacht, Rappler, GTS. Oh, wie viel haben wir denn schon zusammengespart? Und wie viel kann der Chef uns wohl vorstrecken? Nee, nicht der Chef, der Bishop. Ja, warte mal, 50 KJ habt ihr ja gestern gekriegt. Ja, das war doch Schmerzensgeld. Ja, dann habt ihr ja schon mal Geld. Warte mal, ich gucke mal, was ihr kriegt. Ich habe den jetzt gerade auch noch mal 1000. Ja, diese Woche ist echt gealter gewesen. Also wirklich. Also der Pinsel meinte, die ganze Zeit geht nicht arbeiten. Habt ihr überhaupt irgendwas gemacht diese Woche? Nee, war Urlaub. Urlaub. Ihr seht gerade, ihr habt, keine Ahnung, eine Fahrt gehabt? Wir waren auf Urlaub eingetragen, das stimmt. Ja gut, aber dann ist kein Wunder, dass sie nicht sind. Maroni, warum bist du eigentlich momentan so still? Äh, weil wir alle eben noch querwild gequetscht haben. Willst du uns hier feuern, Chef? Nee. Du bist ja nicht auch mal entspannen? Nein, alles gut. Mann, in der ersten Woche haben wir den Highscore geknackt. Ich bin immer dicht gefahren. Wenn wir den Highscore geknackt hatten, war ich das im Januar. Was? Eine Million Dollar Trinkgeld gemacht. Wer? Ich. Ach, komm. Ich einfach so. Und warum machst du die eine Million Gebäude? Das ist ein Prennig, das ist ein Prennig. Ich hab ein bisschen dazu beigetragen. Wie oft haben wir deiner Geburtstagsparty? Oh, fuck. Ja. Wie, du hast Geburtstag? Im ersten. Ja, ich hoffe, es gibt heute. Ich will eine dicke Party machen, aber ich weiß nicht, was. Gibt auch Chicken Wings. Ich hatte auch Geburtstag. Wann hat er die Morgen? Tandemsprung, Chef. Das ist aber schon ein bisschen her. Oh, kann man ja trotzdem noch feiern. Ja, du kannst ja mit Hans-Peter zusammen feiern. Oh, ich weiß nicht, wie der so auf Alkohol ist. Der war ja gestern schon schüttelt. Alter, Jenny, du hast ja Kohle gemacht, du. Ja, Jenny, gibt dir was ab. Die hat doch eine ganze Stadtrumfahrt gemacht, wo wir dabei waren. Und hat uns nichts davon abgegeben. Hä, ich hab das Essen gekauft. Komm, sei still. Schreib mir auf, Jenny, die Held von Jennys Geld geht an Trinky und Peanut. Hä? So, Tartel, Tartel. Na, Trinky, wo hast du eigentlich deine Brille her? Die ist fancy, oder? Sieht's Bruder aus, ja. Damit hab ich voll den Durchblick. Außer, die meinte der Pinse, wir sollen nicht arbeiten die Woche. Ja. Warum? Ja, damit er die ganzen guten Einheims. Nee, ich war da immer dabei. Wir waren aus dem Arbeiten mal, aber halt zu dritt. Aber das kannst du echt so. Wenn der Heuländer das Telefon hat oder so, die rufen nie an. Das ist dann echt schwierig zu fahren immer. Ja, wer hat auch keinen Bock, da mit ihm zu telefonieren. Ganz ehrlich. Nee, dann ruft der mal nicht an, wenn er die Leitstelle hat. Also, die gehen die Kunden weiter. Ich find Jenny hat, Penny, du hast ja meine Leitstelle immer. Wer? Penny. Nee, ich geb auch ab. Das sag ich nicht. Ich sag nur, du hast ja meine Leitstelle. Nee, Jenny ruft aber an. Ja. Und verteilt Kunden. Das weiß ich. Ja. Was guckst du denn so, Hans-Peter? Ja, der sitzt am Gerät oder nicht. Aber ich verteilt auch. Ich dachte, ich hätte einen Popler. Rony, möchtest du die Leitstelle haben? Nee, absolut nicht. Wir brauchen Funkgeräte, Chef. Funkgeräte. Wir sind schon lange dafür. Genau, Hans-Peter, Funkgeräte im Teil. Funkgeräte. Oh, ich hab'n, äh... Und Taser. Einen Termin. Wir brauchen den Wacken. Nein, das ist kein Spaß, wir brauchen ihn wirklich welche. Den hab ich schon beantragt. Und das Sofa? Hab ich alles beantragt. Okay. Ich will, dass wir unser Sofa hier unten setzen und oben aufs Dach. Wer ist denn schon wieder Jonas? Ja, aufs Dach. Dann können wir da oben die Schießereien beobachten. Achso, ja, alles gut. Nebenbei den Tischlöfen. Das ist mit Funkgeräte, Chef. Ja, schwierig. Hab ich schon vor einem Jahr beantragt. Oh, ist das ein dummer Scheiße. Dann wär das viel einfacher alles. Die vom Gewerbeamt arbeiten einfach nicht. Die haben nie Bock. Ja, dann lass den doch mal in den Briefkasten scheißen. Ja. Machen wir. Ich mach das. Die sind so dumm, wie sie aussehen. Ja, sag mal, möchte einer von euch die Leitstelle haben? Ich hab die noch nie gesehen, muss ich sagen. Ja, du nicht. Nein. Ich hab auch noch nie einen gesehen, aber ich stell mich besonders herzlich vor. Ich würde jetzt gerne einmal kurz mit Pinsel und Peanut quatschen. Jetzt geht wieder Ärger, danke. Toll, habt ihr super gemacht. Und heute wieder auf den Haut schlafen, Peanut. Der Film. Bisschen am Arsch. Das hast du eigentlich gemacht. Ich hab nix getan. Ich hab auch nix gemacht. Voll dich einschalen. Wir sind gute Freunde. Du kannst uns doch sicher ein bisschen Geld leihen. Ich glaub, wir haben 200.000 Euro. Wie viel? Warte, da drin ist doch ein Geld, das du mal hast. Da können wir das Konto abrufen. Ja. Lass mal gucken. Na, komm mit Pinsel. Das ist der Fahrrad auf. Hä, na, ist das denn ernst? Das ist ja nicht meins. Das Geruchte ist nicht mehr bequem. Schnell wegatmen. Wann wollt ihr euch denn holen? Nen super SUV. Und das alte verticken wir. Dafür kriegen wir nix mehr. Na doch, was für die Karte ist die Karte. Vielleicht noch n... So 10.000 vielleicht noch. Ich... Ich guck. Ich hab 127.000 Dollar. Wir wollten die jetzt zusammen da reingucken, frag ich mich. Ja. Das hat nur das Liedmonitor. Dieses Lady first fight. Oh ja. Ich guck mich nicht ran. Komm. Hab doch gesagt, du musst Karte reinwerfen. Mann. Nimm einfach. Wir haben Kaffeeautomat, da kannst du Geld auch abgucken. Ich hab 44.000. Das sind 45.000. Uns fehlen da noch bisschen. Ja, wie viel? Warte, ich hab... Achtung. Wir brauchen auch noch Geld zum Leben, ne? Und wir müssen die Möbel noch zahlen. Ja. Coole Crocs sahst du an. Wo warst du denn heute Morgen? Wir wollten auf dem Erbefeld. Ich war da. Wo warst du? Ja, ich war auch da. Wir waren da. Ja. Ja. War voll leblich. War voll dunkel. Hab ich nicht gesehen. Ich hab 411. 411. Kann man nur so arm sein. Kann man nur 411 Dollar haben. 411.000. Ach so. Haha. Mein bestester Freund. Juhu. Wie viel braucht ihr? 100.000. Nein, brauchen wir nicht 100.000. Ach komm. Das ist viel zu viel. Versuch was, wer. Wofür braucht ihr das schon? So. Ey, ich hab mir das Eis mit Mühe und nur das schnort. Ja, hallo. Hey. Wollt ihr jetzt jemanden abholen? Hast du aufgelegt? Wie frech. Wie viel braucht ihr jetzt? Entschuldigung, ich bin im Tunnel. Ich hab schlechten Empfang. Ja, wollt ihr jetzt jemanden abholen oder nicht? Seid ihr im Dienst? Nein, wir sind gerade nicht im Dienst. Wir kaufen uns jetzt gleich einen Neuwagen. Ach so. Ja, okay. Dann viel Spaß. Kannst du uns Geld leihen? Wie viel braucht ihr denn? 50.000 Dollar. Ich kann dir 5 geben. 5, ja. 5 ist auch okay. 5.000? Ja. Ja, okay. Beim Taxi kannst du dir 5.000 abholen. Ja, wir sind im Taxi. Hä? Nein, am Taxi. Ja, wir sind am Taxi. Wo denn? Hä? Ja, drin im Tunnel. Hä? Hä? In welchem Tunnel? Hä? Äh? Wadda Kedavakurova? Äh, Alohomora? Oshabialoncho? Schluckschnetten! Äh, äh, Wingardium Leviosa. Das heißt Leviosa. Ja, okay. Also seid ihr hier in der Garage, oder was? Wenn ich jetzt hier in Hockwurst... Vorne. Okay. Okay, ich komm. Cool. Ginny leitet uns auch 5.000 Dollar. Warte mal, hatte ich gerade gefragt, wo ihr seid? Ja. Twinkie. Ja, du hast gesehen, dass wir reinrennen. Ja, das ist eine Jenny. Merkst du selbst. Ja, die ist blond, oder wie sag mal? Die leitet uns 5.000 Dollar auch, Twinkie. Und wie brauchen wir dann? Weiß ich nicht. Wie viel... Ihr müsst... Rechne mal. Wie viel habt ihr zusammen? Wir brauchen 60.000 ungefähr, um noch überleben zu können. Ja. Ja. 60. Jetzt will ich noch kein Geld abholen. Hä? 60. Aber wenn ihr ruf dann... Ja, Wille! Äh, hast du kurz Zeit, jemanden abzuholen? Wo denn? Äh, bei Loli Gentleman, dem Biggie und seine Freundin, die Hanni. Ja, aber wir sind nicht im Dienst gerade, ne? Ja, ist ja egal. Kannst du ihn so abholen? Äh, ja. Wenn das geht. Sonst soll er die Leitstelle anrufen, weil der hat deine Nummer nicht. Dann ruf ich den jetzt an, dann sag ich, du würdest kommen. Wenn er in Ordnung ist für dich. Wo ist das denn? Äh, Loli Gentleman. Ja. Wo ist der einsame Gentleman? Äh, der einsame Gentleman ist... Ach, das ist diese Werkstatt, ne? Ja, richtig. Ja, mach ich, mach ich. Das ist nett. Ich ruf den an. Danke, Peanut. Tschüss. Tschö. Ui. Ähm, Twinkie, ich geh kurz dann abholen, dann verdiene ich nochmal ein bisschen Geld. Okay? Ja, wie? Ich muss jetzt hier warten, oder wie? Er hat Pinsel oma, ist doch hier, alle sind doch hier. Ja, dann mach halt alleine. Ja, dann komm halt mit. So, halt mal deine Hand auf. Nicht mehr. Drei. Drei. Nein, nicht in den Tal, da geht's. Oh, Pinsel. Und gib Twinkie das, warum gibst du mir das? Ach so. Danke. Ja, komm mit, Twinkie dann. Wir gehen Biggie abholen, little Kind. Äh, hier, du verwahrst das Geld, ja? Ja, wirklich. Oh, bitte schön. Oh, nein. Drei. Gib dem, gib dem alle. Wie, alles? Hat die gerade Koks gezogen? Ich mach mich gleich auf dich, ne? Ja, die Oma ist ein Drogi. Ja, das ist eine, ähm, eine Kaktee ist das. Das weiß jeder. Das ist doch keine Kaktee, Alter. Natürlich ist das eine Kaktee. Das sieht doch jeder, dass das Lüsenzahn ist. Ey, das ist eine Kaktee, ja? Du bist eine Kaktee. Wem hast du das jetzt gegeben? Nee. Du warst schlamm Blut. Die wachsen, die wachsen in den Sinn. Hoffentlich, auf welchen Knüchen hast du das Geld weggenommen? Welchen? Das war es auch nicht gegeben. Oder, Leute? Was? Oh mein Gott. Die wachsen in Dänemark. Oh mein Gott. Ich weiß ihn nicht. Wir fangen. Okay, danke. Mhm. So. Danke, Pinsel. Darfst du mitfahren bei uns? Jetzt bin ich von Gott. Bist du gar nicht? Doch. Du bist sogar Millionär. Ja, jetzt nicht nur das. Voll. War das? Ja. Okay, komm, wir gehen kurz in den Abhol. Okay. Wir brauchen zwei Plätze, leider. Pinsel, du musst kurz warten. Ich weiß nicht. Wir kommen sofort wieder. Danach fahren wir zum Auto gehen. Wir brauchen zwei Plätze. Pass du auf die Oma auf. Nein, wir fahren kurz privat hin, Dinky. Privat. Okay. Mann. Bin so gut. Scheiß Tür klemmt immer. Wir gehen Biggie und seine Freundin abholen. Okay. Die sollen mit Bargeld zahlen. Wir brauchen die Kohle, wir sind jung. Dann sagen wir denen einfach heute. Heute ist Gartenzahlen beweg. Ja. Oh. Das ist eigentlich immer so miesepildrig zu mir. Oh, God. Mann, was parken wir da so dumm? Boah, wo ist denn das? Genau, Coxsackie Motherfucker. Lonely Gentleman. Das ist da vorne, glaube ich, ne? Ja. Was ist? Bist du nicht gut drauf? Na doch, ich bin gut drauf. Aber? Ja, gar nicht. Aber... Sollen wir gleich arbeiten noch? Ja, ja, ja. Wir müssen arbeiten, wir haben kein Geld mehr. Ja, ja, ja. Und wir müssen 50 Dollar Miete zahlen. Wie sollen wir das alles hinbekommen? Du frisst mir die Haare vom Kopf. Beruhig dich jetzt erst mal. Du willst eine neue Wohnung, du willst ein neues Auto, du willst neue Möbel, eine Küche, die 11.000 Dollar kostet. Ja, Späckeschnüchen, was soll ich sagen? Man muss sich halt wohlfühlen können. Taxi! Bigi, warum hast du kein T-Shirt an? Ja, ist warm. Das wird zu heiß heute. Wir müssen euch leider mit dem Taxi abholen. Alles gut, gar kein Problem. Und Kartenzahlung geht auch nicht. Alles scheiße heute. Oh je, da müssen wir hin. Dann müssen wir an der Bank vorbei. Zum Casino-Parkplatz muss ich. Ach, oben. Was willst du noch im Casino? Da steht mein Rusty Rebel. Wir haben uns einen Rebel gekauft gerade. Und der ist jetzt beim Lackieren, damit jeder sieht, dass ich der König bin. Hä, wir haben ein super Auto zum Verkaufen. Das hier gerade. Das ist zu klein. Wie, das zu klein? Das ist super. Das ist super groß. Das hat 50.000 Euro gekostet. Das ist noch gar nicht so alt. 10.000 Dollar gehört euch. Wir haben gerade 125.000 ausgegeben für den LKW. Ja. Mein Gott, ihr geringen Verdiener. 10.000 ist doch noch drin, oder nicht? Ihr könnt das in Raten zahlen. Nee, nee. Wir haben ja Autos. Das ist ein super Auto, Biggie. Jetzt komm. Nein, wie nein? Wie nein? Ich kann nicht. Ich habe nicht mehr viel Kohle. Ich muss noch Burger kaufen heute. Der Armo kotzt mich an. Ja, ich fühle das. Warte, ihr habt ihr Bargeld bei? Nee, deswegen. Fahr mal zur Zahnke vorher oder so. Mein Gott. Ja, ich zahle sonst immer nur mit Karten. Das Auto ist nahe neu, hat keinen Kratzer. Wie viele Kilometer haben wir das jetzt, Drinky? Ja, habe ich jetzt nicht geguckt. Du bist der Fahrer. Ja, ich habe nicht drauf geachtet. Holt Stress. Das waren zwei. Sag mir, wie viel du kriegst. Ja, weiß ich nicht. Wie viel ist denn das? Ich mache was. Hat er bei so Biggest Loser? Der hat viel abgenommen, ne? Ja. Was geht ab, Lil' Kim? Nicht viel und selber. Nichts. Scheiße, heute alles. Ja, heute ist irgendwie ein komischer Tag. Umzugs-Stress. Neuwagenkauf. Habt ihr euch ein Haus gekauft oder wie? Zur Miete. Ah, cool. Wo denn? In welcher Gegend denn? In der West Side. Oh, nicht schlecht. Vielleicht bei den Kanälen. 50 Dollar in der Woche. 50 die Woche geht aber. Ne, das ist unnormal teuer. Ja. Ja. Ei, ei, ei. Was halten? Déjà-vu! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui stein machen für steine kriegt man nicht steine liegen überall rum danke hast du bekommen und rest des trinkgeld zu 3000 dollar gegeben ja das hättest du schon mal für die karre anzahlen können hier wie nie das auto ja ich habe zu viele autos dann ich muss mein rost erst mal verkaufen da kriegst du doch nichts für ja ich will den ja auch nur für wenig geld verkaufen viel spaß beim steine kloppen ja auch ein bisschen kohle muss reinkommen viel spaß oder so ja man sieht sich nächstes mal tauschen von loma 3.000 dollar eingesetzt wir müssen aufs erdbeer fällt mir schrecklich ja echt schrecklich was denn was ist denn das hier für ein huckelmann das habe ich nicht gesehen was steht denn der rollerdauer einfach so guck dir das an das kriegen wir jetzt nicht mehr weg ach klar das ist doch voll eingedächt halt das eine kratzer man ach du scheiße oh ne sieht doch gar nicht so schlimm aus ja nicht so schlimm ist immer noch neu waren das ist jetzt eine rundung nach innen oh Gott stimmt doch überhaupt gar nicht das werden wir niemals loswerden ach quatsch der ist noch nagelneu oh 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 pinsel habt ihr euch dasselbe auto nochmal gekauft nee wir waren nur kurz neben den abholen nein wir waren auch nicht pinsel sieht doch nur neu aus oder ist die nagelneu aus sag ich doch mhm oh obwohl pinsel wo kann man autos gut loswerden ich hab gehört da gibt es irgendwie möglichkeiten ja pinsel wo kann man autos verkaufen aber ist schon gekasch dann soll man da hingucken ja dann los geht's schau dir oma ja dann nimm dich oma oma wir haben auftrag nimm du dich mal ich hab den roller nicht gesehen man ja krass kär mir nicht den rücken zu wir müssen verkaufen wir müssen verkaufen bin ich jetzt James Bond dankeschön Jenny viel spaß dankeschön was ist mit dem roller passieren wie war das denn mit dem roller wo ist denn jemand denn wer wer war das oma oh Jenny Jenny das war Jenny aber Jenny stand doch die ganze Zeit neben mir die hat das vorhin gemacht oh nee das stimmt nicht die haben es genau gesehen oh der hat jetzt voll die kratzer ach krass bisschen nagellack dann sieht das sieht aus wie neu ich meine roller ist hier ähm ja ja ansichtssache ja dann heb den doch mal auf ja der ist ja der ist der ist viel zu schwer warum soll ich den denn hochkriegen also pinsel den auf ich kann den nicht auch jetzt ich kann den nicht auch jetzt oma lauf mal ein bisschen nach vorne jetzt ja lauf ein bisschen nach vorne jetzt heb den hoch da da ähm nee der steckt jetzt im Zaun ähm ist sie mit meinen Schüsselein ja ich bin hier ja danke oh Gott wie dann was denn aufpassen ja du bist voll gegen den Puller gefahren der jetzt in der Hose wie könnte ich ihm dagegen fahren Pola nicht Pola Pola achso Dankeschön ja ja küss mich Schweine Schmeich only it's only die vielleicht habe ich wieder Kniesfelle ich setze die Brille auf und sehe ich das nicht Ich setze die Brille auf, dann sehe ich Saune. Das ist so schön, so eine Brille. Oh, eine Zuckermatte. Ja, extra für dich. Mach mal. Ich habe Kekse. Trau mich für eine Runde Kekse. Wo müssen wir hin, Pinsel? Bordern in deiner Jackentasche. Ich meine, in Circle Cars. Ja, wo ist denn das? Na, ganz im Licht, ohne Seife waschen. Im Westen. Im Westen der Stadt? Ja. Okay. Wo? Nicht ohne Seife waschen. Ah, okay. Fahren wir dahin. Ertliche, was soll das denn? Was denn? Du hast meinen Urlaub gefahren. Das war der Windzug. Ich habe dich gar nicht berührt. Mann. Ach komm, du willst doch nur wieder Geld haben. Nein. Das erfindest du. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe auf Karte geguckt. Oh Mann, ich habe ihn doch extra dahingestellt. Oh Mann. Eine freche Lügen, Oma. Nein. Oh mein Gott. Oh Gott, ist gut. Alles gut. Ja, ja. Nur eine Fleischwunde. Ich will eine Beruhigungspille nehmen. Oh Scheiße, ist aus dem Fenster gefallen. Spring hinterher. Na ja. Oh nein. Oh. Macht nur für komische Geräusche. Oh, das ist doch ein Scheißtag heute. Warum? Es fährt irgendwann mein Roller um, dann fährst du mein Roller um. Ach, das stimmt gar nicht. Jetzt fährt mir auch noch die Pille aus dem Fenster. Das ist auch im Mund immer runterflucken. Die ist ja auch für danach. Die brauche ich nicht mehr. Wie nach eurer Nacht gestern? Na glaubst du, mein Beiter kann ich noch Kinder kriegen? Nicht, dass du mit 90 noch ein Kind kriegst. Benjamin Buttons. Das ist vorbei. Dingi? Ich glaub, ich habe geschläft. Nöööö. Es juckt sich nur einfach nicht. Oh. Oh Gott. Hier? Ja, aber scheinbar weißt du ja, wo. Hey, ich habe doch gefragt. Ja, geht schon mal, eh. Na jetzt passen. Feliz Navidas. Ja, perfekt. Das ist ein Fahrstuhl. Gewesen. Mach die Tür zu, sonst brech dir die Hüfte. Was? Nix. Oh Mann, alles gut. Du bist eh du wie jemand. Du bist eh du wie jemand. Ja. Die haben aber schick gekauft. Sei dreist. Wunderschön. Hallo. Ich habe gehört, Sie kaufen hier Autos an. Je nachdem, ja. Was heißt das? Das heißt, die meisten Fahrzeuge sind zur Kommission drin. Außer es ist ein interessantes Fahrzeug, dann kaufe ich es direkt an. Wir haben ein sehr interessantes Fahrzeug. Wir haben ein sehr interessantes Auto. Naja, das sagt ihr. Ich weiß noch nicht mehr, um welches Auto es sich handelt. Ja, folgen Sie. Oh, ich habe Angst. Ich bin 1A. Ich habe ausgestattet. Ich wohne direkt. Naja, was ist denn das? Das ist nicht ein Kraftstück. Was ist denn das für ein Ding? Ich habe ihn ja noch nie gesehen. Ingold sein jetzt. Das ist ein Auto. Das ist auch nur ein ganz spezielles Auto. Ja. Und zwar? Ja, ein Ingold. 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 Was haben wir hier noch nicht gesehen, ne? Habe ich gerade gesagt, noch nicht gesehen. Neuhunderttausend. 50? Ne, 50. 50? 70? 70 waren das? Ja. Nein, 50. Man lügt nicht. Ach, du musst noch viel lernen, mein junger Padawan. Dann sieht dein Konto aus wie meins. Leer. Hast du das Fahrzeug offen? Ja. Ja. Oder? Haben die alles rausgenommen schon? Du müsstest halt nachher nur leerräumen. Der hat doch super Felgen. Und so alt ist der noch nicht. 167 Kilometer. Das ist ja gar nichts. Ich habe ihn gerade mal eingefahren. Ja. Der fährt doch echt top. Ja, so ein Top-Zustand. Ja. Der fährt auch für Wahranfänger. Also, da kann ich euch das Angebot machen, entweder 20.000 direkt auf die Hand oder maximal 30 Euro zur Kommission. Boah. Boah. Was ist denn eine Kommunion? Ich habe... Du musst zuhören. Ich sagte nicht Kommunion, sondern Kommission. Was ist denn eine Kommunion? Das ist, wenn der den hier hinstellt und jemand kommt und will den kaufen. Richtig. Ja. Okay. Ja. Und darum würde ich die 20.000 wohl nehmen. Okay. Oh, okay. Da haben wir 25 wegen den Felgen. Bitte. Nein. Kann ich nicht machen. Bein 20. Super. Ja, ich bitte Sie von Herzen. Wir heiraten bald. Warum liegt hier ein Ei im Koffer rum? Da liegt ein Hühner. Oh, das habe ich geschenkt bekommen. Dann kümmer dich gefälligst drum. Warum liegt dein Ei im Koffer rum? Musst du das noch ausbrüten? Da ist die große Tasche da. Oh Gott, das Ding muss ja stinken. Da kommt ein Huhn raus. Auf welchen soll der Vertrag laufen? Der läuft auf meinen Specknäschen. Specknäschen! Hier ist noch... Ronny, kannst du die Tasche nehmen? Ja. Bitte? Ähm, Peanuts, soll ich Ihnen meinen Ausweis zeigen? Waren Sie schon mal hier bei uns, oder? Nein, das ist das erste Mal. Okay. Dann, genau, einmal den Perso, bitte. Ja, Moment. Den muss ich ausgraben. Oh. Ja, hier, da. Da, bitte schön. Mhm. Äh. Was, äh. Ne. Warum nicht für 22.000? Merci dir. Ja. Eigentlich stand voll der Betrug. Warum? Ja, ich hab hier ein Auto gekauft für... Ich hab mir eins neu gekauft für 18.000 und hab's hier für 13.000 verkauft. Ja, aber die Autoren dann müssen auch Geld verdienen. Ja. Immer. Und du bescheidst 50.000, machst nur Lack drauf, machst dann noch die Felgen drauf und er gibt dir nicht mehr die Hälfte. Ab Socker. Nee, wenn du der Meinung bist, dann muss ich dich fragen, warum du hier bist, wenn's so ist. Ja, du hast überhaupt nichts damit zu tun, dem gehört das Auto gar nicht. Ja, nee, aber ich sag, ich kann euch das auch gar kurz und knapp erklären. Du kommst jetzt so gesagt als Mann hierher oder was siehst, das pinke Auto und die Felgen und das gefällt dir nicht. Meinst du, er bezahlt dir jetzt extra den Lack und die Felgen jetzt mit drauf? Ja. Nee, nicht wirklich. Ich würd's sofort kaufen. So, Kommunion würde er uns ja 30.000 geben. Genau. Also von dem her, ne, wir wollen's ja jetzt halt nur schnell loswerden, damit wir Platz kriegen. Äh, so, Herr Pina, dann bräuchte ich bloß noch einmal bitte Ihre Telefonnummer. Ja. Also Vorwalt 5, 5, 5, 5, also 3 mal 5. Ja. 3, 3. Ja. 7, 7. Ja. 1, 0, 5. 1, 0, 5, wunderbar. Vielen Dank. Guck mal am Handschuhfachpünsel. Und dann mach ich. Oh. So, dann mach mal den Vertrag hier fertig. 5, 7, 4, 9. Echt ein super Auto. Ja. Guck mal. von Babi-Druck raus. Oh, Gott. Der Herr braucht einen Mitarbeiter. Ja. Kauf den Mann ein Auto. Ja. Bitte Jobmanager werden. Oh, du machst schon wieder Stunk. Hm? Machst schon wieder Stunk hier. Wie was? Nö. So, dann würde ich Ihnen einmal den Ankaufsvertrag per Bluetooth zukommen lassen. Wunderbar. Bitteschön. Einmal drüber schauen und kontrollieren, ob alles soweit korrekt ist. Sie heißen Herr Królewski. Królewski, genau. Ja, 20.000, ja. Ingo Smoltz, ja, Sieg gut aus. Wunderbar. Dann würde ich Sie bitten, einmal zwei Schlüssel und die Fahrzeugpapiere. Ja. Du hast einen langen Schlüssel, ne? Ja, wie du? Das ist schon mal der erste Schlüssel? Vielen Dank. Gibst du den weiter? Ja, natürlich. Moment, Moment. Ja, da bin ich. Bitte schön. Super, vielen Dank. Und einmal den Fahrzeugschein noch. Komm, du mit. Ah, den habe ich da auch hier in Ningo. Ah, da ist er ja. Da, bitteschön. Wunderbar, merci. So, super. Sogar Shackleft gepflegt. Perfekt, perfekt. Dann gehen wir einmal hoch und dann kriegen Sie Ihr Geld ausgezahlt. Twinkly, nimmst du das Geld entgegen? Ja, natürlich. Oh, man geht mit zur Absicherung. Oh, klar. Hat der jetzt in den Dings geguckt? Hat der was? Handschufe. Achso. Darüber. Ja, bis nächste Mal. Pinky. Ja. Komm. Dann wartet er hier, telefoniert gerade. Achso. Wo ist denn der Geldautommer? Weiß ich nicht. Ich habe mit 10.000 gerechnet. Ja, ich auch. Deswegen habe ich auch direkt Ja gesagt. Wenn der merkt, was wir in dem Auto alles gemacht haben. Das kann ich auch. Du musst mitgehen, Twinkly. Ich helfe dem Pinsel. Oh, nee. Jetzt kommt mein besseres. Ja? Da, ins Auto wird reingeschissen. Das musst du gleich mal sauber machen. Das haben wir gerade verkauft. Da wurde eine übelste Obdachlose gegen den Party dann gefeiert. Oh, Mann. Hol mal den Staubsauger und dann saugst du die Kacke alles ein. Macht es uns vorhörtig. Runter, bevor ich hier wieder einer runterraste. So. Wer bekommt das Geld? Die Twinkly. Das ist mein V. Wunderbar. Ihr verwaltet mein Geld. Bitte schön. Super. Ich danke. Und dann? Dankeschön. Habt ihr schon was Neues in Aussicht, oder? Ja. Einen Rappler-GTS. Ah, okay. Habt ihr so einen hier? Äh, leider nicht. Das ist ein schickes Wagen, Auto. Das ist auf alle Fälle, ja. Ja. Aber Torus auch sehr zu empfehlen von der Größe und vom Fahrverhalten. Torus? Torus, ja. Bist du taubstamm? Richtig. Wer? Den hab ich sogar da. Den kann ich euch zeigen, wenn ihr wollt. Habt ihr nicht was gefragt? Ja, schnittlige. Kann ich mich gleich wieder nicht anschauen? Ob du was verkauft hast? Ja, nee. Alles gut. Nee, ihr wollt nur einen Schlüssel abgeben. Aber er hat ihn mir nicht gegeben. Danke. Gerade. Danke schön. Kein Problem. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch euch auch, gell? Ja. Tschüss. Wie kommen wir jetzt hier weg? Wir brauchen Großkontakt. Wie scheiße ist das Stein? Ja, hier rufen wir mal beim Willi an, oder? Der Typ wollte einen Schlüssel zurückgeben vom Auto. Ups, mal, da ist Abtrieb. Nee. Habt ihr gehört? Was? Wir wollten einen Schlüssel zurückgeben vom Auto. Ja, warum hast du dir nicht entgegengenommen? Hab ich doch versucht. Der hat mir nicht vertraut. Ich hab sogar seinen Ausweis gelesen. Oh Gott. Einfach wieder dem Kartenpolizei ist. Die brechen die Meile durch und dann sagen die, zeigen sie erst mal Ausweis wieder. Komm, Twinkie, geh mal zum Geldautomatisch. Ich geb dir allen mein Geld. Ja, der würde gehen nicht ans Handy. Dann ruf die Leitstelle. Ginny fährt gerade. Ja, okay. Ich hol schon mal das Margeld. Keine Ahnung, ob du uns das abgekauft hast, deswegen. Dieses Auto siehst du halt auch nicht hier. Das ist das Ding. Weil keiner so ein Auto kauft. Weil die alle Zentone fahren wollen. Hey! Shirox, danke für den We-Sub im neunten. Vako, danke für den Prime zweiten. Und Unicorn, danke für den We-Sub im zweieinzehnten. Man zahlt es ja nicht Unterhalt für unser Kind. Jugendamt ist eingeschaltet. Ginnyx, Junge. Ginnyx. Und Piers und Mainz, danke für den We-Sub im vierten. Topsten, danke für den We-Sub im sechstendreißigsten. Und Bolze, danke für den We-Sub im sechstendzwanzigsten. Und Gesundheit, danke für den We-Sub im siebten. Danke. Chat ist müde. Chat pennt wieder. Vielleicht nicht mehr hallo. Die müssen vorsichtig sein. Oh, du Scheiße. Oh Gott. Was ist denn das jetzt hier für ein Rave? Was machen die da? Warte, guck. Oh Gott. Hier, nimm den Umschlag. Ja, danke. Ich hab jetzt noch 500 Dollar. Ich? Okay, ich geh da schnell mal einzahlen. Okay. Oh Gott. Look at the body, oh. Look at that body, oh. Ihr seid eklig. Warum? Wir wollen die Autofahrer anhalten, damit sie uns mitnehmen. Ihr sollt ein Taxi rufen. Wir müssen denen was bieten. Ihr sollt ein Taxi rufen. Oh, du geht in den Body, ah. Das hab ich gelernt von meiner Mutter, die arbeitet im Hof. Oh, ich spiel in den Zug. Oh, tu, 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 tu. Das ist ein Teufel, geht hier wieder ab. Ja. Twinkie, hast du ein Taxi angerufen? Building-Tackchen? Bist du schon mit deinem Stehen eingepennt? Oh Gott. Ich kann mir das nicht ansehen. Hast du ein Taxi gerufen? Ja, ja. Was ist das? Ah, du kotzt jetzt wirklich ins Gebüsch. Das kommt auf die Postkarte für Mama. Oh Gott. Und kotzt nur ins Gebüsch. Hast du das nicht gesehen? Ja, die sind am twerken. Da vergeht mir das Essen, wenn ich bin so süß. Hallo. Wir wollen mit den Planhalter mitfahren. Wir sind aber zu viert. Ja, Grußraumtag, sie kommt. Oh, ich muss mich erst mal hinsetzen. Ja. Ich trainiere nur Schulter. Ich trainiere nur Schulter. Ich trainiere nur Schulter. Ich will das nicht noch mal sehen. Das war ja schrecklich. Stell dich mal nicht so an. Da fahren wir jetzt ein Taxi. Ein Taxi ist schon auf dem Weg, ja. Genau. Was hat Willi nur mal gesagt? In Paleto kann man das Auto kaufen. Paleto, okay. Überlegt schon mal nach einem Nummernschild, Twinkie. Ja. Wir sind übrigens umgezogen, ne, Pinsel? Oh. Ja, wir haben ein super Haus. Sogar Mietvertrag hin war. Und Donnerstag fliegen wir alle zusammen im Urlaub. Äh, und wie teuer? Was? Miete kostet 50 Dollar die Woche. Was? Ja, 50 Dollar die Woche. Direkt an den Kanälen. Super Haus. Großer Garten auch. Und Donnerstag fliegen wir im Urlaub. Wohin? Wie lange? Da kommt der Immobilienmakler und uns abholen. Wir fliegen auf irgendeiner Urlaubsinsel. Ich? Ja. Ui. Ihr beide? Ja, ihr auch, oder? Ich denke schon, ihr auch. Ja. Wir wollen euch mitnehmen. Wenn nicht, packen wir euch in unseren Koffer ein. Ja, ich glaube, ich muss den Koffer packen. Ja, pack ja kein Bikini ein, Oma. Oh shit, dann musst du ja auch den Teichel packen. Aber welches Haus habt ihr denn jetzt? Ja, können wir euch gleich zeigen. Ja, gerne. Da gibt es dann auch wieder drei Wohnungen. Ich habe mein ganzes Gepäck schon. Lass mich ausgehen, du alten Schachtel. Oh, scheiße, ich soll meine Hörgeräte fieten an der Marke. Ja, dann hol die Hörgeräte von einem guten Marke und nicht von Steen-Series. Und fiept das doch nicht. Ich habe mich immer rabatt auf den Couch bekommen. Wollt ihr das Razor-Kraken? Oder die von Bayer Dynamics? Die sind die besten. Oh Gott. Wir haben auch schon Möbelgesteite und eine Küche. Daran könnt ihr euch beteiligen. Die hat 11.000 gekostet. Na klar. Aber die wird jetzt geliefert. Nee, von deiner Rente wollen wir nix, Omi. Ach, ich hab doch. Hört doch mal auf, wir machen alle schenken mir was. Das ist total unangenehm. Ich habe ein Auto geschenkt bekommen. Okay, dann fachst du die Küche, wir kriegen 11.000 Dollar von dir. Ja, gut. Abgemacht. Dann fühle ich mich wenigstens nicht mehr so. So viel Geld hast du doch gar nicht. Natürlich. Du mit deiner kleinen Rente. Ich hab... 11.000 Dollar von dir. 16.000 Dollar von dir. Ja. Dankeschön, Omi. Ja. Ich glaube, in dieser Stadt ist keiner so cool wie wir. Ja. Ich hab noch nix, so Leute, das ist keiner wie wir. Ja. Twinkie, willst du noch einen Mousse au Chocolat? Oh ja, gerne. Mal. Das war wahrscheinlich vorher eine Milka, als die Straf gesetzt. Bitte. Nee, die sind in so kleinen Plastikbechern im Vakuum verpackt, die halten. Ja, ja, klar. Und das Eis wahrscheinlich auch noch weiß. Wir haben auch einen Grill gekauft. Wir können Grillpartys feiern. Ui. Da mach ich fritteste Burger. Oh ja. Oh, gute Idee. Ja, und wie integrierst du dich in unsere soziale Gruppe, Pinsel? Ich hab euch 60.000 zum Auto gegeben. Was, gar nichts hast du uns gegeben. Das ist eine absolute Frechheit, hierherum zu lügen. Wir würden uns niemals Geld von dir leihen. Richtig. Ja, wir sorgen selbst für unseren Unterhalt. Außerdem bringst du so viel Unglück früher oder später schuldest du uns das eh. Oh, das ist nicht unser Taxi. Oh. Oh, den haben wir ein paar in den Alltagen gehalten. Oh, ich hab gar keinen Bock auszustehen. Ich sitze hier gerade so bequem. Als würde ich streamen. Ja, hallo. Ist das echt ein Taxi? Ach, das ist so der Heißverkäufer, ne? Aber mit einem fetten Auto, weißt du? Ja, hat sich schon gegessen. Du steigst. Das stinkt ja, aber was hast du mit dem Duftbauung? Oh, die Toilette, du musst tanzen, guck mal. Die Lampe blinkt. Ich weiß, aber weißt du, der Tag ist noch so voll, dass wir noch bis zum Ende der Welt fahren können, glaube mir. Hast du Eis dabei? Ich hab Eis-Tee dabei. Welchen sollte? Natürlich den guten Pfirsich. Boah, du musst nur einen Mann. Der Zitrone trinkt, ne? Der trinkt aus dem Klo. Ey, das hab ich schon... Wassermelone ist auch gut. Viersich Eis, die ist besser. Aber Viersich Eis, die ist besser, ne? Ja. Ganz kalt. Oh, frisch aus dem Eis. Eismann, kannst du uns nach Paleto fahren? Hallo? Nach Paleto? Warum denn da ist? Wir wollen Neul ankaufen. Ja, wir brauchen doch kein Großraumtag mehr. Nach Paleto? Ja, kann ich machen, ne? Danke. Ja, Ronny, halt dich fest da hinten, ne? Warst du das da gerade mit dem Großraumtaxi? Ich dachte, das war unser Taxi. Ja, seid ihr doch auch. Also, bin ich doch, oder? Entschuldigung. Nee, Ronny hab dich ja angehalten. Ja, aber ich bin ja auch Taxifahrer. Ja, eben. Ja, ja, danke trotzdem. Gerne, gerne. Tschüssi. Ach, du hast telefoniert? Mann, oh Mann, ey. Wir haben gerade unser Auto versterbelt. Dieses komische Rote? Das Rosane, der Ingo, der Supersport war. Warum sind die Federungen da kaputt gegangen, oder was ist da passiert? Wir wollen uns was Neues besorgen, was Größeres. Wir hätten mit 10.000 Dollar gerechnet, das hätte uns aber 20 gegeben. Was? Das ist ja eine Frechigkeit, so viel Geld irgendwie, ne? Das ist schon viel Geld. Das ist schon viel Geld. Aber 10.000 Dollar haben wollen und dann 20... Ey, der hat euch doch komplett abgezogen, glaub mir. Ja, ja. Wann machst du denn eine Eisdiele aus? Hm, ja, halt, äh... Ja, du weißt ja, es gibt so einige Probleme. Ich hab halt, nun ja, Angst vor Eis manchmal. Der greift mich an. Du hast Angst vor Eis? Du hast Angst vor Eis? Der greift mich manchmal an. Eis greift mich an, ja. Kenn ich das nicht mehr. Au! Der Eis? Ja, der Eis greift mich manchmal an, weißt du. Du leckst an dem Eis und dann flopst, fliegt die Kugel runter. Hast du grad das Gänder vom Eisesjubend? Das heißt doch das Eis. Nein, das heißt die Eis. Der, die oder das Nutella. Die Eiscreme. Ich sag, ich sag, ich sag, die und das, die Nutella. Ich finde, wir sollten das Eis fragen, wo es sich eher gehörig zugefühlt fühlt. Genau, vielleicht identifizierte sich als Schnecke. Ja, kann ja gut sein. Oder als Mikrowelle. Oder als Mikrowelle. Weil das bin ich. Heute muss man das sehr vorsichtig sein. Und wie war's? Heiß. Heiß. Er ist denn das hingekriegten Mikrowelle, um uns doch zu sein, bis die funktioniert? Hast du deinen Polar eingeklemmt? Das gilt dich hier überhaupt nichts an. Aber da fällt mir gerade... Mach mal die Bilder um. Um Gottes Willen, hallo? Nein, 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 nein. Warum? Die haben da Metallstangen zwischengebaut. Hä, sind die verrückt? Sag mal, ich hatte schon mal das Ereignis, mein Auto, das war Schrott. Todesfalle. Warum machen die das? Ja. Du bist so verrückt. Damit, wenn ich mich nicht wusste, habe ich damals, beim ersten Mal, wo ich hier lang bin, meine Frontscheibe ausgebaut. Und dann lag ich auf Astrid. Genau wie die gestern beim Crash der B, die von der Mauer geflogen sind. Ohne Verletzung. Aber apropos Mikrowelle, da fällt mir gerade ein Witz ein, ne? Weiß du, man sagt ja, äh, äh, hast du von mir ein Bild gemacht oder was? Nö, da schläge ich, tue ich jetzt gleich per Handy. Achso. Man sagt ja immer, das größte Genital hat der Buckelwall, ne? Einen Buckel hast du. Hier ist Hukis, hier ist Hukis. Aber den Rest musst du noch üben. Hier ist Hukis. Daraus könntest du ein Eis lang machen. Wo, hier? Ja, Hukis. Meinst du, hier kommen welche hin? Nein. Da musst du zum Erbefeld. Da musst du deine Eisdiener hoch machen. Ohne, da wärst du Millionär, zwei Tage. Multimillionär. Wobei, ich glaub, die arbeiten so kräftig, dass sie das gar nicht mitbekommen manchmal. Da musst du den verklickern, dass wenn die Eis essen, dass die noch mehr Erdbeeren mähen können. Mit ner Knarre? Ja. Morgens um 4 Uhr machst du Umsatz deines Lebens. Stimmt, mit Eis laden wie so ne Kartoffelkanone. Einfach direkt in your face, bitch. Boom, boom, boom. Oder du gehst mit so einem Bauchladen durch die Gegend. Und dann versteckst deine Waffe. Und jedes Mal, wenn die kein Eis kaufen wollen, nimmst du den Knarre und schießt in den Kopf. Mhm, dann sag ich Boom, Headshot. Und dann nimmst du denen das Geld weg. Wir kennen die Leute vom Boom. Boom, 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 boom. Das ist von Pinseln, von der Freundin. Das ist Eis? Du hast ne Eiswitzfreundin? Achso, von Boom. Ah. Warte mal, Oma, du willst einen Kopf schießen? Nein, ich hab nicht. Der Eismann. Wo ist denn hier der Autohändler? Ich weiß nicht, ich glaub, wohnt in der Stadt. Hier ist doch einer. Hier beim Burger. Was kauft ihr denn? Einen fetten Guardian? Ne, einen Rebler. Rebler? Oh. Das, ich glaub, das hält länger durch als euer Auto. Oh, hier. Oh mein Gott. Jo, wir hören uns, ne? Dankes, wir fahren. Ich gerne doch. Beim nächsten Mal gibt's Eis aufs Haus, ne? Versprochen. Du kriegst gleich einen auf den Deckel. Ey, warum? Ich hab dich gefahren. Achso, danke. Bitteschön. Bürgerfahrzeug. So, wir hätten gern ein Auto. Und zwar, welcher sollte das sein? Hallo, bist du der Autoverkäufer? Nö, leider nicht. Ich will selber eins kaufen. Achso. Werkschnütchen, welcher sollte das sein? Das Uber macht Rebler GTS. Ich bin ein Rebler. Aber neu, bitte. Neu. Beihunderttausend. Wie teuer ist der? Beihunderttausend. Ach, gehen wir morgen wieder fünf aufs Erbefeld. Oder ein bisschen Zement machen mit Spitzhacke. Oder wir schmieden goldene Goldbarren. Goldene Goldbarren, ja, ja. Siehst du das Fahrzeug im Katalog? Ne. Das ist auf der letzten Seite ganz unten. Die letzten Seite. Obermacht Rebler GTS. Ach, da ist er, ja. Hubschlau bei Landeplatz. Komm in die Gruppe. Einmal mit Karte zu sein. Ja, Karte. Hallo, Topfen. Pyro, danke für den Primal 14. Und? Machst du Papiere fertig? Ui. Das sieht doch schick aus. Twinkie, du fährst aber bitte, bitte, bitte sei vorsichtig. Das ist ein neues Auto. Oh. Der ist ja richtig schick. Willst du nicht vorne mal besitzen? Nein, ich sitze lieber hinter, Twinkie. Das ist ein super Auto. Jetzt riecht neu. Jetzt nicht mehr. Erzähl halt, dass der Familie Smoltz. Okay, wohin geht's? Ja, wir müssen jetzt Versicherung abschließen. Und fährt gut. Oh, das ist schnell, ne? Ja, das war richtig. Er muss mich anschnallen. Schlimm ich auch mal besser an. Oh, das ist ein super Auto. Oh, wir sehen aus wie eine kleine Familie. Wow. Richtig. Willst du noch der Kindersitz? Ja. Für wen? Für dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Arsch schweift. Oh mein Gott. Was ist denn los? Nichts, alles gut. Ja, dass ich vorher schon am Pfütze und hat meinen Arsch angefangen zu schwitzen. Sind das Ledersitze? Ja, Nappakinderleder. Ja, dann können wir das abfischen. Das ist okay. Das riecht gutes Holicleder. Ich kann mich gar nicht umdrehen. Mein Nacken ist steif. Sind die Diagramm halb stecken geblieben? Nee. Oh, guck mal, wir hatten hier ein Dingens im Dach. Twinkie? Ja? Gefährt sich? Ja. Ja? Ja. Mal ein bisschen langsamer. Du bist aber... So getrennig Kram, Alter. Ganz schön schnell. Ui. Es ist wunderschön. Fährt schnell, ne? Ja. Oh mein Gott. Twinkie, bitte pass auf. Ja, ich hab auch nur ne Überraschung. Was denn? Ähm... Du holst ihn mit mich aus. Ach komm, nur einmal gucken. Nein. Ich bin ein Dichter. Ich bin ein Dichter. Ich bin ein Dichter. Wenn du lang drauf guckst, entwickle ich mich. Ich bin ein Raupi. Oh, der... Oh, der... Der hat ein Rasenmäher. Ich will auch ein Rasenmäher. Wir haben uns gerade ein neues Auto gebacken. Ja. Haben wir denn einen großen... Habt ihr denn einen großen Garten, dass ich einen Rasenmäher oder... Oh mein Gott. Was ist denn? Ich bin am Schwitzen. Nichts, alles gut, Twinkie. Nichts, alles gut. Alles gut. Was ist denn los? Alles gut. Pudding Dutch. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn? Alles in Ordnung. Oh, ich bin das. Hat was verschliegen? Oh, für einen guten Moment dachte ich, das war's. Ja. Ich wollte schon mein Testament unterschreiben. Schreibe an mich. Du schuldest mir Geld. Warum schulden wir dir Geld? 60.000. Ich habe halt. Du meinst, das hattest du ohne. Schreib's auf den Bierdeckel. Ja, mache ich. Verhalt. Nein, nein. Schulden werden immer zurückgezahlt. Na, Specknissim, willst du da noch irgendwas dran machen lassen? Also, ich bin ganz ehrlich. Ich finde die Farbe top. Ich finde die Felgen top. Innenausstattungsfeind des Holyknappers, die Kinderleder. Also, super. Gefällt dir, ja? Super. Ja, und der? Der wird nicht wieder rosa lackiert. Nein, Twinkie. Aber der war pink. Ist alles das Gleiche. Nein, rosa ist für gold. Sack, schau, halt dein Mund vor mit Schamil. Da kommst du, dass du mir reinredest. So redest du nicht. Mann, warum? Die reden alle so nicht. Nein. Du redest nicht so. Mann, aber die Rammos reden alle so. Es wird in diesem Auto nicht diskutiert, okay? Ich sag, du redest so nicht, dann wird so nicht geredet. Aua. Oh, die Frau hat gesprochen. Oh mein Gott. Was ist denn los mit euch? Seid ihr alle auf Drogen? Nee, du fährst gut. Das weiß ich selber, Tanuka. Keine neue Sache. Mit den neuen Kontaktlinsen bist du hart scharf in den Kurven. Weiß ich auch. Geht wieder zu. Wo fährst du hin? Bist du besoffen? Ja, weiß nicht. Wohin wollen wir denn? Ja, zur Versicherung. Ach so. Entfinde Versicherung. Wir brauchen noch ein Nummernschild. Ach ja. Ja, weißt du denn schon was überhaupt? Wir brauchen irgendwas richtig cooles. Wie wär's mit ein paar Nullen? Nein, aber Twinkie brauchen echt was cooles, falls wir das irgendwann mal wieder verkaufen wollen. Okay, pass auf. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo das überhaupt war. Du passt jetzt erstmal auf Ruhe. Nein, halt die Klappe. Ich hab gesagt, du würdest nicht geredet. Ja, Chef. Sag mal, wer fährt grad Taxi? Weißt du das? Pinden sie, wer fährt grad Taxi? Keine Ahnung, bin ich Moses. Kann ich was erteilen? Wo soll ich denn wissen? Wissen wir nicht, aber ich glaub, Ginny fährt. Hat er irgendwer eine Leitstelle? Oh, hier. Verdammt. Twinkie, wer war grad an der Leitstelle? Weiß ich nicht. Ja, Frau oder Mann? Mann. Da war ein Mann an der Leitstelle. Ja. Warum gehen wir mal durch? Ja, weil seit 5 Minuten jemand von der Werkstatt versucht, ein Dachbezirung. Das ist für die Nachbarn im dritten Stock, der hier überkennst du auch nicht. Ja, was machen der Smalltalk am Telefon? Ja, hab ich auch das Gefühl. Krieg ich hier von jedem mal durch. Danke, Peanut. Kein Problem, Chef. Hau rein. Pass mal auf, ich rede so wie ich will. Hast du verstanden? Nein. Doch. Nein. Wir können direkt am Haus vorbeifahren. Hier ist Haus. Nur, wenn am Haus vorbeifahren. Ja, aber nicht, dass du aber da nur was schlimm ist. Was? Ich schrei noch nicht so. Hat er uns beleidigt? Nein. Keine Ahnung. Ich hab dann das rausgehört. Wir brauchen ein cooles Nummernschild. Ja. Wir sind hier schon wieder los. Ja, ist nur noch neue Gang. Wahrscheinlich so eine Gang oder so. Ja. Na, Security. Ich bin hier in die. Du kennst, was wollte er. Klein T-Bone oder so. Ist ja jetzt eh schon vergeben. Weiß nicht. Familie. Lass uns brainstormen. Ja. Family. Gibt's doch bestimmt schon. Ja. Ich hab nie eine Idee. Wartein. Family. Habt ihr mal irgendein Haustier gehabt? Ja. Wie heißt er? Er ist schot. Godzilla. Sie hat ein Meerschweinchen, das ist Schnitzel. Schnitzel. Hast du gar nicht gehabt. Hab ich doch. Muss dich aber weggeben. Die war sehr traurig. Hat man Hamster, die hieß Frau winzig. Wie wär's mit Twinknut? Was ist ein Twinknut? Na, eine Mischung aus unseren Namen. Twinknut. Das hört sich ja wie ein ganz ekelhafter Porno. Twinknut. Gerade. Boah, ich hab was. Was ist mit X? X, 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 L oder so. Das passt so. Oder fünfmal oder sechsmal X, L. Fünf X, L. Okay, warte. X, 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 L. Nein, fünf X, L. Ach so, okay. Kleines Nummer Schild. Fünf X, 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 X So, und jetzt, warum steigst du da hin, ich? Ich dachte, du willst neben Twinkie sitzen. Der will nämlich nicht mehr neben mir sitzen. Boah, sitz dich halt neben dir. Nein, du hast zu spät. Nö. Jetzt will ich dich auch nicht mehr haben. Hast du gesehen, wie ich hier drübergekleidet bin? Ich will doch immer nur in deinem Nacken riechen. Du solltest das neue Auto nicht kaputt machen. Es geht nicht kaputt, es ist ein SUV. Oh ja. 719 ist schon vergeben. SUV. Da fährt die Grove mit rum. Ich weiß schon nicht. Mach bitte Licht an. Mach einfach Licht an. Sag, mach Licht an, wenn ich sag. Du redest nicht so. Nein, ich klatsch das. Du kannst gleich aussteigen. So viel kann ich mir sagen. Wirklich. Ich hab keine Lust mehr auf diesen Ton. Ja. Wenn du dich jetzt endlich mal benimmst. Ich bin der Familie in Oberhoff-Vogel. Nee, ganz sicher nicht. Ich glaub aber auch nicht. Ich hab Ruhe jetzt. Kein Mann ist das überhaupt. Doch, ich. Absolut nicht. Oh mein Gott. Also in der Straße wohnen wir. In der ist ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier. Das rechte Haus ist schwarze. Schaut aus wie ein Eingang vom Lagerhaus. Hä, was redest du? Das ist neu. Modern. Schau dir den Garten an. Der ist süß. Wow. Wow. Wow, was ist das denn? Das nennt man Fensterscheibe. Nee, aber man da steht. Was steht denn da? Sieht aus wie ein Sessel, wo eine Katze drauf sitzt. Das sind die Vorhänge, Mann. Die sind voll so wie Karton. Ja. Ach, nicht meine richtige Stimme. Hm. Das wird top. Toll. Ja, Wille. Ja, wollt ihr Taxi fahren oder eher nicht? Und wieder mit Wasser vor der Tür. Ja, doch, wir fahren mit dem gleich arbeiten, glaub ich. Äh, wollt ihr die Leitstelle dann gleich haben? Ja, ich quatsch mal mit Twinkie. Was? Ich quatsch mal mit Twinkie. Ja, mach dann. Dann ruf mich nochmal an, ja? Alles klar. Danke, tschö. Danke. Ja. Ja? Wir gehen rumknoten bis hier. Vorsicht, Oma. Opi, bin ausgerutscht. Ab durch die Henkel. Ja, das war gut, aber wir sind im vollen Auto. Der Willi hat gefragt, ob wir arbeiten wollen. Ja, aber später nicht. Können Sie von dem Busch runterkommen, später bist du wieder voller Dornen. Bisschen. Oh mein, nix darf ich, Alter. Kein Glücksspiel, ich darf nicht mit erhobener Stimme reden, amal. Jetzt komm mal runter. Wo ist denn eigentlich unser eigentlich? Nicht auf der Hecke da. Oder meiner. Da komm mal, ob mein Hals knurrt. Folge. Dein Hals knurrt? Da sitzt ein kleiner Hund. Ja. Da ist ein Schwanz drin. Ein kleiner Pimmelchen. Oh, getönte Scheiben. Ja. Dann ist hier links jetzt noch eine Wohnung. Ja? Ja. Ja, was heißt hier? Hm? Du musst hier ja nicht wohnen, du Arschloch. Ey, nein. Ich meine, hm. Nicht, hm. So, ähm, hm. Die besorgen ein großes Haus, jede Wohnung, du, hm. Hä? Ja, wenn nix, hä? Oh, schicke. Mutti, gib ihm Feuer. Feuer. Du bist nicht dicker. Und hier vorne ist die Garage. Ja, keine Sorge, die Laterne kommt noch weg. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich. Eigentlich wollte ich dich heute dagegen hauen, Pinsel. Was? Ich wollte dich gegen die Laterne hauen. Aber. Damit die weg ist. Ja, das schaffe ich nicht. Habt ihr gut ausgesucht. Schämes Haus. Das ist sehr schick, richtig? Und wo parken wir? Da, da. Hier, wohergeparker. Okay. Du nicht. Doch, ich muss auch. Wie viele Autos hast du? Wir passen maximal drei hin. Ich hab eins. Also ich hab viele, aber ich fahr hier nur mit einem. Wohnen wir zusammen, Oma? Ich kann auch in der Garage schlafen. Hier kommen meine Butze. Aber wenn die groß genug ist. Ja. Reicht. Wir holen uns ein Wasserbett. Für deinen Rücken. Ui. Okay. Jenny hat gefragt, ob wir arbeiten wollen. Ja. Ich wollte euch noch was zeigen. Wir müssen aber dafür zum Taxi fahren. Okay. Ich bin jetzt montiert zum Batman. Was war das denn? Ja, was war was denn? Ach, nix. Komm. Oh, komm. Ey. Du musst langsam. Ach, egal. Ich krieg ja ihnen nur Ärger. Ja. Ja. Da ist unser Roller. Das war Roller. Der ist an. Warum steht denn der hier? Weiß ich nicht. Der ist an, oder? Guck mal. Ja. Hä? Was ist denn der an? Boah, das Ding keiner geklaut hat. Ja, ich sag doch. Das ist Kennzeichen. Ja, stimmt. Dann schließ den ab. Den nehmen wir nachher mit. Ja. Immer runter da. Was sieht so heiß aus, dass wir den noch mitnehmen können. Warum doch jetzt nicht? Nee, nee. Ach, komm. Halt's Maul. Du hast dich echt verändert. Warum? Ja. Du bist nur am Schicken. Bin ich gar nicht. Versuch nur alles in deinem Hut zu bekommen. Der Schlauler. Wir haben wieder gute Arbeit geleistet. Das wundert mich echt, dass den Roller keinen Dings geklaut wurde hier. Auch. Wir haben ihn noch nicht gefunden. Wie bitte? Mich wundert es echt, dass der Roller nicht geklaut wurde. Ja, die hatten Angst. Aber da siehst du mal, Hase Peter. Unsere haben sich nicht mal um den Roller gekümmert. Dreckig. Ja, was für Freunde. Da braucht man ja echt keine Feinde mehr. Dafür fahren wir alle Autos, Schrott. Ja. Alle Taxis. Der Pinsel meint, ich zick nur. Ja, du bist schon ganz gut manchmal darin nur zu zicken. Oh, ich gebe mir alles auf den Sack. Ach, komm. Ach, komm. Jetzt habe ich ja schon mal zwei Frauen. Sei bloß vorsichtig hier. Sei bloß vorsichtig. Oh, ich habe übrigens wieder zwei Frauen Hausverbot im Krankenhaus. Bis zum 12. April Hausverbot. Kriege ich auch noch einen Schlüssel fürs Auto? Ja, wenn du dich benimmst. Ich bin neben mich. Warum hast du dann nicht gesagt, dass wir hier links müssen? Ja, weil so möglichst uns wieder angemeckert hättest. Ach, komm. Ach, komm. Und dann willst du wieder kuscheln, ne? Ich gehe mit dem Arsch machen. Kannst du mit dir selber kuscheln? Wie wieder lutscht ich dir nur Tell aus dem Fuß Zwischenräume. Oh mein Gott. Oh, ich wäck dich hier hin. Komm, so weit müssen wir jetzt auch nicht gehen. Ja, dann hör auf zu sagen, das ist zick. Zick nämlich nicht. Manchmal schon. Da, jemand hat den Roller aufgehoben. Unrepariert. Ui. Oh mein Gott. Aua. Ah, Twinkie. Ja. Unfall. Ui. Oh, krass. Toll. Warum baust du einen Unfall? Kriege ich einen Schlüssel? Ja. Also, mach nochmal auf. Ich habe nur die Tasche von euch. Du wartest jetzt. Ich weiß jetzt weg, du sicker. Nein. Ja, bitte schön. Danke. Ja, ich muss auch noch was ins Auto pappen. Ja, dann mach du auch. Jeder war nicht gut aus. Ist er aufgebockt hinten? Ich glaube, er ist wütend. Wie so ein Esel. Ui. Ups. Regue es gerade in Patsche. Egal, lad hinten rein. Da kommt ja jetzt eh keiner dran. So, okay. Sieht doch gut aus. Was wolltest du uns jetzt zeigen, Pinsel? Ähm. Ich bin jetzt super Held. Warum? Also nicht wirklich, aber ich bin... Ich komme sofort, okay? Okay. Muss ich heute holen. Mach eilig. Komm, wir holen ab. Wir hatten Überraschung für euch. Wir müssen gleich das Haus rauben. Groß... Groß... Was? Was? Das Großraumtaxi. Ja, müssen wir gleich fahren. Wir sind zu viele, ne? Ja. Aber es ist ja nicht schlimm. Ja, aber ich glaube... Ich glaube, ich gehe, Mädchen. Du gehst schlafen? Ja, ja. Warum? Ja, ich weiß nicht. Oder ich mache nicht allzu lange. Ich bin alt. Da sieht man. Komm, Katja. Laut ihn euch an. Wow. Das sieht scheiße aus. Das sieht echt scheiße aus. Und was bist denn du jetzt für einen Superheld? Pinse, was bist denn du jetzt für einen Superheld? Ach so, der. Oh, nicht. Der Schweigsame. Oh, schön mysteriös. Darauf stehen die Weiber. Und warum hat der eine Blumen warst auf dem Kopf? Ich weiß nicht. Ist das jetzt Teil der Show? Ich denke. Wo hat er denn das Moped schon wieder geklaut? Ich habe keine Ahnung. Okay, Snickers, danke schön für den Primes ab und her zu kommen. Ich weiß auch nicht. Und Big Ultra, danke für den Primes anwesend. Ich weiß nicht, dass er schon wieder irgendwer noch gewohnt hat. Und erste Mal, danke schön für den Prime Elften. Was hat der für Probleme, der Typ? Ich weiß auch nicht. Der macht mich manchmal kürrer. Kiri, Kiri, Kiri. Richtig. Richtig. Unser neues Auto ist schon echt hübsch, ne? Ja, habe ich doch gesagt. Aber an so einem Bonbonrot wäre der auch zum Anbeißen. Ja, aber so ein Bonbonrot, so ein dunkles Knall. Ja. Haben wir noch Geld übrig? Ja, bestimmt ein bisschen. Ich schaue mal. Ansonsten zahlt der Pinsel. Du hast echt einen schicken Schal, Oma. Vielen Dank. Warte mal, versuchst du gar mit mir zu flirten? Nein. Ich habe doch nur Danke gesagt. Ich bin nett. Du bist die abgelaufene Mädch. Ja, aber... Was? Was hast du gesagt? Oma? Sag, dass ich nicht sauer und flockig bin. Hallo? Ja? Okay. Ach, du hörst mich nicht. Ja doch, ich habe doch zwei gesunde Ohren. Ja, ja gut. Hast du die Jacke selber gestrickt? Nö. Was sind das Problem? Ich habe im Versand... Wollte ich nicht. Ich habe im Versand Handel gekauft. Wer hat das gekauft? Ich habe im Versand Handel gekauft. Ach so, im Teleshopping-Kanal. Ja! So viel haben wir nicht mehr. Ein 60.000. Ja, das passt aber noch. Ja? Ja, ja. So eine Lackierung kommt noch. Da muss auch was für die Möbel draufgehen. Dann die Miete. Ja, 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 oder? Was aber noch? Was aber noch? Können wir nachher kurz zum Hire machen? Geh mir das Lackieren. Außerdem arbeiten wir ja gleich noch. Du gehst jetzt einen Schlüssel für meinen Roller oder nicht? Oh, nee, nee. Ich habe ja einen. Ich habe ja auch gerne einen Roller. Ach so, ich hätte einen Schlüssel, gerne. Ja, dann kriegst du den, warte. Danke. Ich drehe mal eine Runde, okay? Ja, aber nicht kaputt machen. Dann könnt ihr ledige Gespräche führen. Nicht kaputt machen. Verspreche ich mir das. Ja, Wallabilla. Er war teuer. Ja, den hast du geschenkt bekommen, die lügende Schachtel. Oh, der macht so gleich einen Unfall. Oh, der ist da getunnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist da voll schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scooter tuning is not a crime Oma, den hast du ja getunt Nee, der ist nicht getunt Doch, da sind die Drosseln raus Den hab ich so gekauft Das einzige, was da neu ist, ist das Köfferchen und der Leopardenbezug Da muss noch ein gedrehter Auspuff dran Neue Gegendruckfedern Neue Variomatik Und 70 Kubik Den kriegen wir so locker auf 160 Da kommt der Mörderbischop wieder Können die alle nicht reden? Was haben die für Probleme? Weichensprache Guckaloo Hi Hi Was geht? Ja 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 Hallo 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 Ja 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 Jeff Ja 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 Er redet Ja Es ist Party, ne Party, es ist eine Party. Wo sind denn die ganzen Leute? Abgefällt? Das ist voll. Echt? Vielleicht sollten wir auch mal helfen. Oh, da fliegt schon wieder so ein Käfer. Was ist mit Pinsel? Weiß nicht. Deswegen geht es auch nicht so gut. Und haben wir die Arme hoch? Ui, ich lüfte meine Achseln. Oh, das riecht mal. Oh, die haben gequietscht. Das ist mein glückliches Schultergelenk. Oh, guck, mein Marienkäfer. Oh, nicht schon wieder kaputt machen. Nein, 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 nein. Nein, Twinkie. Guck mal, wie lieb der guckt. Oh, halte den. Guck mal, nimm mal auf den Finger. Hey. Oh, nein. Du darfst den nicht schon wieder töten. Das war der verletzte Mal. Der hat ein Gipsbein. Und eine Augenklappe. Oh, der hat jetzt noch eine Augenklappe und ein Augenklappe. Jetzt ist er tot. Du darfst doch Zeit. Da liegt er. Nicht auftreten, Oma. Nein. Ich nehme ihn nach hoch. Ach, die Oma darf damit spielen, ne? Oh, mein Bein hat ihn. Jetzt kann er ja auch niemand mehr angreifen. Der greift niemanden an. Ja, ja. Weißt du, ich werde mir ein Haustier besorgen und das darfst du nicht töten. Ach ja, und was? Oh, ich setze ihn dir auf den Hut. Danke. Jetzt bin ich hübsch. Oh. Oh. Ich werde mir ein Haustier besorgen, Wartab. Jetzt nicht mit dem Schmetterling. Der rast sich komplett aus. Was viel Cooleres werde ich mir empfangen. Oh, kein Berg Löwe. Du darfst es nicht töten. Gib mal einen Tipp. Ein Insekt? Das sage ich nicht. Oh. Das ist spannend. Ich werde es füttern und ich werde es pflegen. Das ist doch nicht so eins wie diese Pikamons oder so. Nee, kein Pikamons. Das sind gefährlich, okay? Ich werde mir ein Haustier holen, was so mir passt. Und ich werde ihn haschischen nennen. Ich sehe ja so einen kleinen Frosch an deiner Seite. Ja. Ich werde was holen, was so mir passt. Und ich werde ihn haschischen nennen. Ich sage ja einen kleinen Frosch. Okay. Und den darfst du nicht töten, Twinkie. Weil ich hau dir auch nicht auf den Popo, wenn da wieder die Fliegen sind. Das will ich ein neues Pony. Warum neues? Du hast gar keinen Pony. Jawohl. Zuhause. Ja, aber das können wir ja rüberbringen. Ja. Können wir einfliegen lassen. Hallo, Jack. E-White-Bad. Dankeschön für den Prime empfiehlt. Oder ich werde ein Vogel. Du hast einen Vogel. Was für einen? Einen süßen. Ich habe zwei Welsentiche. Einen Sittenwellen. Das klingt doch schon mal wahr. Noch wahr. Willst du ein Papageil? Einen Papageil wäre auch schon cool. Dann brauchst du aber ohne Augenklappe und Holzbein. Stell dir vor, dann stehe ich hier mit meinem Papagei und der so, ach komm, ach komm. Ach komm. Ich werde einen Haustier holen und du wirst dich auch drum kümmern und du wirst ihn nicht töten, den Haschisch. Wenn du ihn so nennst, kann ich für nichts garantieren. Doch. Darfst du ihn nicht töten. Ich würde schon immer ein Haustier. Aber wo ist denn jetzt der Pinsel? Weiß nicht. Weiß nicht. Ich würde auch jetzt gerne langsam arbeiten. Ja, ich auch. Außer mein Besturz. Ja, Twinkie. Ich mag das nicht so. Danke. Ja, wollen wir sonst einfach loslegen? Der wird schon anrufen, oder? Jawohl, mein Schnippeges. Oh, da ist er ja. Hi, liebe Mutter. Danke. Hi. Hast du mein Badmobile gesehen? Ja, was bist du jetzt für ein Superheld? Ich bin Rocker. Rocker. Oh, das Bike sieht aus wie Scheiße. Ich bin Ronnyman. Was denn? Das sieht echt dumm aus. Toll. Also nicht du, sondern dein Bike. Boah, ich habe eine Sechs gewürfelt. Oh, Hase. Ich habe eine Sechs gewürfelt. Was hast du jetzt gewonnen? Zack. Fahr doch erst mal. Wo ist der Chef? Bishop. Bishop, komm. Jetzt hast du schon eine Uhrzeit. Oh Gott. Was denn? Kommt doch jetzt ein Niedriger einfach. Wieso? Das ist doch super cool. Hast du Kennzeichen gesehen? Hol das Großraumtaxi und ich trage uns ein. Oh. Okay. Pinsel. Hui, du bist der schicke Wurm. Habe ich gar nicht gesehen. Pinsel. Ja? Ich will Glücksspiel machen. Oh Gott. Die betrügen. Was? Die lügen und betrügen. Du lügst und betrügst. Mann, ich wollte jetzt euch mein Batmobile zeigen und du sagst hässlich. Ja. Mit Kackfarbe. Warte kurz. Toll. Oh je. Bishop. Ja? Komm lass uns würfeln. 1000 Dollar. Okay. Der höchste oder niedrige? Die höchste Zahl gewinnt. Okay. 10.000 Dollar. Okay, gleichzeitig aber. Okay. Gleichzeitig ist es doof, oder? Stimmt. Weiß ich nicht, welcher Würfel mir ist. Äh? Ich kann ihn nicht auseinander halten, welcher Würfel welcher ist. Warte, ich mach halt erstes. Okay. Nee, warte, warte. Cass, ruhig jetzt. Wir spielen hier. Fuck my life. Ja, bring mir Glück. Ich hab ne 5. Ich mach kein Glücksspiel, Twinkie. Oh, stopp. Bist du hier um Geld? Nein. Nein, Quatsch. Boah, dann komm jetzt. Ich bin nachher meine 1000 Dollar am Bischof. Wie? Was höre ich? Was? Du behältst dein Geld. Nein. Bishop. Bishop. Hey. Oh, ich hab noch Schulden. Komm mal mit. Hey. Komm jetzt. Bei mir, oder? Hey. Ich hab 1000 Dollar gewonnen beim Glücksspiel. Ja. Nee. Was haben wir gesagt? Kein Glücksspiel. Ja, kein Glücksspiel. Du kannst ja jemanden suchen, der das erlaubt. Ich mach das sicher nicht. Dürfen wir mit dem Taxi fahren? Wo fahren wir hin? Zum Parkplatz. Achtung. Wo ist Pinsel? Mann, ich hab 1000 Dollar gewonnen. Er ist zur Werkstatt. Hast du ganz sicher nicht. Doch hab ich. Was? Kein Grund hier rum zu beleidigen, Peanut. Ich hab nichts getan. Okay. Gar nichts. Ja, das kannst du mir gleich geben, Peanut. Warum? Ich hab gewonnen. Nee. Glaubst du, ich kann keine Scheine sehen? Tschüss. Tschüssi, viel Spaß euch. Der hat sich verzählt. Der hat mir... Ah, ist Pinsel. Der hat mir 10.000 Dollar gegeben. Ich glaub, der hat sich verhört. Ich wollte nur 1000 Dollar. Ich hab 10.000 Dollar gewonnen. Opa. Siehst du, Glücksspiel bringt auch Geld. Jetzt bin ich wieder bei Plus Minus Null, Twinkie. Ja, und du wirst nie wieder spielen. Warum? Nie wieder. Das ist unser... Ja. Aber... Aber Glücksspiel macht nichts süchtig. Nie wieder, sage ich. Aber das sind 10.000 Dollar. Nie wieder. Und nächstes Mal sind es Minus 100.000. Ach Quatsch, so hoch würde ich nie gambeln. Ich steige ein. Hast du Leitstellen, Telefon? Billy hat das. Billy hat das, okay. Welches Taxi ist das hier nochmal? Big, ne? Big Shack. Big. 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 Was ist mit Pinsel? Der ist immer noch bei der Werkstatt. Ich rufe die an. Wie, bei der Werkstatt? Warum? Na ja, bei dem Motorrad. Ach so. Billy geht nicht dran. Ah nee, jetzt ist er beim Taxi. Um Korin,ager 17 Rufe. Glock, glack, glack, glack! CAMER Kam, Ann Jay. 0 Komm Ronny, Bus fahren. Come Pinsel, Bus bauen! Apollo 4 Von Montgomery 3 Ich bin doch hier ganz nett vorbeigefahren. Bischof, nachher wieder eine Runde. Ja, okay, nachher wieder. Aber sag Twinkie nichts. Okay, sag ich hier nicht. Die ist nur um 100.000. Okay, nein. Doch. Bakle, jetzt simulier hier nicht rum. 100.000 Dollar in kleinen Scheinen. Okay. Hast du schon das? Los geht die Wellefahrt. Oh Mann. Was denn? Wir müssen noch mal arbeiten. Nein, ich bin so stolz auf meinen Moppelsund. Pinsy, ich habe gerade 10.000 Dollar gewonnen beim Würfeln. Jo, ich habe angefangen mit 10.000, dann hatte ich 100.000. Und? Dann bin ich all in gegangen. Und dann? Dann hatte ich 200.000 und dann habe ich alles verloren. Wie hast du, Twinkie? 200.000 Dollar. Aber ich habe alles verloren. Nein, Pinsy, Arschloch. Aua. Sag das nicht. Oh, voll auf den Hinterkopf. Beim Glücksspiel kann man nur gewinnen. Da kommt immer nur gewinnen nach Ausgaben. Aber ich habe voll auf verloren. Nein. Pssst. Pssst. Twinkie. Beim Glücksspiel kann man nur gewinnen. Ehrlich. Man zieht immer ein Glühreck. Erste Edition. Immer. Bei jedem Pack. Wenn man kurz schon Handschuh fährt. Wenn man kurz schon Handschuh fährt. Twinkie. Aber war das hier? Twinkie? Warum antwortet die nicht? Doch, die redet. Aber die redet leise. Twinkie muss lauter reden. Wo war's? Nichts schon okay. Wo den Teutchen? Ich habe gesagt, du kannst eine neue Frau suchen, wenn du spielen willst. Nein, dann spiele ich nicht. Du bist viel wichtiger und ich habe dich viel lieber. Nee, ich habe das gerade gehört. Diese ganze Heimlich-Turerei, weißt du was? Es geht mir auf den Sack. Nein, ich entscheide mich jetzt für dich anstatt fürs Glücksspiel. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube dir auch nicht. Ich schwöre. Du siehst du? Pinsse, fahr mich nicht im Glück, du Arschloch, du dumm bist du. Ich bin so allein. Ich habe sie nicht so gemeint. Ich entscheide mich für dich, Twinkie. Du bist mehr wert, jetzt alles Geld gewendet. Wenn ich das einmal mitbekomme, ne? Spektikchen. Dann war's das. Ich bin kein Spektikchen. Spektikchen, sag ich. Du hast Tittchen gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ui. Was war da? Was war da? Da war eine Verfolgungsherde. Wo fahren wir hin? Ich weiß nicht, wir warten auf einen Kunden. Ja, Billy gilt nicht am Handy. Ja, doch, ich habe da schon mit dem telefoniert. Schön, dass du mir das auch mal mitteilst. Ja, nichts kriegst du mit. Und das zum Thema Geheimnisse und Heimlich-Turerei. Nichts kriegst du mit. Oh Mann, ich bin hier zwischen der Front. Ach, du bist der schmieseste, besteste Freund auf der Welt. Warum? Weil du mir im Rücken fällst. Nee, er ist der beste, weil er jetzt nicht mehr ist. Aber ich sitze schon vor dir. Wenn du jemanden willst, der mich anlügt, dann kannst du auch mal... Nein, dich soll niemand anlügen. Wir suchen dann im Eger den Böse. Ich bin so und ich, wir sind nämlich richtig dicke. Lass dich jetzt, Baby. Du weißt genau. Du bist die Einzige für mich. Ich muss kotzen. We together forever. Ha. Halt die Klappe, du musst kotzen. Du weißt, es nicht ist, wenn man wahre Liebe in sich hat. Du spürst keine Liebe in mir. Weil da weiß ich den Text grad nicht. Deswegen freestyle ich. Oh, oh. Bär dich. Jetzt kriegst du Ärger. Jetzt kriegst du Ärger. Ja, Chef. Willi, wir fahren Taxi, ne? Ja. Oh. Dann sagst du uns Bescheid, wenn du Leitstelle hast. Äh, wollt ihr die Leitstelle? Oh mein Gott, Twinkie, pass auf! Oh Gott, was macht... Fahr dir mit dem Bus? Ja. Ja, habt ihr noch Platz? Ja, wir haben noch Platz. Ja, pass auf, dann bevor der Holländer die Leitstelle kriegt, dann... Ja, komm du mit uns. Ja, dann fahr ich mit euch. Okay, ich fahr den Kunden dran. Äh, beim Taxi. Ich fahr den Kunden noch runter in die Southside und dann komm ich, ne? Alles klar, bis gleich. Okay, bis gleich. Wir wollen den Willi zu Hause ab, beim Hauptquartier. Der kommt mit uns, der hat die Leitstelle. Runter von der Straße! Ja. Hast du gehört, Twinkie, Schatzi? Ja. Gut. Haha! Du darfst aber kein, auch kein Glücksspiel machen, okay, Twinkie? Ich mach kein Glücksspiel. Und du hörst auf, im Teleshopping-Kanal Schmuck zu kaufen, der nix wert ist. Der ist wohl was wert. Nein, ist der nicht. Ach, du hast keine Ahnung. Ach, da hab ich wieder keine Ahnung. Aber du hast Ahnung vom Glücksspiel, ne? Ja, natürlich. Ich hab aber ein Buch gelesen, ich mach Glücksspiel mit System. Oh, hier wird geschossen rechts. Soll es das jetzt gewesen sein? Hält uns dann keine Lösung ein? Die Möglichkeit ist viel zu klein. Klein. Doch ich liebe nur dich allein. Liebe nur dich allein. Kennst du das? Ja. Tupac. Nee. Nicht? Nein. Klar war das Zupac. 9, 1, 5. Klar war das Zupac, du bist ein Lügner. Nee, das waren andere. Hallo, ich hab heute auf meinem Handy so eine Nachricht gehabt, ich soll hier anrufen. Hab ich gewonnen? Gesundheit. Bitte. Nein, hier ist Ronny. Aka Dirty Pinsel. Ach, hier waren wir ja heute noch gar nicht. Brauchen wir einen Arzt? Ähm, nee. Nee, was fragst du mich? So ein Quatsch. Hey, tu die Knarre weg. Ja. Ui, 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 ui. Tu die Knarre weg. Okay, bye. Ja, Kusa. Das sieht ja gefährlich aus. Warum fährt der Chef mit Schlitzrädern? Diese Schlitzräder. Du hast Schlitzrädern ermoppelt. Hey. Hey. Ui. 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 Alle Ehre. Weißt du, ich stell einmal mein Mordet hier hin. Ich liebe nur dich. Ich brauch Glücksspiel nicht. Versprochen, mein Chance. Wallah, will der Korani. Ich hoffe, du glaubst mir jetzt. Na, das wird sich noch zeigen. Ja. Ui. Oma, was guckst du nur da auf dem Tablet? Ich such nach neuen Klamotten. Such mal lieber einen neuen Stuhl, der quietscht. Nein, das ist nicht mein Stuhl. Deine Hüfte. Das ist mein Arm. Robocop. Hast du einen Robocop-Arm? Das ist nicht der Stuhl. Ist er ja wohl. Der Arm quietscht. Oh, Leute, ne, Willi. Ja, dann bring doch mal den Kunde und dann kommt er. Backe ich mal ein bisschen vor. Oh, Freunde, ich liebe euch. Abey di da menein. Abey di da menein. Einige Mutter, diese Stimmbänder. Da komm, da will ich doch. Da ist er wohl. Er ist aber sportlich für sein Alter. Ja, setz dich wieder zu meinen Türchen. Ja, setz dich nach vorne. Ich bin selber schuld, wenn du da hinten bist. Ja, komm. Ist okay. Setz da vorne. Nein, ich will vorne. Ich will vorne sitzen. Nein! Hör auf, Peanut! Ich steuer dich. Wir haben Kunden. Ja, Moment. Kannst du mal eingeben? Wir müssen nur da hinten gesprungen. Oh, der hat ins Gesicht gepupst. Aber ich finde es geil. Das war 6-0-4. Da ist der Kunde. Bin drin. Kannst du was? Kannst du? Peanut? Ja? 6-0-4. Ich habe den Stadtplan nicht mehr. Oh Gott, dann muss ich nach vorne. Nein, lass mich gut gucken. Alles gut. Wir haben doch hier in der App aufgebaut. 6-0-4 ist über Parkhaus 3. Ein ganzes Stück dahin, wo die dicken Häuser sind. Ritschmann heißt er. 6-0-4, okay. Da drüber? Wie viele Straßen? Äh, 1, 2, die dritte. Okay. Hier, Händrich. Ah, okay. Tui, der ist geflogen. Liste halte ich schnell. Ho, ho, Harry, Potter und Archimus. Ähm. Ja. Haha. Äh. Willi, ich bin wieder raus. Was sitzt denn du da ganz hinten, Willi? Willi, wir sitzen hinten im Bus. Oh. Willi, ich habe ein Lied für dich. Ja, sing. Oh, Willi, ich liebe dich so, wie du bist. Durch dich habe ich erfahren, was Liebe ist. Was Liebe ist. Mama. Oh. Willi, nicht kann uns trennen. Papa zur Seite. Ich komme. Willi, Willi. Pum, pum, pum. Gennerti, das habe ich geschrieben. Ja, nee, das hat eine... 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 Der ist halt auf Krawall und Remi Demi aus. Ja, der Pinsel, ne? Ich liebe euch. Nee. Oh, guck mal, die Bäckerei hat auf. Warum sagt er keine Wunsch? Die werden überfallen. Achso. Bacardi, danke schön für Louis 790 Submate. Was geht, Brudy? Nix. Bisschen reinepingen. Auch. Trinkie kann mir verzeihen, dass ich glückspielsüchtig bin wie Monte. Kussi, 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 Multiple Ding. Du bist mein Teutchen. Ja, genau. Jetzt links. Ja, oder nein? Links? Und jetzt direkt wieder rechts die nächste. Nicht rechts? Ja, hier, genau. Nein, nein. Ja, 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 ja. Warm, 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 wärmer. Ui, ui, ui. Wärmer. Wärmer, wärmer, wärmer. Ja, hier einfach nur geradeaus. Schieb. Das klingt, als wärst du auf'n Klo. Los. Ach du Scheiße, wir verrecken. Mit dem Zug wär's geliecht. Quatsch, wir haben Airbags in dem Taxi. Yo, ich hab hier nicht mal Ansteig im Scheißbus. Wir sind hier nicht im Ghetto-Pinsel, yo. Und dann hier? Ja, richtig? Ja, hier rechts. Hier rechts. Rechts, genau. Ach du Scheiße. Show me the money. Take your ass. Show me what you got. Hier wurden die reichen Tübschen. Ja. Und jetzt auch hier auf der linken Seite gleich stehen. Ja, das steht da doch. Oh. Da vorne links. In the middle of the street. Von links. Das ist ja Patrino, aufpassen. Hallo. Ach ne, ne der. Hey, ich sei nicht so'n hübschig zum Fahrrad. Tasha! Sammeltaxi, steig ein, Patrino. Los, ey, Patronus. So, wohin darfst's gehen? Einmal zur Pü- äh, Verwahrstelle. Ah, Herr Gertzchen, Kaugum. Polizei, Verwahrstelle. Hm? Zu welcher Verwahrstelle? Dann auf'm Reihenverwahrstelle. Ah, okay. Ist eingebaut. Das sind fünf Kilometer. Okay, habt ihr, äh, soll ich abrechnen, oder? Nee, immer. Du sitzt ganz schnell. Twinkie muss die Bauer aufnehmen. Ruhe. Ja. Twinkie rechnet ab, aber nach Köln. Wir brauchen Geld. Wir haben heute sehr viel ausgegeben. Wir haben heute 200.000 Dollar ausgegeben. Und bald noch mehr für unsere Möbel. Ja, durch den Rest erweitern. Ja, unser besteser Freund Pinsel. Oh. Der ist in Gegend, dass du dir mein echter Freund. Der hilft aus in der Not, Willi. Danke. Und ich nicht, oder was? Und mich nicht, oder was? Du schuldest mir mal noch zwei Kippen. Sei mal ruhig, Ronny. Was säße? Du schuldest mir mal noch zwei Kippen. Ehrlich? Ja. Ja, guck mal ins Handschuhfach. Kannst du dir die rausnehmen? Nö, nö. Ich will jetzt nicht weggehen, hier. Nee. Guck mal rein. Sind die zwei gut genug? Oh, Sprutzigaretten. Ja. Wieso liegen die da drinnen? Weil die da eben reingelegt wurden, weil da welche zum Flughafen sind und fliegen mussten und durften nix mitnehmen. Oh. Ja, warum? Da kriegt man da oben einen Vögelstein. Sind auf die Insel gefloren. Dann willst du denn auf die Insel? Ja, ich nicht. Ich war da schon. Wir fliegen am Donnerstag auch im Holab auf eine Insel. Herrlich? Wurden eingeladen, ja. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Was ist Malle? Hey! Ole, ole. Oh, das ist schön. Oh, die Oma gefällt mir immer besser. Was hat denn eigentlich? Äh, die Twinkie. Und die fährt mittlerweile echt gut. Ja. Weißt du eigentlich, dass du im Kaugummi sitzt? Hä? Du hockst mitten im Kaugummi. Stimmt nicht, Lüge. Kannst du sehen? Das Taxi wird jeden Tag frisch aufbereitet. Das ist niegel-nagel-neu. Ja. Richtig. Als wäre er nie mitgefahren worden. Oh Mann, Erdnuss ist halt so gemein. Du bist gemein. Oh, komm, Binsel. Ja, doch. Und du hast Twinkie angelogen. Warum? Ja. Mit dem Lückspiel. Du hast mich damals angestiftet, nicht der Büchse? Du hast gesagt, komm, Binsel. Warte, dann hast du mich aber auch angelogen. Nein, der Büchse hat mich angezwungen. Der hat uns überredet dazu, Twinkie. Ja, wie jetzt? Ja. Wie eine Büchse war das? Ich hab mich nur versprochen gehabt. Na gut. Na schön. Okay. Ja. Ja. Pass auf, hier ist vorsichtig. Hier ist böse. Hier ist gefährlich. Ja, auch nicht mehr so wie früher. Ich bin auch gefährlich. Sind auch, glaub ich, alle im Urlaub. Rauf ist wieder da. Gono. Können wir nochmal hinfahren? Wer ist wieder da? Die Graf. Wer ist er? Och, sag mal auf, mir die Gedanken zu lesen, oder ich komme denn da vorne. Wir sind ein Verbrüder im Geister. Ja, ich merk schon. Radar von einer der Marder. Genau. So, wir sind gleich da, in 600 Meter. Das ist gut. Das sind nicht 600 Meter. Wenn Twinkie fährt, ist Pringel übrigens Pflichter her. Ja, richtig. Weil die bietet einen 1er-Service an. Massage mit Heavy Meal. Äh, machen wir den nächsten Kunden, oder soll der Holländer den kriegen? Nein, wir machen den. Okay. Der Holländer kriegt gar nichts, der will sich auch nie bei uns. Wir brauchen den. Taxi-Down-Ton-Cap, der will ja mal beraten. Hi. Wir sind da, wir haben unser Ziel erreicht. Äh, am DOJ, ja, okay. Wir sind gerade an der Verwahrstelle, wir kommen danach direkt zu Ihnen, okay? Radar hat nur ein paar Minutchen, bis gleich. Äh, okay. So, wie viel Trinkgeld sind Sie bereit zu zahlen? Ich kann Ihnen sagen, die Rechnung des Werten, 1650 Dollar. Machen Sie 10.000. Wir brauchen gerne Dollar. Das gibt's ja auch nicht, was krieg ich jetzt? Boah, danke. Kann ich auch was haben? Ja, auf die Fresse. Ja, auf die Fresse. Wieso? 10.000 Dollar. So, bitteschön. Ah, wie witzig. Trink, ich nimm den im Arm. Bitteschön. Ja, ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend noch. Also, viel Spaß. Danke, Sie, reicher Mann. Küsschen, mit Küsschen, beherrscht bald wieder. Gerne, gerne. Wer wird mich nicht nötig gewesen? Der hat eine Haschrausch, gibt Sie direkt einen Käppi an. So, einmal DOJ. Ich hab schon einigen, einmal eingeben für Twinkie. Ja, mach ich mal noch mal. Komm, jetzt schämen, dass ich jetzt kenne. Ah, sie zieh ich nicht mehr. Boah, mal fass das Auto schon wieder drin. Ich hab grad auch 10.000 gewonnen. Oh, der ruft an, der Holländer. Der hat was, der wittert das, oder? Oh mein Gott. Ja, Case. War das ein Unfall? Das war kein Unfall. War nicht? Er hat einfach scheiße geparkt. Kina, Ronny, ich. Bist du auch mal vergessen, du arroganter Sack. Der nächste Kunde ist dir. Ja? Wo war denn da ein Unfall? Ich hab vergessen, wo unser Haus ist, übrigens. Wo nochmal? An einem Kanal. Ja, welches davon? Ja, das ist schwarze auf der rechten Seite. Ja, dauert aber noch. Da hinten halt. Äh, fünf Minuten. Gibt's halt nur einmal? Sechs. Ja. Bis gleich. Tschüss. Okay, dann such ich. Warum willst du schlafen? Nee. Für Sozialpädagoge? Oh mein Gott. Ich seh, den bin sie nicht auf. Ja, okay. Aber bist du leidig? Wenn die Streetweather werden sollen, dann werden sie welch wie du. Dann würde ich jetzt in deiner Gruppe sitzen. Und würde dich dissen, weil du Crooks an hast. Aber nee, da verstanden. Von dir lass ich mich auch nichts sagen. Du bist nicht mein Fehler. Ja, wo hinten? Also fragen genau, wo soll ich hinkommen? Oder wir. Wo kommst du? Wo kommst du los? Wo waren wir jetzt eigentlich? Zum Department of Justice. Ach so. Ich hab doch im Navi eingegeben. Ja, 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 ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Sag mir am Knie schreien. Ja, die Barbecue Lodge. Okay. Okay, wo hinten kannst du das der Fahrer sagen? Oder wenn wir da sind. Börtel nach Barbecue Lodge. Okay. Börtel nach Barbecue Lodge. Nee, da bin ich aber nie da. Warum? Nee. Da haben wir auch Hausverbot. Was war das denn? Hausverbot. Da war ganz kurz gekiefert im Kopf. Siehste, wärst du mal meiner Gruppe gewesen? Ja. Hättest du den Exorzisten ausgetrieben? Ja, ja. Hättest du mich auch ins Bett gefesselt? Hättest du den Exorzisten ausgetrieben? Nichts will anders gehen. Scheiße, mein Fuß ist eingeschlafen. Warte, ich stelle Wecker. Wie der Holländer mich verarschen. Der will Kunden haben und jetzt geht er nicht an das Telefon. Ja, Holländer halt. Ja. Hauptsache anrufen fünfmal hintereinander, wenn er auf der Bergwacht arbeitet. Ich mag dich. Du magst mich. Sei ein guter Freund für mich. Ja, wer schläft denn hier? Oh, ich packe dir deinen am Arsch. Hallo, wer schläft hier? Dass das Kindergarten geht. Oh mein Gott. Oma. Ist das die Oma, die schlägt? Mach mal die Oma, was Pinsen. Ich schnarche wie ein Sägewerb. Ich schelte einen Schäden, oder was? Ja, schell dir mal eine. Oma. Mach einen Schoen-Slam mit der. Was ist das? Oma, musst du ins Bett? Oh, du bist wach. Du bist lange. Oh, oi, oi, oi. Das war der Willi, der ist da hinten dran. Will ich eigentlich schlafen? Ja. Du warst kurz Atemaussetzer, deswegen hat der Rolli dich wiederbelebt. Wieso ich? Willi hat hier voll deine Geschäfte und ist da hinten abgerannt. Jetzt ist er hinten. Wo musst du ins Bett? Dann würde ich nach Hause fahren. Wo musst du ins Bett? Ey, hol erst mal den hier ab da oben. Oh, geil. Willst du heute wieder die Nacht mit dem Pinsel verbringen? Wieso, war doch gestern geil. Schon wieder Verfolgung, ja. Ja, ich schlafe dann auf dem Sofa. Ja. Der Pinsel auf. Der kommt dazu, früher oder später. Ich habe jetzt verstanden, da kommt der Zugführer. Ja, ja. Die sollen mal Löffelchen liegen. Ich bin der große Löffel. Nein. Oh mein. Na gut. Pinsel ist der Göffel. Ich bin immer das Messer. Ja. Und ich bin das Schnitzel. Pinsel. Ja. Ja. Hör bitte auf, ich hatte schon Freitag genug mit dir hier im Bus. Ja, aber der Bus springen, Unglück. Meine Batterie ist auch fast wieder leer. Oh, guck mal, da läuft, fahr die nieder. Äh? Nein. Was ist denn da? Was steht da für ein Ding? Ja, das ist der Kunde. Oh, es war dunkel. Downtown Cap Taxi, hallo. Grüße. Grüße. Wollen Sie denn hin? Oh, ein bisschen in die Innenstadt, ne? Oh, da fahren wir gar nicht lang. Okay. Gut. Hücken Sie auf den M-Knopf an der Tür. Der blinkende M-Knopf. Das umgedrehte W. M für mal einsteigen. Dann suchen Sie sich einen Platz aus, wo Sie sitzen wollen. Wenn Sie einsteigen. Ja. Oder wollen Sie vorne sitzen? Ähm, wo ich sitze, ist mir ehrlich gesagt absolut egal. Aber ich sitze mich mal hinten rein. Alles klar. Nee, P.D. wollen Sie? Nee, Weinburt P.D. Soll ich ein GPS machen? Ja, mach mal ein bisschen. Kennen Sie den Tattoo-Laden oben in der Northside? Northside. Ah, da haben wir uns Tattoo-Laden oben in der Northside. Am Weinburt Boulevard? Exakt. Okay. Da wollen Sie hüllen? Da möchte ich hin. Da haben wir uns auch Tattoo-Laden lassen. Ja, Mensch. Die haben Skorpionengesicht. Ich hab jetzt den Arsch geweiht. Oma, du hast dir ein Skorpionengesicht tätowiert? Nein. Danke schön für den 41. Monat. Und next game, danke für Luis. Bis zum 13. 13 Monat, die können sich schon drehen. Wohl. Zeig mal. Bist du auf den Sitzekreibern? Sag mal, bist du auf den Sitzekreibern? Oder kannst du nicht auf den Sitzekreibern? Nee, ich glaube, du bist so ein. Oh Mann, du hast noch ein paar Minuten. Oh Mann, du hast noch mehr Geld in der Korinther. Nee, du hast noch nicht. Ich hab's jetzt gemacht. Nee, du hast noch nicht. Wir haben immer hier was Geiles und ich... Ich bin so aufgeschnitten. Weiß das? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ich habe kein Wort verstanden. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Was, Bruder? Was, Bruder? Was bestellst du? Ja, guck mal, die bestellt hier bei MacGees. Ich kenne die Farben. Was? Na, die hat ein Teppchen, die hat nichts am Stellen. Ich glaube, der... Der Waldaufenthalt ist hier nicht bekommen, wa? Was? Wisst ihr noch die Leute, die wir gefahren haben im Taxi, die gesagt haben, ich will zum Wald? Ich will zum Wald. Was wollten die im Wald? Holzsacken. Ihr seid hier die lustige Reisetruppe, oder? Jawohl. Ja, du kannst dich anschließen oder bist langweilig? Ich bin eher der langweilige. Lass dir von Pinsen nichts erzählen. Oh, ich bin auch schüchtern. Der kennt seinen Vater nicht. Ich kenne meinen Vater. Er heißt Papa. Ja. Wenn du willst, kann ich dich adoptieren, Ronny. Dann heißt du Ronny Katschmarek. Ach mal. Aber dann muss ich erst mal Griechisch lernen, weil du meinst. Was da bei mir sprichst. Ah, Griechisch jetzt schon, okay. Nein, der Wille ist der Pole. Pole? Ja. Trinky sagt immer, der spricht Polen. Kurva. Kurva. Ja, das war dann auch schlade, was ich weiß. Kurva. Hast du das gelernt in deiner Selbsthilfegruppe? Nein, in Counter-Strike. In Counter-Strike. Das habe ich auch mal gespielt. Glaube ich schon. Doch. Ich war ein globales Elites. Ich auch. Mit 120 Spielen. Wie? Also. Ich hatte nur, oh, keine Ahnung, 11.000 Stunden. Ah, doch. Na, gehen. Ja. Ich bin doch nicht mit einem Highway hier anhalten. Da war ein Schild, da stand eine Eins drauf. Ich dachte, man darf ihn nicht schneller fahren. Das ist der Highway 1. Ach so, ach so, okay. Ja, das muss einem auch erstmal gesagt werden. Oh, oh. Wir wurden geblitzt. Äh, Oma, kannst du... Oma, kannst du mir jetzt für mich was mitbestellen? Mann, soll ich bestellen? Äh, ich hätte gerne ein Neunder-Nugget-Menü mit Pommes, Cola, Mayo, Süß-Sour und ohne Eis. Das kriege ich hin. Danke. Schieb den Wald. Schieb den Wald zurück ins Meer. Was lassen Sie sich denn für ein Tato stechen? Wenn man fahren darf? Ja, ich lasse mir da gar kein Tato stechen, ehrlich gesagt. Ich wohne da in der Nähe. Ach, Quatsch. Komm, hast Mais dabei. Was habe ich dabei? Mais. Vom Feld. Du warst schon bei den Erdbeeren. Nee, ich komme gerade aus dem Kinast, ehrlich gesagt. Oh, du bist ein Verbrecher. Nee. Was hast du angestellt? Nee, ich war zu Unrecht verurteilt. Warst du drei Stunden drin für Doppelmord? Nee, zwei Tage tatsächlich. Was hast du denn getan? Ja, wie gesagt, nichts. Zu Unrecht, ne? Du warst zu Unrecht im Gefängnis. Ja. Ja. Du kommst ja nicht mal in den Kinast, wenn du was gemacht hast. Du bist so ein armer Schwein. Die Stimme kommt mir doch bekannt vor. Ich bin Twinkie. Ja, ich weiß. Ich habe letztes Mal dein Auto geparkt. Und wir verstanden. Finger weg, lass mal rein. Das stimmt, richtig. Die Stimme ist unverwechselbar. Ja, nicht wahr. Sei bloß vorsichtig hier. Sei bloß vorsichtig. Ja, klar. Hey, apropos, hier müssen wir noch Handy tagen. Ja, am besten gleich irgendwann. Ja, wollen wir gleich haben wir einen Kunden? Ja, ja. Haben wir gleich einen Kunde, Willi? Ja, wir haben einen an der Barbecue-Lottschneid. Ich bin der Holländer. Ja, okay. Den arbeiten wir noch schnell ab und dann machen wir Kaffeepause. Dann könnt ihr mich rausschmeißen. Dann schmeißt man dich jetzt gleich schon raus. Nein, du bist nicht im Fahren, Mensch. Ja, doch. Du musst eh nicht mehr lang. Du bist alt. Nee, nee. Wir sind da. Juhu, perfekt. So. So. Wir haben ja eine schneue Frisur. Oh, jetzt röchelt er sich davon in den selben Arsch. Danke. Okay, das macht dann 2200 Dollar. Allerdings ist Trinkgeld fliegt. Ja, machst du 3000. Ja, so viel mache ich. Äh, oh, Moment. Oh, das ist ja ein schönes Kino hier. Wann hat denn das auf? Das ist eine rote Kino. Hier ist der Wille immer drin. Hier, eine rote Kino. Äh, ja. Wann hat denn das immer auf? Immer. Kann ich Karte drauflegen? Ja, klar. Kannst du reinstecken? Sollte die Bank akzeptiert haben. Ja, passt. Perfekt. Danke. Danke. Ja, wir kommen gleich dahin. Bis gleich. Also, wo müssen sie denn hin? Äh, dann kommen wir sie zuerst abholen. Okay, bis gleich. Tschö. Ich fahre erstmal zu Lowly Gentleman. Und der muss nach Palete. Und dann holen wir auf dem Weg, bei der... Wenn wir den da abgeliefert haben, den von der Barbecue Lodge. Lowly Gentleman, natürlich. Aber wo ist denn jetzt der Holländer? Der riecht mich jedes Mal auf, ne? Hab dem Chef schon gesagt, der soll ihn feuern. Ja, der sagt, ich bin im Dienst und motzt und jetzt ist er schon wieder die ganze... Oh, leck mich doch an die Füße jetzt hier, da will los, ey. Taxi Downtown Cap, der will... Hallo? Ja, du an der Barbecue... Ja, der Kollege hat tierisch Kopfschmerzen. Wir müssen da tierisch... Oh mein Gott! Oh, da hängt sogar einer dran. Ja, wir sind grad noch in der Stadt. Wir holen bei Lowly Gentleman einen ab, der hoch will und dann kommen wir dann. Der nächste bitte links abbiegen. Ja, das ist kein Problem, wir haben einen Bus. Ja. Knatsch zurück. Was habt ihr denn schon wieder gewettet, Chat? Ob die einen oben verbaut, die fährt immer vernünftig mit dem Taxi eigentlich. Mit dem Großen. Jo, bis gleich. Danke, tschö. Was sind eure größten Kindheitshänden? Ich hab mal Lego gegessen. Oh, wir sind vorbei. Nein, geradeaus. Nein. Geradeaus, nicht. Das ist einfach nur falsch, okay. Links jetzt. Ich hab damals den Nachbarn Butter geklaut. Das war in den Anfällen so Ende der 14er Jahre. Was war das? 300 Jahre nach Christo? Nein, also, wir sind in den 40er Jahre. Da war Butter fast so viel wert wie Gold. Was ist denn hier für ein Klinger? Was? Seid ihr das Taxi oder was? Ja. Hallo? 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 Großraumtaxi. Ah, Großraumtaxi, okay. Wie kommt man hier rein? Auf den Knopf mit M drücken. Dann geht die Tür auf. Ich bin Hogwarts. Was ist denn hier los? Ja, ich... Ja, das ist Hogwarts. Bleibt ruhig. Ja. Ah, Baby. Ah. Wo möchten Sie denn hin? Ja. Willy, wohin möchte der Herr? Nach Paleto, ganz nach oben in Norden. Nach Paleto. Wohin genau? Ich mach GPS. Fang Haus, okay. Das ist ja ein Zimmerdreck an der Lodge. Das passt. Winky? Ja. Ja, ich mach GPS, hab ich. Achso, hast du nicht. Hab ich wohl. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Nee, hast du nicht. Wallah, hab ich. Nur du und ich, nur ich und du. Das sind elf Kilometer. Ja. Ich bin schwerelos verliebt und nur der Mann im... Ach, scheiße. Jetzt hab ich was übertragen, was ich gar nicht übertragen wollte. Da sind Gangster. So, ich mach das einfach nochmal neu. So. Sag ich dem Chef einfach später Bescheid. Was denn? Ja, ich hab auch so gesehen, was eine Rechnung übertragen gar nicht, noch gar nicht passiert ist. Aber? Ja. War deine Finger wieder schneller als dein Gehirn? Ja, richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war fast ein Unfall. Ja, das war richtig knapp, wa? Das war fast ein Unfall. Aber nur fast. Ach, du warst ein Unfall. Das stimmt. Ich war eine Flasche Wodka und ein billiges Kondom von der Tankstelle. Oh. War eine nicht funktionierende Pille. Ja. Und der Pinsel war ein Tic Tac. Der war Tarnung. Wow. Der wurde untergejubelt wegen Kindergärte. Oh mein Gott. Was war denn? Was war denn? Was war denn das? Oh, ich bin voll jahrelang schon. Da hat einer ein China-Böller auf uns geworfen. Ja, aber der war schon aus. Willi. Das war kein China-Böller, weil ich schon eben Polen-Böller. Willi. Ja. Hast du noch zwei dabei? Hä? Da war der letzte. Nee. Hat Schwester Kusch wieder verloren oder gewonnen? Ich bin der Hölle. Schwester Kusch? Hat man eine Nussecke? Nee. Schwester Kusch? Haben sie gewonnen oder verloren? Ach so, das war schon alles, was du sagen wolltest. Oh ja. Also ganz ehrlich, der Ding ist langsam wie Sau. Kommt dir nur so vor. Das fühlt sich an, als ob man ein Tempomat hat. Ich bin der Armstil von der Block. Was für eine Munition. Warum sagt denn der Kunde ihnen nichts? Wie, der telefoniert? Mit wem? Mach dein Handy weg wie unverschämt. Oh, dann fehlt er nicht mehr viel. Welch angenehmer Nachthimmel. Er denkt sich nur so. Boah, wann halten die die Fresse? Ich will zurück zu meinen Freunden. Er denkt sich nur, wenn du die Fresse hältst. Ja, genauso wie ich. Ich bitte die Nächste raus. Ach, komm. Ach, komm, Pinsel. Nee. Ja, du bist selber schuld. Du bist halt komisch. Du bist komischer als bestester Freund heute. Wow, jetzt, jetzt. Ach, er sagt ja noch, dass ich doof bin oder so. Ja, bist du auch. Du hast uns weder ein Küsschen auf die Backe gegeben, noch kannst du uns umarmt, als du uns getroffen hast. Kannst du umarmt. Du interessierst dich gar nicht mehr für uns. Oh, das sind verschiedene Frechheiten. Wir kaufen dir Kleidung, wir besorgen dir eine Wohnung. Eine Freundin. Eine Freundin. Äh, er hat eine Freundin? Ja, der ist mit Adele zusammen. Was? Ach, bitte Oma. Und Adele. Der hat sogar zwei Freundinnen. Oh. Aber wir sind doch auch Freunde, oder nicht? Wir kommen dich suchen, wenn du in den Bergen verschollen bist. Und, habt ihr mich gefunden? Nee, der eine Typ hatte schon mit den blauen Haaren, der hatte eine Drohne im Himmel. Was hat der denn gesagt? Das war ja schon mal ein unfairer Vorteil. Oh, ich hab sabbert. Sabbert, der chinesische Feiertag? Der hat gesagt, der hatte eine Drohne im Himmel. Ja. Wir haben dich trotzdem gesucht, fuck Willi. Ja, das stimmt. Wir haben es auf dem Mount Chiliad. Ja. Ja. Alles haben wir für dich getan. Trinke hat dich sogar letztens gewaschen. Gewaschen. Oh Mann. Mit dem Waschlappen. Ja, aber ich bin doch auch immer nett zu euch. Ja, dann sag uns doch mal, dass du uns lieb hast. Ja, hab ich lieb. Willi sagt immer, dass er mich lieb hat. Und er sagt immer, dass der Twinkie lieb hat. Ja. Deshalb kriegt Willi heute auch zwei Sterne. Auf Jelpen. Zwei gute Nudelsterne. Ja, und du kriegst eine traurige Wolke. Oh. Ich möchte wieder hier aussteigen. Ich muss Holzmann. Ja, springe. Ich muss... Hier ist aber nicht der Wald, wie du siehst. Eben, hier ist kein Wald. Du kannst ja hier anheben. Du kannst ja hier anheben. Du kannst ja Mammutbaum nagen. Mammut-U-Rimix. Pff. Ach. Streng dich mal ein bisschen an. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, Pinsel. So geht halt nicht weiter. Wir stehen doch für Spaß, Liebe und Abenteuer. Na ja. Was? Mit unserer Boyband kümmerst du dich auch nicht mehr. Boyband? Warum? Ich dachte, wir machen noch nicht zusammen eine Gru. Ja. Du wolltest du eine E-Gitarre brauchen. Bin ich jetzt nicht mehr in der Band? Ja doch klar, du bist doch die Frontsängerin. Ja, aber dann ist es keine Boyband. Ja, dann ist es eine... Dann nennen wir uns einfach... Dann ist es eine Band. Ja, okay. Unsere Band heißt All You Can Eat. Oh je. All You Can Eat Shrimps für 5 Euro. Dollar. Ich spiel die Trommel. Ja, ja. Ich hab ne Triangel. Nein, du wolltest die E-Gitarre. Ja. Und Willis Background Dancer. Ja. Okay. Und kann ich so auch mal ein Solo-Part übernehmen vom Singen? Ja klar. Okay. Und ich schreib noch die Songtexte. Ja. Aber dann müssen wir dann nur einstudieren. Und was machen wir, Oma? Dann gehen wir zu... Du hast dich nicht mehr drum gekümmert. Wie ich? Du zeigst einfach kein... Und jetzt kommt ein Wort, was ich schon lange nicht mehr gesagt hab, aber in Los Santos mal kennengelernt hab. Ach, ment. Du zeigst einfach kein Ach, ment mehr. Toll, ich kenn's jetzt trotzdem nicht, ja? Hier, du musst Ach, ment zeigen. Oh Mann, ich fühl mich so gedisst von euch. Taxi, downtown Cap, der will ja mal parat. Ich bin raus, ich muss Krebse machen. Und Wasser. Äh, wir sind jetzt in Paleto. Das heißt, wir sind jetzt in einer Minute da. Wir schmeißen jetzt die Kunden raus. Also, wir liefern den ab. Und dann sind wir bei dir. Guck mal, das ist ein Chikinagi. Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh. Oh, passt vor. Ne, jetzt ist verdient. So, wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Ohne Unfall. Wir sind noch ein bisschen näher dran. So. Oh mein Gott, wir haben den Unfall gebaut. Ui. Egal, ich sehe das Auto gewaschen. Auto verzaubert. Super, super. Wir lassen ihn einfach hier stehen. Ich kann nicht mehr. Wir haben Unfall gebaut. Oh, schade, jetzt hat das Krankenhaus gar kein Wasser mehr. Das macht 2970 Dollar. Alle, die das trinkt, pflegen. Peanut, gib schon mal eine Barbecue-Lodge ein. Okay. Das ist ja, Michael, ne? Ja. Das ist ja großzügig. Das wäre nicht nötig gewesen. Das habe ich gehört. Du bist jetzt ein Barbecue-Lounge. Du weißt ja, wo die ist, ne? Ja, klar. Wie ich hier einfach. Fahre einfach den Schnitzel hinterher. Du kannst jetzt hier gleich rechts runter. Ich sag dir mal, okay? Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Jetzt hier rechts. Ähm, nicht ins Gebesch. Ich habe gewartet. Und die nächste links. Sag einfach, mcke. Und jetzt? Links. Links. Sag einfach, mcke. 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 Boah, guck mal, guck mal, auch romantisch, hier rechts. Boah, sieht aus wie ein Schwanz. Der kleine Wache. Den Schlagader. Den Schlagader. Wie heißt er denn so? Oh, Schlagsahne. Guck mal, Pinsel, dein Papa. Nee, da ist das Hackred. Hackred. Von 934. Downtown Cap Taxium. Oh, der ist besoffen. Ach nee, wir sind. Ja, moin, aber ich brauche Taxi. Ja, hat er mich gefunden? Nein, das ist nicht der, den du denkst. Schau, den Blick in den M-Knopfbrücken, damit geht die Tür auf. Ja, natürlich. Äh, weiß noch, wo du mich da am Berg mit der Drohne aufgeholt hast? Äh. Das war ja doch gar nicht. Nein, ich weiß. Nein, ich weiß. Na, jetzt. Wollte wie viele sitzen denn hier drin? Welchen Knopf? Ja, das ist so. Den M-Knopf, den blinkenden M-Knopf, M, das umgedrehte W. Ach so. Dann geht die Tür auf. Also, Frau Fahre. Ich will nach Hause. Ja, toll. Damit kann ich viel anfangen. Was bist du, ein Star oder so? Scheiße. Du müsstest doch erst mal einsteigen, damit wir nicht schon nach Hause fahren können. Ich komm da nicht rein. Warum denn? Weiß ich nicht. Mach doch die Tür mit dem M-Knopf auf, M. Äh, Frau Fahrein? Was? Hallo. Wie heißt du? Nee, ich komm... Ich lau... Ich lau... Ich lau... Ich lau... Ich lau... Ich lau... Such den Sitzhaus. Ach, du scheiße, ich laufe nach Hause. M steht für Freunde, die ist unternehmen. Ich laufe nach Hause. Ach ja, Bööfing. Ach ja, Bööfing. Da. Ich. Was bin ich noch drin? Okay, wo kann ich hin gehen? Ja. Nach Hause. Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Äh... Weinwohn. Weinwohn wo? Äh... Zuhause. Ja, hast du Postle-Code? Oh, ich schmeiße den irgendwo in Weinwohn raus. Ist mir scheißegal. Reicht jetzt. Äh... Weiß du nicht, wo ich wohne? Ne, leider ne. Da fahren wir zum Golfplatz. Von da aus laufe ich nach Hause. Ach, der wohnt bestimmt da, wo... Ich habe... Da, wo die uns rausgehegelt haben. Äh, dann fahren wir... Ne, wie heißt dieser komische Tower... Er... Erlebnis... Erwerk. Fahren Sie da. Erlebnis, was? Pina gibt es da ein. Ah, ich weiß, glaube ich wohne. Danach müssen wir den Schäfer abholen. Der wacht mit einem Casino-Folplatz. Nein, ich muss schlafen. Ja, wir setzen dich doch jetzt ab. Fahr erst mal die Oma. Fahr erst mal ein vor dem West-Tower runter. Okay. Da müssen wir eh lang. Ja. Was ist das für eine Taxifahrerin? Sind die überhaupt nicht zugestimmt, dazu aufzufahren? Also nicht böse gemeint, ne? Halt die Klappe da hin. Warte, nur schießt, du. Während der Fahrt wird nicht gesprochen. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für dich und mich. Ah, du schaust. Endlich für ein Lugger. Halt euch an, das wird der Hölle. Ich schaff mir das schnell in dein Gesicht. Oh, Mama, ich will nach Hause. Ja, du kommst jetzt nach Hause. Das glaub ich bei der Fahrerin nicht. Ja, du kommst gleich nach Vegas, Junge. Was hast du für ein Problem? Jo, wie schon beige. Weißt du, wo die ihren Führerschein her hat? Aus dem Kalkingautomat, ich merke das schon. Nee, vom Flughafen. Flughafen, Flughafen. Ach du Scheiße. Ja. Wie, da hast du deinen Führerschein auch her vom Flughafen, Junge. Oder warst du hier eine Fahrschule in Los Santos? Ey, Alter, du hast mich noch nie Autofahren ziehen. Nee, will ich auch gar nicht. Ist ja besser so. Wenn du fahren könntest, würdest du nicht mit dem Taxi fahren. Du hast ja nicht mal einen Flughafen eingekriegt. Aber Mann. Wer? Er steht für Freunde, die was unternehmen. Weil er die Fahrprüfung am Flughafen nicht geparkt hat. Und wem redest du, Pimsel? Mit dem Bruder. Oh Gott. Mein Gott, er hat mir fast ein Auto umgekippt. Ist ja widerlich. Du brauchst ja das Ding voll nach Scheiße, ey. Hör mal auf zurück. Das macht gar keinen Sinn. Überleg, was du sagst. Rübster können in der Scheiße stehen. Naja, aber nach Kotzen. Dann schaffst du da sitzen zu sein. Äh, nee, warte, was? Entschuldigung, war nicht so gemeint. Nicht, dass ich hier gleich nach Hause klicke. Noch so'n Spruch, Kieferbruch. Nee, der zahlt einfach doppelt. Nee. Doch. Sonst lässt man die Schuhe an der Brücke raus. Die ich nicht sehen kann. Warte, ich hab' ich auch mal Geld haben konnte. Ganz gleich falsch im Springen. Ab nach Vegas mit dem. Was im Wege passiert, bleibt im Wege. Glücksspiel passiert da. Ja, auch, ja. Links von uns ist ein Wald. Geil. Rechts von uns sind's das Meer. Hüppchen. Hüppchen. Genau. Cocksucking Motherfucker. Billy, guck mal nach rechts. Ja. Warum machst du das? Ja, warum? Ich dachte, da wär was. Nächstes Wasser. Ja, das ist schön, das Meer. Ich find, die Wolken sehen aus wie Wellen. Okay. Die sehen aus wie Zuckerweilen. Wie Wellen. Oh, lecker. Wie Sahne vom Pudding. Ja. Einfrau Taxifahrerin. Was? Sie ist vergeben, hör auf jetzt. Können Sie mal kurz halten oder fern Sie da aufmachen? Ich glaub, ich muss kotzen. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, Alter. Sehen Sie aus. Draußen wird gekotzt. Ja, los jetzt. Ja, warte. Am gekotzen. Aber bleib hier, nicht weiterfahren. Äh. Hä? Falsche Richtung. Da du jetzt kotzen. Na ja, warte mal. Ja, und bleib hier ganz was übrig. Ist so süßiglich. Oh, nein, da ist aber gemein. Der kann ein bisschen laufen. Kommt der schon? Bleib stehen, Alter. Ich box dich. Siehst du? Du bockst gar nicht zu mehr. Ich box dich gleich. Tag ein Stück vor. Ja, das sehen wir dann. Scheiße, wir lehnen doch. Was ist denn los mit dem? Jetzt muss ich mal belegen. Wer ist die Frage? Oh, nein, Moment. Warte mal. Das klingt vielleicht. Andere Seite. Warte. Ach, warte. Boah, Alter. Ey, sorry für die Unannehmlichkeiten, ne? Für die 50 Leute. Halt die Backen. Au. Wer ist die ganze Betriebe auf? Was will denn der Rentner jetzt? Was für Rentner? Okay, weiter. Wenn du mir ins Knick kotzt, dann gibt's Herder. Und ich komme noch Herder. Denn wir wollen über die Erde regieren. Ich will gar nicht wissen, ob du hart wirst, Alter. Die Liebe und Wahrheit vor sein wir. Was, bist du, bist du ein Brangster oder bist du ein Russe? Was hast du gesagt? Ist das ein Gangster oder ist das ein Russen? Oh, vielleicht auch ein russischer Gangster. Guck mal. Wie sieht es aus? Was ist das stinkt, wenn du so redest? Setz dich komisch an. Ähm. Hier schon wieder nur. Wo steht ja gar keiner im Kreis? Ist heute irgendwie Sauferabend oder warum sind sie 50 besoffener hier? Du bist es doch. Du bist es doch. Ja. Du hast Kötze hier gemacht. Warum hörten sich die Fahrerinnen an, ob sie mehr sind? Weil du nicht lustig bist. Mit deinen dummen Sprüchen. Wir sind hier im Taxi. Du schnell wie das Licht. Geblieb auf. Und bekämpf uns nicht. Miauts, genau. Ja. Aufpassen. Jetzt ab und sitzt mein eigener Bruder gegen mich. Nö. Du. Nö. Du. Nö. Du. Nö. Ist dein Bruder eigentlich auch Hacke? Du. Ich war Hacke. Jetzt? Ist weg oder was? Ich war hier im Wald. Nö. Bin noch. Aber nicht mehr so viel. Also. Aber nur eins von eins. Er. Warum? Weil er früher voran wurde. Nee. Komm hör auf. Ich schaue Klinge. Das ist echt so. Ja, ist echt so. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Pass auf, ihr. Pass auf. Noch viele Autos. Wir wurden nicht gegenseitig. Ui. Richtig. Dirty ass. Oh, da stehen sie im Kreis. Dreieck. Hast du es gesehen? Am Parkplatz. Da war das bei Mutter Dreieck. Und wenn du da rein rennst, kommst du nie wieder raus. Giovanni. Oh, Chef. Wo dann? Ja, sag. Wir kommen jetzt gleich. Assalamu alaikum. Ja, wo soll die denn? Wir sind auf dem Weg zu dir, Chef. Okay. Warte, ich bringe noch hier kurz in der Ecke. Bis gleich. Bis gleich. Ui. 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 Festhalten. Ui. 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 Scheiße. Ui. Ui. Also hier geht es irgendwie nicht nach Hause. Wir müssen ja dann auch erst mal nach Hause fahren. Die Oma muss nach Hause. Hau rein. Ne, die Oma hat die Autos noch. Die pennt doch hier erst mal. Ja, ich schlafe laut. Fährst du hin zu dir? Oh, nö. Ja. Oh, nö. Oh, nö. Ja, jah. Oh, nö. Anwitsch, danke für die Paum 23. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Hau rein, Oma. Oh, scheiße. Warte, 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 warte. Fahr dir die Randtasch vergessen. Ich musste das Tablet wieder zurücklegen. Oh Gott. Da hat er dir gesagt. Nee, das warst du. Schlafft gut. Tschüss, Omi. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Hast du die gerade Mama genannt? Nein, ich habe Mama gemacht. Ist das deine Mama? Nein, ich habe Mama gemacht. Ja, du hast Mama gesagt. Nein, meine Mama ist zum Hals mit Mama. Halt seine Klappe. Okay, alles klar. Oh Gott. Ich habe dir gesagt, du redest nicht so mit mir. Gott sei Dank für den Primal 24, Bruder. Schrei mich nicht so an. Gib mir einen Kusch und sagst für die Leid. I'm so sorry. I'm so excited. Oh, halt die Schnauze. Oh, dieser scheiß Baum. Ey, Alter, da war ein Baum, ne? Ja, kein Scheiße. Oh, hier ist die Astro-Spielhalle. Oh, wir haben eine Schlange. Verloren? Nee. Ich mache nur Boosterpacks auf. Ja, ne? Dreimalstückchen Glurak. Warte, türkische Zuzug. Glurak. Glurak. War der shiny? Ja, war shiny. Wow. Bestimmt fünf Tagen werden. Oh, guck mal. So, wollt ihr zum Eclipse Tower oder wo wohnt ihr hier? Eclipse Tower. Der ist, glaube ich, gerade am Golfplatz raus. Mm-mm. Da muss ich zu weit laufen. Eclipse Tower. Das ist der ganz vorne, der rosa, ne? Richtig. Da muss ich mich nicht. Ich will nach Hause. Da wohnt der Edward von Dings Twilight. Colum? Ja. Ich habe jetzt mal eine Frage. Was? Oh, du hauchst mir echt ekelhaft den Nacken. Tschuldigung. Was hast du denn für eine Frage? Ich will nach Hause, ne? Ja. Und ihr? Ja, wir nicht. Wir müssen arbeiten. Oh mein Gott. Scheiße, ey. Was denn? Hast du Hallos? Nein, nein. Alles gut. Ich habe Hallogenlampen. Nein, also... Ich habe Öxogen. Oh, ach. Also, ich will nach Hause. Ja, wir sind doch jetzt da. Oh, du musst mal beruhigen. Ich bin ruhig. Nee. Ey, Alter, ich bin doch gar nicht aufgedreht. Wie, Alter? Weißt du, wie alt ich bin? Dann sag es nicht. 50? Ja. 15. 12. Nee, nee. Stopp! 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 Da ist mein Haus. Nee, das nicht. Aber weiter weg. Das ist eine Lüge. Oh, du stellst jetzt hier aus. Ey, Alter, gib mal hier Rechner und so. Guck mal, ich bin schon. Ja. So, Jungs, war schön mit euch, ne? Ja. Also, das macht 3.740 Dollar. Allerdings, es trinket pflicht. Mach 5. Boah! Jetzt sind es noch 3. Hey, das war ich. Das können sie gar nicht riechen. Das war der Herr im Taxi. Da können sie auch froh sein, dass es lange gewartet hat. Kannst du den gehört haben? No. I'm so excited. I'm so excited. I'm so excited. I'm so excited. Kuss? Ja. Ich will aber keinen Kuss. Oh, ich will das Packet nehmen. Hau rein, Alter. Hau rein, Alter. Äh. Hose hochziehen, wäre vielleicht nicht schlecht. Fresse halt, wäre auch nicht schlecht. Alter, pass auf. Der Respekt fahrt, wir sind mal am Arsch. Also, ei. Eih, hat die aus dem Ruhl gestunken, Alter. Da ist der Henry und der Uldo vom Erbefeld. Da wundert mich gar nichts. Der, weißt du, mit seinen X-Beinen kann er nicht mal laufen und dann sowas. So, jetzt schnell zum Chef. Casinoparkplatz. Ja, Casinoparkplatz. 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 Alles Gedeckchen. Ich hab schon mein Schlagring angezogen. Ich hab schon die Knarre in der Hand gehabt. Ich hab mir nicht erst gedacht, die zahlen nichts. Dann hätt ich die aber weggefessert. Genau dasselbe hab ich auch gedacht. Deswegen hab ich Schlagring schon angezogen. Ich hätte auf die geschossen, hätten die nicht gezahlt. Ja. Richtig so. Ich lass mich nicht nochmal überfallen. Immer dreimal die Brust. Ich lass mich nicht nochmal überfallen wie beim Herr Jutta. Ah ja, das ist schön. Ich schlange mich auch nicht mehr. Da wird gnadenlos sofort geschossen. Wir sind hier in Amerika. Genau. Ich hab das Recht dazu, eine Waffe zu tragen. Oh, Richtig. Wenn einer von unser Grundstück läuft, weil sich verrannt hat, warum... Da wird er abgeknallt mit einem M-Richt in das Snipergewehr. Aus drei Kilometer. Zwischen Augen kriegt er eine. Ja, genau. Ich hab ja auch nur einmal mit dem Fuß die Wiese berührt. Chef ruft an. Wir sind in zehn Sekunden da, Chef. Neun. Neun. Pass in die Fahr. Sechs. Du musst driften. Du musst jetzt auf den Parkplatz driften. Vier. Nein, zwei, drei, 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 zwei, drei. Wir sind da. Wir sind am Parkplatz. Wo ist der Chef? Weh am Parkplatz? Ja, am Casino-Parkplatz. Ach, scheiße. Ich bin auf dem Taxi. Wie, du bist auf dem Taxi. Taxi-Gelände. Ach so, ja, zum Taxi-Gelände dann. Zehn. Ne, warte. Der Pinsel klaut kein Auto. Ach, das ist schon leer. Das ist leer. Du musst auch schon einen Eingeluscht. Ja, klar. Wo ist mein Schniper? Okay, wir kommen. Oh, ich hab ein Taxi, was mir rüberfährt. Ne, wir fahren jetzt rüber. Ne, jetzt bin ich schon auf dem Weg. Wo fährst du bei uns mit Armandkuhl? Ich glaube, wir haben ein paar Messer drin. Der droht mir, Jenny. Aber er sagte, aufhören. Wir sind nicht extra herfahren. Komm mit dir. Okay, gut, ich steigere. Ein. Danke, Jenny. Guten Tag. Oh, wie spart's. Oh, Jennifer. Oh, Geneviève. Geneviève. Oh, Aspeter. Aspeter, Aspeter. Hey, du Arschloch, du dummes Du. Ronny. Warte. Du hast gesagt, du sollst aufhören damit. Moment, was hab ich jetzt schon wieder? Hau das leerräumen. Wann, welche? Was hab ich jetzt gemacht? Du hast die Kugeln gefangen, wer ist fast gestorben, wer ist fast verblutet, bist im Knaß gelandet, alles, machst trotzdem weiter. W-w-w-w-w-w-w-w, was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Hab genau gehört, was du gerade gemacht hast, im Casino Parkplatz. Warte, woher? Warte, woher? Woher willst du Scher? Woher willst du das? Also eigentlich würde ich gerne meinen Joghurt erholen, der im Pils, aber andererseits hab ich auch Bock, wo ja mitzufassen. Ja, dann hat der Willkommene... Hat der gerade ne... hat der gerade ne Kanzi, wo fahrne? Nie kann sein. Oh, ich brauch' eher so mann Schluck hier. Aspeter, woher willst du das wissen? Wo will ich wat wissen? Da, weil, der nicht da am Auto war. Ja, weil der genau das gleiche hat wie der Typ mit dem blauen Haaren. Hansi, Männer, was hast du für Apps am Handy? Das geht ich gar nicht sagen. Sabine hat mir gerade am Handy gesagt. Oh, das stimmt mir. Haben wir an den Kunden? Haben wir an den Kunden, Willi? Nee, gerade nicht. Ja, dann können wir ja eben schnell zu den Kubs hören. Ja. Aber der Mann hat auch gesagt... Wir haben doch die Anzeige gemacht wegen dem Mörder. Da mussten wir doch in die Vorkasse gehen für unsere Autobotten. Ach du Scheiße, die sind wieder. Die waren wieder da, Sprengarbeiten am Berg. Wir sind wieder auf der Suche nach Goldwaffen. Die wollen eine Straße durch den Berg im neuen Highway. Er ist gerade in Fischers Kachel reingefahren. Aber dann soll der nicht so dumm parken. Meint ihr, die ist offen? Oh Gott, Ronny. Nee. Ich wette, uns kann keiner helfen. Die schicken uns wieder weg. Ich bin ein Knall in dem Ohr. Maschinenpistole. Ich bin in der Gildo. In der Schuhe. Ich bin geschwöchert. Ich bin ein Knall in dem Ohr. Ich bin ein Knall in dem Ohr. Soll ich dir mal deinen Turban aufmachen, mancher? 10% Rabatt gibt's aktuell bei West Coast Performance. Komm doch runter. Erstmal schön. Du weißt doch, wie das abläuft. Wir müssen uns auf die Bankgestellen da hinten. Ach ja, genau. Und jetzt passiert doch hier nichts. Trinki, auf die Bankgestellen. Ja, Entschuldigung, vergessen. Fischi, 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 fischi. Ach, es geht, ich rauch Kniescheibe. Habt ihr schon mal alten Tobi gekifft? Was ist das dann? Was finden die? Alten Tobi aus der Herde Ringe. Was ist das? Das Pfeifenkraut. Alter Tobi. Nee. Ich hab mal Crack geraucht mit dem Pinsel. Wenn sie Toxic gehen gehen. Wir sind im Taxi Mafia. Machst du die Art die Nägel, Chef? Jo. Meine Machete. Machete? Mal klatschen für die tolle Arbeit, die das PD hier leistet. Das für tolle Arbeit. Wieso? Was machen die denn? Da kommt dann der Praktikant. Der überlegt gerade. Nee, machen wir doch nicht. Na, gehen wir wieder zurück. Oder? Geben wir doch? Kommen wir? Kommen wir? Nee, da werden wir zurück. 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 Kommen Sie mal super aussortieren. Der Sozialpädagoge wieder. Ja. Und Schenke. Ich war mal so ein lieber Junge auf dem Land. Diese Stadt hat mich versaut. Mama will mich nicht wieder erkennen. Doch, aber die Luken alle sind alle am Schlafen. Schatz, zeig mal Duplo. Wenn die, was machst du da? Mach mal ein Aktivitätscheck hier. Alles Butz. Riechst du einen Furz? Nee. Oh, der Sturmgewehr her. Na, hier ist ja eine Party. I'm so excited. Ist so schön, oder nicht? Ja, ist alles sehr schön. Sind Sie der Sheriff? Nee. Unsere Tickets kaufen. Für eine Kokette, die ziehen in die Wehen. Ja. Oder eine Pomme. Leerschaften. Ja. Das ist eine Sitzbank und kein Bürgersteig. Einmal runterkommen, erst mal. Aber wir sitzen noch, außer ich. Aber ich muss sagen, schicke Beine. Danke. Jeder andere Stuhl wird zu machen. Allein mal runterkommen. Boah, jetzt bist du ein Wies. So, W, können wir helfen. Diese funktionieren immer, merk dir das. Ich glaube, wir haben vor geraumer Zeit, habe ich hier eine Anzeige aufgegeben. Ja. Aufgrund, dass ein Herr uns, äh, ziemlich, äh, in die Karre gefahren ist und so weiter und so fort, der wurde auch geschnappt, aber wir haben eine Anzeige aufgegeben und es hieß, das Geld für die Autoreparatur, wie auch die Krankenhausrechnung, die wird uns wieder gezahlt. Okay. Ähm. Ja, da müssen Sie sich einmal bei unserer Ermittlungsbehörde melden. Das wäre das Ziel. Er erfunden, oder? Gibt's nicht. Das wäre das FIB. Mit denen habe ich ja noch nie gesprochen. Wie können die sich denn hier so vor allem darüber... Wir wissen selbst, dass die nicht ermitteln. Aber da muss doch gar nicht ermitteln werden. Der Typ wird festgenommen am gleichen Tag. Ja. Gib uns das Geld, du betrüger. Ja. Ich hab da... Ich hab nichts gemacht. Chef, tut das denn weh? Ne, das findet er geil. Ja, die ist drin bis zum Anschluss, sag ich dir. Wenn das jetzt noch vibrieren, wird der sich Urlaub nehmen. Das ihn klaut. Wichtiger Patriot ist das. Die Damen, kommen Sie einmal beiseite. Gucken wir mal, ob ich was tun kann. Ja, das ist super. Ah, Mädchen! Boah, das Ding muss glühen, sag mal. Mädchen. Ach, du Scheiße. Das ist ein Lava-Stamm. Ich bin der Pina-Diub. Der Pina-Diub? Ja. Du warst so romantisch, du hast schon beim Bumsen so ja eine Socken ausgezogen, ne? Romandisch. Hans-Peter, hast du Sonntagzeit? Ja. Ja, pass auf, wir brauchen einen, der vom Taxidach springt. Und du stehst, und wir stehen da, und wir stehen dann da unten, und dann kannst du sagen, dann kam der da runter, an Ostersonntag. Am Ostersonntag kam mir einer runter, an voll durchs Dach. Er hat mir ne Markenlaptop gejöhnt. Otto, ich bin Otto-Kunde. Wo ist eigentlich das Taxi, was ich immer gefahren hab, mit dem Felgen? Das war doch dem, äh, Ronny seins. Nee. Keine Ahnung. Und wo ist eigentlich der Tommi? Den hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Der ist raus, wir sind inzwischen. Der ist raus? Ja. Ja, aber der hatte doch sein eigenes Taxi sogar. Ja, der hat gesagt, das ist sein eigenes. Das ist ja dem Taxi. Welches? Der meint den, äh, den VStR. Hat er die Felgen gemacht? Ja. Gut, kriegt er kein Geholt. Was? Warum? Ich hab die Felgen gemacht. Ja. Ich hab dafür Geld bezahlt, dass die Felgen gemacht werden und er lockiert die einfach wieder. Bei wem hat er die lockiert? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der hat nur gesagt, dass, äh, du gesagt hast, das wär sein Taxi. Nee. Okay. Hey, ich hab ihm doch nicht mal einen Schlüssel gegeben. Gut, Koordinator. Er hat von mir nicht mal einen Schlüssel bekommen. Super Unternehmen. Doch, du... Hier sind 8K, da sind nochmal 4K. Ja, die behalte ich ein. Und jetzt soll ich davon den, den Ding ins... Die Rückverwandlung. Und, Pudding-Teilchen? Da ruft eben jemanden vom FYB an. Okay. Wollt man schon mal einen Dreieck aufstellen? Ja, lass schon mal einen Kreis bilden. Also eine Sache müsst ihr lernen, die wir niemals im Fingerkrumm machen. Ja, aber das ist die Polizei, die muss doch arbeiten. Wie regelt man das sonst hier, wenn man überfallen wird oder so? Wo geht man dann hin? Ja, bist du nicht auf die Polizei angewiesen. Die Polizei wird sagen, ja, nee, wir haben keine Freude. Nein, nein, tut mir leid. Ja, aber was macht man denn? Oder wenn du denen sagst, wo der Mörder ist oder was weiß ich, dann wird er auch nicht ermittelt. Interessiert aber keinen. Doch, der war dann eine halbe Stunde schwer los. Der ist halt weg. Aber was macht die Bevölkerung dann? Wie wehrt die sich? Ja, du bist scheinbar angewiesen, auf andere Mittel zurückzugreifen oder Selbstjustiz zu verüben. Aber wenn du das machst, kommst du aber ins Gefängnis. Richtig. Weil du dich um die Arbeit, die gewisse andere Leute haben, kümmerst. Es gibt viele, die machen gute Arbeit bei der Polizei, so ist es nicht. Aber es gibt halt einen Großteil, der macht da Kipfinger rum. Und der Dieter? Der Fischer. Dieter Fischer. Auch nur so halbes Ding. Und was, wenn dem Waschi? Wehm? Ich rufe den jetzt an. Waschi. Aber wir nehmen hier eine Anzeige. Also Twinkie macht eine Anzeige. Wir haben Zeugen, wir haben alles. Ich weiß, wie viele Anzeige ich schon gemacht habe. Ja, aber wir bringen die Belege von der Autowerkstatt hier hin. Und von der Krankenkasse können die einen fordern. Alles. Wir machen die komplette Arbeit für die. Wir haben den ja so gekostet. Die Krankenhausrechnung, der hat uns angefangen die ganze Zeit. Wir fügen alles zusammen, so aktenmäßig sogar. Und geben das hier ab. Und wir bekommen einfach keine Rückmeldung. Und bleiben auf den Kosten sitzen. Das sind fast 50.000 Dollar. Die wir gezahlt haben. Und es wurde hoch und eigentlich versprochen, ja. Wir wissen ja, wer das ist. Warum steckst du mit einem Finger in den Mund, du Arsch? Wollen wir mal kippen? Hau. Der Hans-Peter hat eine weiche Haut. Und die haben den verhaftet am gleichen. Hör auf damit, Wille. Ich habe dem Hans-Peter seine Haut gefühlt. Die ist total weich. Ja, aber ich glaube, es reicht mich jetzt. Mein Gott, der junge Mann erzählt uns. Ja, Mann. Wen denn? Wir fügen alles zusammen. Und er kommt jetzt hier hin? Und da sind sogar Polizisten als Zeugen. Okay, lass mich nicht ausgehen. Ich erzähle einfach irgendwas, weil mich hört er gar nicht so. Hat er schon gesagt? Wir fügen alles zusammen und dann kriegen wir nicht mal eine Rückmeldung, ob der jetzt verurteilt wurde, weil die hatten ihm festgenommen alles. Das ist genau wie der Typ, der interne Infos aus dem Marsch-Service rausgegeben hat und dadurch Scheiß über mich verbreitet hat. Er wurde auch nie ermittelt. Ja? Ja, wir dürfen uns einen Anwalt nehmen und zivile Klage einreißen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe jetzt den Polizei gerufen, der weiß, was abgeht. Wir müssen jetzt was machen? Wir haben wirklich keine Lust, irgendwie rumzudiskutieren. Wir sollen uns einen Anwalt nehmen und zivile Klage einreißen. Ja, aber warum, der Dieter hat das doch gesehen. Wir haben eine Anzeige gemacht. Keine Ahnung. Die haben gesagt, wenn der kein Geld hat, dann fänden die Sachen von dem, damit er uns das zurückzahlt. Ja, das würde aber nicht passieren. Du musst dir einen Anwalt nehmen und dann zahlst du da auch wieder 20, 30.000 Dollar. Ja, aber wen sollen wir denn verklagen? Ich habe schon längst die Hoffnung, hier am Start aufgegeben, mit der Polizei oder der Justiz irgendwas zu machen. Triss ich mal schauen, sonst, als wenn dir irgendwer... Oh, guck mal, der kommt da. Oh. Hallo, Arli. Das ist der Vashi. Dem kann man vertrauen. Bist du bereit? Dann reden wir mit dem. Aber am besten redet ihr, weil... Weil dir hört er nicht zu, oder was? Ja, aber ich kann mir nicht helfen. Ähm, das ist er nicht. Das ist er gar nicht. Aber er hat gesagt, er kommt sofort. Machen wir es mal draußen warten. Ja, jetzt bleiben wir auf den Kosten sitzen. Super, wo die den festgenommen haben. Fünf Minuten später ist das ein Sau auf mir. Da wundert mich nicht, wenn so asozial hier rumrennt. Da, da, da. Da, da, da. Wie heißt der? Herr Vashi. Herr Vashi? Den haben wir doch schon mal gefahren, Peanut. Ja. Ach, stimmt. Der hat doch auch die Dokumente entgegen. So, hallo. Hallo, Herr Vashi. Ach, ihr schon wieder. Die Taxi-Gang. Das ist ein bisschen, das ist ein Moinchen. So, warte. Moinchen, flotte Brille. Moinchen. Danke. Sieht voll fit aus, meine Alte, ne? Ja, voll fit. Äh, ja. Kann wir mit Ihnen reden? Der Pinsen sagt, die sind sehr coole Puls. Ja, dafür bin ich da. Ach so, okay. Trinky, dann erzähl du. Drop den Beat. Ja. Moment, wann ist denn die? Ich bin ein bisschen aufgeregt mit so vielen Zuschauern. Das ist meine Live-Garde. Ihr könnt jetzt weiterarbeiten, danke schön. Ja, wo ist sie? What? Wie kannst du gar nicht befallen? Los. Na, dafür arbeiten die da drinnen nicht. Das war eine Anweisung, verpisst euch jetzt. Boah. Sag mal. Oh. Ein strenger Chef. Er hat Air Max, ich will aufpassen, wenn der zutritt, bist du tot. Da hast du einen Haken im Gesicht. Sag mal, Ron. Oh, Gott, Peanut. Oh, Junge, Alter. Ron, hast du denn den Lichtschwert eigentlich schon rüberbekommen? Oh, riecht der dieses Aroma? Hattest du mit meiner Mutter? Oh, die Küche. Ich kann mir jetzt ein Twinkies gestehen, bitte. Ja, heute am besten. Ja, also, ja, ich warte auch. Gucken Sie jetzt nicht so provokant auf Ihre Uhr. Mein Gott. Was soll das denn? Hey, Willi, was geht? Hallo. Sie haben ja letztens die Dokumente entgegengenommen, die ich hier ausgegeben habe. Richtig? Richtig, ja. Richtig. Und es hieß ja, wir kriegen das Geld zurück. Richtig? Ach, er noch, ja, das ist ja auch perfekt. Richtig. Oh, jetzt sei es auf einmal, wir müssen uns einen Anwalt nehmen. Ja, das ist ja schätze ich, weil sie sowieso. Was los? Ein Kollege hatte das in die Akte hinterlegt. Ich habe das nur weitergeleitet. Hier, der Roni meinte, es geht um 5.000, die Rechnungen waren ja über 40.000. Nein, 50 habe ich gesagt. Ach, 50.000. 50.000 Dollar. Ja, das war schon echt viel Geld. Ja, das ist wohl richtig. Okay. Weil die haben den Mörder ja auch festgenommen und alles, ne? 5 Minuten danach. Und sogar der Dieter Fischer war zugesehen, der war ja auch Zeuge, der kann das ja auch bestätigen. Die ganze Karre war kaputt, wir mussten alles erbrieren lassen, wir haben alle Unterlagen zusammengefügt und euch übergeben. Ja, ja. Und jetzt sitzen wir auf den Kosten und wir kriegen nicht mal Rückmeldungen, ob der jetzt irgendwie verklagt wurde oder irgendwas, ob der nicht passiert ist. Der war vorgestern, war der noch am Würfelpark. Hat er mich gedisst. Die Rechnung, die ich dir vorhin neulich gegeben habe, für die Akte, ne? Hast du mir da den Namen nochmal von dem Dude, damit ich mal schauen kann, wie da das Ergebnis ist? Weil die Herrschaften stehen hier vor mir, das Geld ist immer noch nicht eingetrudelt bei denen. Super Typ, der Washington. Ja, was, Mann. Deshalb fährt auch Kosnus-Taxi. Ja. Das ist alles Sauers. Der riecht nach Lavendel und Zitrone. Von dem hat mir doch auch das Auto. Riecht der wirklich so lecker nach Lavendel und Zitrone? Das war sein Auto, Twinkie? Ja, ich glaub schon, ne? Meist nicht. Oh ja. Riecht echt lecker. Mit K? Ich komm aus der Stadt mit K. Schauen. Äh, 20. Oh, California ist voll schön. Sweet home, California. Kaltino, danke schön für den Gift, der Schmiele. Und Eissucker, danke für den Prem, 17. Tschuhus. Warum Tschuhus? Äh, Peanut. Why? Weißt du, was der Chef letztens gesagt hat? Wir können demnächst, wir machen demnächst alle Pyjama-Party bei dem. Oh, geil. Oh, klar. Tada. Du musst ihn wegatmen, Chef. Dann ist er weg. Ja. Der ist nicht filtert. So muss das. Oh, wie? Guck mal, der guckt sich schon wieder auf so'n schmales Teil, ne? Ja. Ich glaub, der Chef hat Bock. Oh, was für ne Ballonschattel. Reibt er sich da in der Parkbank? Lass nen Ferkel. Da hast du schon echt nen Schweinchen. Ja. Ein Schwein? Ich will gar nicht wissen, was der macht, den in den Tag singen. Das bestimmen immer an Tafeln. Chef, du brauchst ne Frau. Warum reibst du dich an der Parkbank? Ich reib mich doch gar nicht. Und gestern haben sie mich angefasst. Hab ich gerade. Du hast dich an meine Torte angemacht. Was hast du? Hast du die Twinkie angefasst? Ja, ja. Perversling. Ausgescheckt hat er sie. Ich weiß auch, warum der sich da hingesetzt hat jetzt. Guck mal, wie demonstrieren, was er hat. Mit seinem riesen Glied. Oh, warte mal, mir ist das Kleingeld dahin gefallen. Mein Gott, mach das nicht, Willi. Das ist wieder ne Zeitung. Ich komm wieder auf live in Wälder. Ja. Als zweite Stufe die kriminelle Bande. Was? Was? Das wäre mehr als eine gemeinsame Kraftfahrt. Ey, ich hab da nur den Groschen auf, Jo. So. Und zwar. Ja, die Anzeige, die ist alles aufgenommen. Ist auch alles schick. Aber da das tatsächlich nicht die einzige Anzeige ist, die aufgegeben wurde. Und ich sag mal, die Staatsanwaltschaft etwas hinterher hinkt. Kann das noch etwas dauern. Wird aber bearbeitet. Die Rechnung und so weiter. Das ist auch alles direkt an den Staatsanwalt weitergegeben worden. Das heißt, es liegt denen alles vor. Müssen jetzt nur warten, bis sie das bearbeitet haben. Also müssen wir uns keinen Anwalt suchen. Zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, ne. Okay. Ja, immer rein. Was ist denn mit dem Herrn Danny Black, den ich angezeigt habe wegen Rufmord und Weitergabe von internen Marshal-Influs? Wie heißt er? Danny Black Hans-Peter. Sonny Black, Polizeischutz. Ach, Danny Black. Ja, das ist ja auch in der Liste. Keiner raffst du dich. Das ist ja auch schon wieder zwei Wochen her, oder? Am 20. Ne, guten Tag. Ich weiß nicht, ob er steht, wie der Bearbeitungsstatus ist. Das ist jetzt ja einfach nur, ich kann jetzt gehört in die Anzeigeübersicht schauen. Wie weit die da jetzt sind und ob da sich jemand schon angenommen hat, das weiß ich noch nicht. Oh, wer? Da können sie aber direkt bei der Justiz nachfahren. Das macht für mich die Staatsanwaltschaft. Ja, aber 50.000 Dollar sind viel Geld für uns. Das ist richtig, das ist richtig. Das wird auch alles ordentlich geklärt von denen. Oh, bin du eh. Bekommen wir dann bescheidenen Anrufe oder so? Davon gehe ich aus. Ihre Kontaktdaten sind ja damit... Wieso gibt der Handel uns das Geld und du holst dir das von deinen Freunden FIB, die nicht arbeiten? Sieht sich aus wie eine Bank? Nein, aber du hast Hermes, also hast du Geld. Ja, stell dir mal vor, jetzt steht dir eine Schlange und jetzt jeder will da Geld von mir haben. Wir sagen nichts. Ne, 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 das kann ich nicht machen. Oh, Baby, Baby. Arbeite die auch mal. Bitte. Arbeitet die auch? Ja, sicher. Wir sollen für den Detail nämlich Polizeieinsätze fotografieren, aber wir sehen keine. Ja, das ist schön. Immer nur Verfolgungsjagden. Ja, und die sind verdammt schnell weg. Oh, komm mal, erst mal hinterher. Dann solltet ihr vielleicht mal schnell nach, äh... Rechtsbussen. Was ist das? 7052 schauen in Weinfurt. Da ist gerade, da werden gerade viele Leute habsgenommen. Können wir nicht so einen Polizeifunk haben? Oh, wir haben Kundschaft. Ne. Ach, schade. Taxi, downtown Cap, der will ja mal parat. Wir sind doch in Amerika, da darf man den Polizeifunk abhören. Da fragen sie mir nicht, ich kann doch jetzt keinen Hund reden. Geben. Ach, meine Stimme, die stand schon. Ja. Kack W. Okay, wir haben Kundschaft, wir haben Kundschaft, wir haben Kundschaft, wir machen wenigstens was für unser Geld. Ja, das ist richtig. Ja. Okay, wir kommen da hin. Ja, dafür nicht. Wenn da was ist, sag ich. Bis gleich, tschö. Okay. Okay. Ja. Tschö. Ja. Ja, wir das an. Tschö Washington. Mach mal zurück. Ja, wir das an. Bye. Bye. Twinkie, mach mich nicht ratig. Ja. Äh, ja, okay. Da müssen sie abgeholt werden. Ist es eigentlich okay, wenn Staatsanwalt... Ja, ist okay. Alles klar, wir kommen. Tschö. Okay, wir haben zwei Kunden. Einmal West Coast. West Coast Customs. Geh weg, da sitz ich. Warte kurz. Geh weg, kann man da kommen. Ich sitz da. Ganz kurz. Sag, von welcher Familie bist du? Geh weg. Hä? Wer hat mir den Schatz rausgenommen? Das ist meine. Ach so, ah ja, stimmt, okay. So, äh, gib mal ein. West Coast Performance. West Coast. Warst du nur West Coast? Ich ist West Coast. Ja, das ist dem Chef seiner Werkstatt. Ich ist West Coast. Dem Chef seiner Werkstatt. Oh, wo ist er auf die Welt? Unser Flughafen. Chef will schon mit. Okay, hab ich. Jetzt geht es hier aber ab, ey. Okay. Da ist es mit. Oder will er da weiter? Versteiget sein. Der läuft immer in seine Wütenden. Ah, ich weiß gar nicht. Late Night Boy. Äh, in der Stadt. Lauf du mir Taxi. Komm her hin. Schau du mir mal in den Fuß. Okay, ey, wollen die mich jetzt? Taxi, die Dauntung gehabt. Der will immer beraten. Fahr mal zum Kacken aus. Ich bin von lange nicht in der Woche. Pass auf, das ist von Dieter das Auto. Ja, ja. Ja, wohin? Oh, guck mal da. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist hier los? Äh, zwei Kunden haben wir am Krankenhaus. Red mal lauter, Wille. Zwei Kunden haben wir am Krankenhaus hier. Okay. Oh mein Gott. Oh, okay. Der andere steht oben beim Erdbeerfeld. Ein Stückchen weiter. Oh mein Gott. Gib den ab, gib den ab. Ist ja keiner da. Der Holländer hat sich ja gemeldet, Großkotz. Ja, und dann haut er einfach ab. Und dann ist er nicht mehr da. Ja. Servus. Taxi stirbt. Hallo. Nein, wir behalten es aufrecht. Wir sitzen alle in einer Karre. Ja. Man ist denn mit geradeem Graf? Er hat sich nicht gemeldet. Nee. Ja, weil ich hier reingefahren bin, habe ich zwei Wochen hausverwollt gekriegt. Taxi. Ja, Moment. Komm, Taxi ist da. Wie, wie, wie. Wie, der Opa ist gerade verreckt. Tschönen Tag zusammen. Hallo. Hallo. Jojo, alles gut. Hallo. Wird der Chef jetzt nicht mehr mit? Chef, kommst du jetzt mit oder nicht? Ohne Scheiß, Willi? Ja. Dreh mal um. Der hinter dir sieht aus. Kennen wir? Wohin kannst du gehen. Wohin wollt ihr? Der hinter dir. Eins zu eins. Kennt ihr einen Sieg wie Klausel? Das ist der Mörder. Das ist der Mörder, ja. Warte. Sind noch ein Platz frei? Ja, klar. Wo wollen die ganz gehen? Wenn sie fragen, wo wollen die möchten? Wo wollen die hin? Kannst du mich beim Parkhaus 11 rauslassen? Ja. Beim Mörder Park? Na klar. Mörder Park. Oh, du bist einfach so schnell. Er hat nur das. Wunderschön. Ja. Der Typ hinten. Du siehst ja nicht, aber der Typ hinten sieht aus wie David Hasselhoff. Was ist der Film, Chef? Ja, ich weiß nicht. Ja, hallo. Ey, Hassel. Fahr mal. Ja, da kommt er. Habt ihr eine Nummer von dem? Nee. War Nummernschild. Fährst du mit? Äh, ja. Dann aber fix. Wir haben ganz viele Kunden. Warum? Was ist mit dem Chef? Mh, sein Vater ist verstorben. Oh, Karma. Was heißt der? Wo gehst du denn an meinem Taxi? Ja, der ist gerade eben verstorben. Oh nein, echt? Wer ist denn dein Vater? So ein noch älterer Sack. Ja, wisst ihr, wie der Typ zu arbeiten? Hast du eine Handy-Nummer-Irgendwas? Nee. Nur so ein Kennzeichen. Toll. Warum hat der mir seine Nummer gegeben, wenn er dann auf einmal abschmiert? Werden wir verfolgt? Werden wir verfolgt? Das war mein Freund. Wie darf der denn einfach gehen? Fahrler die denn gleich runter. Was habt ihr wieder angestellt, der uns den Handy verfolgt? Nix. Das Koks im Kopfraum gehört nicht uns. Hau so auf, das ist unser Kokain. Amo-Tigris-Schlafwut. Fahr schneller. Los, Trink-I-Ausweich-Manöver. Die haben alle, weißt du, und dann heißt es wieder, kein Einsatz, kein Einhänden dafür, die Verbrechensbekämpfung. Wir werden wirklich verfolgt. Hör den. Ihr kriegt uns nie lebend. Ich riech den. Ich werde gleich mit einer Flätschel nach oben schießen. Oh, das hat gezogen. Das hat gezogen. So. Wir sind angekommen. Wer stellt die Rechnung? Du, perfekt. Guckst du an, that is David. David has a look of paywatch. David has a home. I've been looking for freedom. Hallo, Vagira. Ja, warte mal, wie viel habt ihr denn hier? Mach da Platz. Dein Mann ist dabei, der Willi ist dabei, der Ronny ist dabei. Mach Platz. Der andere ist ein Gast, ne? Und Hans-Peter. Hans-Peters Gast. Achso, du bist Gast. Feine Miete. Feine Miete, Kunde. Wir kennen die Miete. Ich weiß nicht. Feine Miete, Kunde. Hey, du bist Gast. Hey, ich bin Chef. Wir können auch alle hin. Bitteschön. Super, danke. Das wäre mir nicht gewesen. Schönen Abend, euch noch. 10% Rabatt gibt es gerade bei West Coast Performance. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Auf alles. Auf alles. Komm her. Ja, ich bin jetzt gerade eben. Arsch, da komme ich vielleicht gleich mal vorbei. Ja, geil. Katze, wir sind wieder Schussbilder. Ja, ist noch jemand da. Ja? Perfekt. Ja, verteilen wir ein paar Dinge. Oh, meinst du auch noch kunden? Was? Einmal zum Bäcker. Zum Bäcker? Ja. Auf dem Weinberg Boulevard. Hab schon. So, und danach müssen wir da oben beim Erdbeerfall kunden. Okay. Ja, alles klar. Der braucht aber gar nicht mit Spitzhack hier einsteigen. Mann, Bagheera. Also, so wollen wir das nicht. Geh mal schnell. Ähm. Geh mal schnell. Setz mich, glaube ich, mal bei einem Pia ab. Wie so sagt... Schmeiß mit. Da versenken wir dich bald. Irgendwie ist das anders. Stimmt, was denn? Du kannst nicht mehr mein Chef sein. Warum? Na, weil du nicht mehr bei uns arbeitest. Ja, und? Dann bin ich wohl Chef. Trotzdem gehört mir das Unternehmen. Ja. Ja. Wann werde ich eigentlich CEO? Kann ich befördert werden? Nein. Kann man sich als CEO hocharbeiten? Nein. Warum? Boah, eigentlich hat Willi nicht hochgearbeitet. Wieso noch? Wie? Was habe ich mich... Du hast dich hochgeschlafen. Der Willi hat ge... Der hat geblasen. Komisch, dass ich noch nie bei dir auf Pyjama-Party war. Aber okay. Du hast ja auch kein Pyjama. Ja, ja. Ja, kann ich bestätigen. Der schläft im Schlüpper. Taxi-Downtown-Capt. Der will ja mal parat. Vor allem hat der immer die engen Schlüpper an. Wo es rechts und links rausquillt. Ja, ihr dürft allen Tinkerbocken haben. Fahr mal zurück zum Krankenhausschnell. Zum Pillbox, ne? Wir sind jetzt hier gleich da. Also, ja, wir kommen. Wir waren gerade da. Ich habe gedacht, da sind nämlich zwei, drei Leute eingestiegen. Da habe ich gesagt, da wären sie einer gewesen von denjenigen. Und schnell Fotos beim Vorbeifahren. Ja, genau. Becci, das ist unser Turf. Achso, ne, das ist nicht schlimm. Wir kommen dann nochmal zurück jetzt, ja? Wir sind beim Bäcker. Den Kunden, einen Kunden rausschmeißen. Dann kommen wir wieder, sie holen. Das Razzia gewesen. Bis gleich. Entschuldigung. Tschö. Wir waren gleich nochmal vorbei. War noch einer, waren sogar vier. Ja. Ist doch gar keiner. Der Kunde will doch hier hin. Achso. Hehe. Entschuldigung. Das ist nicht schlimm. So, kommen Sie schnell. So, das macht für Sie dann, äh, 1210 Dollar. Ich glaube, der Hans-Peter beobachtet uns. Ja. Trinkgeld ist bleh. Ich glaube, der will gucken, wie wir arbeiten. Ach, ich arbeite doch eh nie. Weißt du, dann sagt er wieder, oh, wir verdienen immer, arbeiten nicht, arbeiten nicht. Wir sind den ganzen Tag hier dabei. Ja. Lüge. Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Ja, hab ich. Und wenn ich ehrlich bin, Jasmin, war auch dabei. Ich hab nicht mal eine Rechnung gekriegt. Ich bin Aragon, der Gärtner. Und ich bin Alkoholiker. Ich bin Alkoholiker. Ich bin einfach so viel. Fünf Euro. Hey, so und so viel. Beutel. Aber Land. Gib Vater deine Ringe. Ist doch klasse. Danke. Prima. Bitte. Eine Hand voller Kopfnuss und wir werden auf die Schnee da rasseln. Bis zum 16. sind nur 12 Tage. Was soll ich denn bis dahin reinziehen? Ich muss kein Trinken. Schnee, Schnee, Schnee. Wo ist denn hier ein Bankautomaten? Hey, das ist ja unser Problem. Ach, komm ey, nee. Lass dich denken, will ich. Schönen Abend noch. Gut. Schönen Abend. Was ist das? Trinkgeld draußen ist. Wie hat er jetzt nicht bezahlt? Äh, Pillbox nochmal schnell zum Krankenhaus. So, nur noch ein Trinkgeld gegeben. Oh, sei bloß vorsichtig. Ich hab nur noch eine Beide Polizei vorbei. Die ist schon weg. Wie, die ist schon weg? So, jetzt zum Krankenhaus. Zum Krankenhaus. Na, jetzt gleich kommen die. Ja, gleich kommt's. Da. Sie sehen uns rollen, sie hassen. So. Sei bloß vorsichtig. Lenn mal parken. Schöner weiterfahren. Hier gibt's nichts zu tun. Alter, eine Klappe. Unser TÜRF. ACAB. Acht Cola, acht Bier. Okay, habt gute Fotos gemacht. Sehr gut. Oh Mann. Haben wir eigentlich schon Geld dafür bekommen? Nee. Dann kannst du die Herren bald schön mal anrufen. Ich hab die Fotos aber nicht entwickelt. Bitte. Was willst du? Ich will befördert werden. Wo, wo, ja, für was? Du willst doch gar nicht befördert, du sitzt im Taxi. Nee, ich will. Ja, sag mir, was du werden willst. Was gibt's denn? Äh, du kursst ein eigener Mann. Ja, gib mir was. V.I.B. V.I.B.? Ja, das ist, wenn man besonders ist. Besonders gut. Oder, wie du bist. Da, 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 da. Wie du bist. Da, da, da. Ich kennst du das? Und der soll anderen Leuten helfen. So. Da steht der Kunde. Fahr nochmal unter das Dach. Ich geh wieder zurück in die Kita. Du darfst dich nach Kita doch gar nicht auf 200 Meter nähern. Aber ich geh meistens ört hin, geh als ich einen Wasserspender für uns am Saufen. Da, 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 da. Hey, ein Nudel. Wo war denn, war denn so A? Nein, nein, nein. Wie A? Ron, nee. Nicht A. Er kleint ihn doch, wie die Tür aufkriegt. Ja, versuch's mal mit. Auf dem M-Knopf. Guck mal hier, da, über dem E. Hallo. Über dem E ist der M-Knopf. Mach da mal die Tür auf, Mensch. Such dir mal den Sitz aus. Pflanz dich. Ach so, äh, wo gehe ich da? Ja, perfekt. Taxi, Downtown Cap, der will hier mal parat. So, wo darfst du hingehen? Ja, wir sind, ja, wir sind am Krankenhaus, wir sind am Weg. Wohin musst du? Ey, du Arsch! Er ist so verrückt. Er sagt, Krankenhaus Paleto. West Coast Performance noch schnell ein Afford. So, ich, warte. Komm mal. Ich, ich klär das. Boah, Chef. Ach ne, der kann ja ganz viel Leitstelle nehmen. Ob ihr bescheuert seid, frage ich mich. Hoffentlich liegt der da drin. Ja, äh, wir müssen noch zur West Coast Performance. Da jemanden abholen. Am Flughafen? Ja. Ja, wo will denn der Fahrgast hier hin? Ähm, Paneto, Krankenhaus. War erst mal zur West Coast. Der dauert, der dauert, ach, Dala. Der wartet so ein bisschen länger. Was ist denn, der Wille? Hast du Straffehler oder was? Ja. Bist du der Kusch? Ey, Nudel, wo musst du hin? Hä? Bin jemand anders. Ich sag, warte mal. Hallo, wer ist der Mika? Ach, hi. Ja, Hasepetter, sitz hin. Der beobachtet uns. Der macht Fahrerkontrolle. Hasepetter, ich soll dich fragen, ob du bescheuert bist. Warum? Weil keiner bei West Coast Performance ist. Ich rufe an. Er ruft da so cool aus mit deiner Brille, ne? Ich komme runter. Hasepetter, komm drunter. Wie du da sitzt und kaum über Lenkrad gucken kannst. Und alles unter Kontrolle hast. Wir sind, wir sind krass, oder? Ja, Mann. Übel cool. Wie du das Lenkrad festhältst. Das Pinelli Lenkrad. Wie du die Kupplung kommen lässt. Bebe, uh. Oh Gott. Diese Abkugel. Lala, 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 lala. Lala, lala, lala. Lala, lala. West Coast, zurück. West Coast, zurück. Was? Zurück. Wir müssen zur Werkstatt. Geht sie nicht zur Werkstatt? Ach, so, oh. Ja. Dann geht sie zur Werkstatt. Geradeaus, links. Geradeaus, so nahe, links. Trag mich doch. Bist schon wieder müde, ne? Ja. Links. Ja, geradeaus, dann links. Geradeaus. Bei Lack Schuhe vorbei. Dem libanesischen Schuhhandel. Ach so, ja, jetzt weiß ich wieder. Okay, danke, Entschuldigung. Ich muss auch gleich ins Bad. Ja, das ist bestimmt schon wieder spät. Wir gar nicht auf Ruhe gucken. Ja, der will hier nicht. Hey, dauert noch mal ein bisschen dein Taxi. Bei dem vom Erdbefeld, die Sache soll laufen. Ja, wir sind gerade noch unten am Flughafen. Es gab hier ein kleines Problem. Ja, wart den. Aber wir kommen jetzt gleich. Wir holen da nur noch schnell einen ab und dann fahren wir hoch in die Richtung, ja? Okay, bis gleich. Wir würden gerne den am ersten machen, weil was bringt das jetzt hier noch die letzten zwei Tage hier jetzt, äh, ne, wie ich steuere eine Kuh. Dann haben wir auch einen Abrechnungszeitraum. Taxi downtown. Ja, er springt das mit vollem Taxi. Morgen, übermorgen kriegt er. Ja. Okay. So kennen wir ihn, ne? Mäbich, tschüss. Ach nö. Jeff, komm rein. Ja, wart, ne, ich mach jetzt, ich mach jetzt hier Werkstatt eben. Ich mach eben die Kuh. Okay, bis gleich. Tschö. So, junger Mann. Hola. 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 Sie haben einen Wagen hier weggebracht? Ist der hier? Okay, dann kriegst du ja 50 Prozent gleich. Dann, äh, wo müssten Sie hin? Äh, Parkhaus in Palito Bay. Hey, Pablo. Wo muss der andere? Auch nach Palito muss der andere. Beide nach Palito. Ja, das ist perfekt. Dann gib Gas. Ich hab ein Utebias gemacht. Moment, Moment, Moment. Was sind da? Oh, der Nacht ist Feierabend. Ja, was ist denn mit dem am, 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 am Erdbeerfeld? Ja, dem hab ich angerufen. Dem hab ich gesagt, äh, dauert noch ein bisschen. Wie, du weißt du neben der Nummer? Ach so, stimmt, du stehst ja auch immer. Wir können den, äh, auch vorher einsammeln und dann nach Palito weiterfahren. Ja, voll umständlich. Da bist du ja auf West Highway, wo. Die können wir direkt auf den Miet auf den West Highway fahren. Ja, ja, dann machen wir West Highway. Ey, bis dahin, warte, ich hab ne andere Idee. Äh, was denn? Könnt ihr mich, ähm... Du kommst mit, du gehst nicht schlafen. Ja. Also, ich dachte, ich hab euch... Ja, der Crew teilt die Schiss. Okay. Du machst die Schicht jetzt noch Ende. Ja, ich schau los. Wir holen gleich den vom Erdbefeld noch und dann Feierabend. Ja. Dann fahren wir nochmal kurz mit dem Roller zum Tuning, dann machen wir das Auto lackieren lassen und dann hier mit Apple nachher. Was für Tuning? Nee, ich geh nicht mehr zum Tuning. Ja, okay, dann machen wir das, äh, morgen vielleicht. Fährst du hin? Ja, morgen. Also, du fährst über den West Highway, okay. Ich hab nix gesagt. Oder Donnerstag, ne? Man weiß ja nie. Ja, Donnerstag Fahrradtour. Vielleicht kommen Dinge dazwischen. Donnerstag Fahrradtour? Nee, Donnerstag ist Urlaub. Ach, Donnerstag ist Urlaub, genau. Da fangen wir doch auf die Insel, da. Ja, wann machen wir die Radtour? Ja, Freitag dann. Okay. Pink, gib mal den Pinky. Was ist denn da vorne los? Die pushen von rechts, guck mal. Ja, die. Ja, los. Pass auf, Twinky. Lern laufen. Die sind mir besser, dass es mir auch einfach scheißegal ist, wenn die drauf gehen. Wenn die so dumm sind und da rumlaufen. Hallo, die hatten Grün. Nix hatten die. Doch, die haben Grün. Nee. Also, wenn ich sag, die haben Grün, dann haben die Grün. Halt deine Klappe jetzt. Ja, Asti. Ich hab, soll ich es dir noch sagen? Mit mir hast du so nicht zu reden. Ich liebe in die Taxi wirklich die Spürung. Brauchst du ein Taxi? Okay. Also, äh, darf ich? Ronny, darf ich deine Nummer weitergeben? An wem? Ist das eine Frau? An wen? An den, das ist... Du sollst reden lernen, soll ich dir sagen. Wer sagt das? Oh, wart ihr da gerade auf der Straße? Achso, okay. Gib mir dem seine Nummer. Ja, ich geb dir deine Nummer, ja? Der will dich anrufen, Ronny. Ich kann meinen Pinky mit Pinseln vertauschen. Oh, Mann. Schreib auf, Ronny. Ja, weiß ich. Ey, du wolltest die Nummer aufschreiben, dann kannst du... Ja, aber... Du hast die süße Stimme, die es gibt. Oh, danke. 555? Ja? 370? 370? 370? 1716. Ich hab, wie gelaufen. Und wer ist das? Das ist der Asti. Das klingt doch toll. Das ist vom Sikoroti. Danke für den Präumen, meine neuesten Brüder. Hallo, Asti, was ist... Was dachte der Herr? Ich hab anrufen. Wo ist der Olle, Schett? Wo ist der Olle? Ich fahr gar nicht, du. Wie, we... Ja, ich hab gerufen. Ich hab gefragt, ob ihr noch alles beisammen habt. Alle Schränke in der Tasse. Hast du die Schränke in den Taschen? Taschen. Oh, gut. Ja, scheinbar nicht. Seid ihr irre. Wollt ihr sterben? Komm, lauf mal zurück. Nächstes Mal erwischen wir dich. Danke, Oma. Genau das hab ich gesucht. Nee, ich pusht jetzt nicht. Damit sie gucken mal den Klippern. Ich muss auflegen, mein Akku. Ich hab nur noch 85%. Boah, wenn der Holländer anruft. Genau, halt die Leitung frei. Was hast du gesagt? Hallo. Das ist ein Dreck, sag ich. Ich bin im... Ohne... Du bist schon ein dreckiger Bastard, ne? Das war ziemlich frech, muss ich mal sagen. Ja. Aber man kann sagen, der ist blöd, der ist gemein oder dreckiger Bastard. Du weißt, ob ich das meine. Alles gut. Mein das lieb. Ja, ich hab's auch lieb verstanden. Du Sohn deiner Mutter. Oha. Was? Ist doch normal. Hier ist der Sohn. Seiner Mutter. Naja, nicht alle. Wieso? Ich sag jetzt besser nix. Aber alles nur... Wir haben neues Auto gekauft. Weiß. Woher, Lacke, woher? Boah, hast du da eben schon erzählt. Achso. Was du auch gesagt hast, der Ronja schattiert. Ja, ist okay, Mann. Ich würde nur Konversation führen. Achso, okay, Entschuldigung. Ja, schön. Was habt ihr bezahlt? Ach, nix, egal. Was für die Auto haben sie sich denn gekauft? Oh, danke der Nachfrage, wir haben uns einen Ubermacht Trebbler GTS gekauft. Wie heißt der Wagen? Ja, die Handbremse klären, gehst du grad am Driften. Du gehst am Driften, Alter. Too fast. Too furious. Achso, cool. Ah. Ride us on the storm. Ja, jetzt noch Englisch lernen, dann geht das... Wat? Wat? War doch richtig, oder? Ne. Wieso, wie heißt das denn? Das sag ich dir nicht. Heißt doch Ride us on the storm. Ne. Ne? Ne. Dann hab ich da was verwechselt. Also, dann können wir sagen, was? Was? Adios, Mio. Ich wollte jetzt einfach mal mitspielen. Ja, ja. Hey, hier gleich kommt Hukis, haben wir heute nur 100 Mal schon gesehen. Ah, und rechts sehen wir schon wieder die Leute im Kreis. Neu und innovativ. Oh, guck mal, jetzt stehen sie links rum im Kreis. Wo denn? Ach, nirgends, aber das... Ah, ja. Hier ist Hukis. Hier gibt es richtige Luku, 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 Luku. Ich muss wirklich sagen, sie fahren sehr sicher mit die Geschwindigkeit, das ist wirklich die gut. Ja, schneller fährt als alle und jetzt. Aber ich glaube, es hieße doch, man muss mindestens fahren die 60 auf die Highway. Das ist kein Highway. Bist du ein Polizist oder was? Wenn nicht, dann halt die Klappe. Hey, du darfst nicht so mit dem Fahrgästen reden. Ja, sonst geben die weniger Trinker. Ja, und Hasenbäder hat mich deswegen schon ermahnt. Entschuldige dich, Trinkie. Warum trinket es so heflich? Ja, weil der Fahrgast bestimmt das. Ja, mein Gott. Pablo. Entschuldigung. Komm, jetzt kannst du aber mal die Kurve driften hier. Ja, richtig. Hier ist irgend so die Pablo. Oh mein Gott. Pablo Escobar? Wie heißt denn du denn? Hallo? Wie heißt denn die du? Was? Was? Ja, was? Ist dein Name? Hey, ich hab's zuerst gefragt. Ich hab's zuerst gefragt. Du musst dann zuerst abwornen. Sind sie ein Spanier oder sind sie ein Indianer? Vielleicht Mischung aus beide. Portugiese. Oder? Weißt du selber nicht, ne? No, ich bin geboren in die Amerika. Also, es ist ein von dem Indianerstamm. Bestimmt ein C-Hooks. Sie sind knallhart. No, tatsächlich. Ich bin geboren in die East L.A. East L.A.? Und woher kommt deine Mutter? Und dein Vater? Boah, ich hab keinen Bock mehr. Hey, du hast Akzent. Perkst die Dauntown-Captain-Apparat. Warte mal, wo fahren wir hier überhaupt hin? Nur noch. Zu die Parkkasse. Ich muss. Ach so, okay. Äh, momentan nicht. Momentan sind wir voll. Du hast es voll gelernt bei Yoda, du hast. Und du noch zwei Arten. Ich wollte gerade sagen, einfach mal in der Woche auf zwei probieren. Und herzlich willkommen. Jo, danke. Tschö. Ja. Oh, gut. Oh, ich hab Hunger. Ja, du kannst auch drauf fahren, Twinkie, ne? Oh. Nee, hier ist doch der Ding zum Auto ausparken. Bleib doch hier. Ich sag ja, drauf fahren, vorfahren. Misch dich nicht in unsere Beziehung ein. Oh. Ich bin Teil der Crew. Oh, jetzt muss ich gleich drehen. Aber nur, weil du durch ein Schlüsselloch bei uns zuguckst, Pinsa, heißt das nicht, dass du Teil der Beziehung bist. Okay, lassen Sie mich kurz gucken, soweit ich weiß. Wir hören doch immer weg an in deinen Crews. Machen wir ein Fenster runter. Müssten Sie nicht auch hier raus? Oh, ich putze. Okay. Ah, okay. Warte mal, der andere Herr muss nach oben hier raus. Wieso, das wäre dann wie sie einmal... Ja, was ist eigentlich mit dir? 20 Dollar. Penst du? Hallo? Machen Sie die 3000. Penst du? Vielen Dank. So, steig hier aus. Nein, Sakira. Du bist eine böse Mietzekatze. So. Bitte schön. Du bist böse. Wir haben den Erdbeerfett schon wieder vergessen. So, ich darf nicht. Ja, wir sind jetzt danach. Gott, ey, ihr Arme, der muss immer noch weiter arbeiten. Ich bin mitgezünd. Der Arme. Da glüht die Spitzsacke schon. Ist so. Die hat gleich keine Haltbarkeit mehr. Der hat wahrscheinlich seine ganze... Bitte? Seine... Was? Was? Wo möchte der andere Vorgastin hin? Das ist im Krankenhaus. Krankenhaus hier. Ach so. Nein, krank. Der hat bestimmt seine ganze Ladung Erdbeeren schon gefressen. Die läuft auf dem Schreibtisch rum, die macht alles kaputt. Der wird zum Krankenhaus gewonnen. Ja, krankhaus. Herr Nudelhaar, wie heißt du eigentlich? Hallo. Wie, Tico. Und weiter, Escobar. Feine Miete, kotze. Feine Miete, kotze. Vor allem, heute ein Moped kaufen. Das hieß auch so. Hier rechts. Ja, heiß ich auch. Entschuldigung. Feine Katze, bist du mal gierig, ne? Lass ja den Monitorarmen wohl. Ich hab keinen 10 Euro um dir. Katze, ich hab kein Geld. Du die Knarre weg. Ich hab kein Geld. So, kommen sie daher. So, wie sie macht das dann einmal. Lassen sie mich gucken. 2.970 Dollar. Du weißt auch nicht, was hier abgeht, ne? 2.500, aber natürlich. Gleich ein Ohrwurm. Riding on the storm. Ja, genau. Okay. Geht nicht weg. Nicht zu schrieb. Nicht zu schrieb. Ja, wünsch ich auch. Tschüss, mit Güssi. Tung, 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 tung. Tung, 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 tung. Machen wir Feierabend? Ja. Doch, der hat vom Erdbeerfell. Tau, wir schießen. Ja, dann müssen wir eh lang. Okay, Herr Beffeld. Also nicht ganz hast du Postelcode, ja, ne? Und zwar 8.93 bei der 3. Das Haus. Dann führ uns. Warte, warte. Ja, dann fahren wir da in die Richtung. Warte, warte. Das ist in der Straße, wo der Kleiderladen 7 ist. Ja, warte. Ich mach das schon, Tiki. Ja, warte. Ich schreibe die Steine. Wie viel da liegt? Super. Oh mein Gott, warum? Was denn? Tiki? Hallo? Wildi? Pinsel? Oh oh. Hallo? Hilfe. Halt auf damit. Ich musste lachen, das war ungefähr. Wo geht ein Trink hier hin? Ich glaub, die muss groß. Ja, aber die hat doch eine Pampers an. Was? Nee. Was ist eine Flickdose? Was ist ein Fall? Gott. Wieder Kundenschaft. Oh nee. Taxi downtown Cap. Der will ja mal parat. Sach geschlossen. Markus. Äh, willst du eins kaufen? Du meinst die Fahrt? Äh, kommt die Anfahrt, je nachdem wo du bist, plus 200 pro Kilometer. Äh, ich guck grad mein Handy durch. Ist ja nicht viel. Das sind, glaub ich, zwei, drei, wenn es drei Kilometer sind. Börgeladen, Alex, Büchse, Lisa, Markus, Merten, Pinsel. Äh, 1210 werden das. Halt doch mal die Klappe. Schlumpfine, Snitch, Törtchen, Weenie, Arthur, Chef. Dieter. Hallo, Holländer, Horst. Ja, okay. Jenny, Taxi, Jonas, Taxi, Knicker, Chef. Aber dann kommen wir runter. Oh meinst du, Lens, mich jetzt doch nennen. Okay, bis gleich. Taxi, Schauspieler, Tommy, Tyrone, Ranjit, Taxi, Vermieter, Verbitu, Boosted, Willy und Juri. Hm. Äh, äh, echt toll eigentlich. Und Pinsel, auch oben aber. Mit zwei Stärnchen. Oh, danke. Ich weiß gerade, ich schliebe gerade Schallen. Oh Gott. Wo bin ich? Ja, Herr Washington. Sag mal, hast du die... Äh, ja, da sind wir noch mit dem Bus unterwegs. Kann ein paar Minuten dauern. Äh, von Paletto sind wir gerade. Aber sieht auch sexy aus. Äh, muss das sein? Okay, okay, bis gleich. Äh. Lass dir einfach die Mai-Ausage. Warte, ich gebe die Leichen mal gerade. Ah, nein, noch nicht. Äh, könnt ihr mal zum Erdbeerfeld da jetzt, zu den Klamottenladen? Und dann müssen wir den Herr Washington abholen und noch einen am MD. Ja, nee, wir machen Feierabend danach. Ja, dann fahre ich den Bus weiter. Boah, Willy voll angepisst. Äh, ich wusste gar nicht, wenn du dein Shirt umdrehst, das ist auf der einen Seite grau. Ja. Hast du auch die Haare gewaschen? Ja, hab ich. Im Klo? Du willst gar nicht wissen, wie das da abgeht. Ich war am Schwitzen, Süßerau. Da muss er auch mal überall hin. Wie viele waren dann denn? Habt ihr Oberteile getauscht? Ja. Riders, das heißt doch Riders on the Storm. Ja. Hab ich doch eben gesagt, warum sagst du kein Englisch? Ja, du hast das falsch gesagt. Nein, ich hab gesagt Riders on the Storm. Du hast Rain gesagt. Nein. Doch. Wasch dir mal die Füße. Hast du nur Bock? Ah. Ja? Ja. Willy. Nee, leck mich. Ey. Nee. Mach ich lieber. Dein bester Freund, hör auf. Ja. Wer ist dein bester Freund? Du. Ja? Danke. Ich kann diesen Highway nicht mehr sehen. Das ist ein Willy, guck mich mal an. Ja. Bist du lieber im Kreis stehen? Nein, nein, ich bin nicht im Kreis. Von der Seite sieht's aus, als was studiert. Guck mal, Twinkie, rechts gleich. Hab ich schießen gelernt. Katze, Hals tätowiert. Rechts. Mhm. Und das Flachgut. Da vorne, hinter uns. Wir sind dann vorbei. Ja, wir sollen jetzt hinter mir. Und steht da, vor, davor, davor. Kennst du F-C-O-X? Und nicht dahinter. Kennst du F-C-O-X? F-C-O-X, ja. Kennst du die Strecke Big Blue? Ja. Dickes B, oh man, das ist B. Im Sommer tust du gut und im Winter tust's weh. Mama Berlin, mach Stein und Benzin. Schliebel deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Oh geil, weiter. ip, dip, 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 dip. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Peter, cath 오� siehst du. Nee, Hals im Hals, ich brauche Konzentration. Hast du das einieben? Ich werd hier. Wo wir hin müssen. Ja. Ja. Okay. Willi, bist du schon wieder auf Speed? Speed-Dating. Das ist ganz schön ungeduldig, Leute. Ja, ist so. Ja, ich bin traurig, weil ihr mich erjagt. Geh mal der Jutta bürsten. Nett. Ein Digimon wird dich begleiten. Der beste Freund aller Zeiten ist ein Team während alle Abenteuer bestehen. Und jetzt zwink ich, du. Wir bleiben Freunde, was noch immer passiert. Doch morgen passiert. Dein Wirt. Geh mal einen Traum und der wird wahr. In deinem Weg stelle dich in Gefahr. Alles, was richtig ist, wirst du es gerne, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, ich kann euch nach den Sternen dut. Du bist soweit. Glaub an dich. Bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Das könnten wir aufführen in unserer ersten Band. Noch ein bisschen. Doch, das nächste Haus da, hier auf der rechten Seite. Da steht er doch. Der hat echt zu lange gewartet. Oh Gott, der Typ. Der fährt umsonst. Der fährt umsonst in der Reihe. Der arbeitet auf in der Werkstatt für uns. Der hat jetzt so lange gewartet. Der muss nämlich jetzt hinreifen. Wo musst du hinreifen? Ich muss einmal zum Parkhaus ziehen. Da hast du nur gewartet, Scher. Okay. Peanut? Ja. Vorher zum PD. Da holen wir den ja verschiedene Namen. Ja, vorher zum PD, dann Parkhaus ziehen. Und dann noch den Parkhaus. Ich weiß nicht, du wartest bestimmt schon eine Stunde, oder? Nein, Bagheera, böse. Dann tut mir jetzt leid. Schon nach vierten Mal heute. Warte, ich... Auch so... Ah, vierze Minuten, aber das geht noch mal. Also, kannst du das? Dann kannst du auch mischallen. Nein, nein. Nachtzuschlag. Wenn man entscheiden, dass denn die Mitwahrer? Das ist eine böse Hüßekasse. Das stimmt, ich kriege nichts. Ich hab ja gut, wenn hier alle Cola. Hüßekalle, hör mal, willst du ein bisschen fahren, oder? Ja. Oh, ganz gut. Oh, ganz gut. Äh, hey, liebe Mann, jetzt alle feiern. Volle Taxi. Deswegen hat es so lange gedauert. Weil ich gebe jetzt die Leitstelle ab. Du kannst sie gerne haben. Ich hab gesehen, die machen Kontrolle am... Ach so, dann mach, okay. Oh, bitte nicht. Keine Kontrolle. Okay, ne, weiß ich Bescheid. Wir sind müde. Wir sind erschöpft. Das ist eine schwarze Schütze. Der ist ja nicht da, der Penner. Ja. Ne, deswegen. Der sagt, ich fahre und dann ist er weg die ganze Zeit. Ne, ist nicht schlimm, Kalle. Ich gebe die Leitstelle auch so, hab kein Problem. Okay. Wenn du den Knochen hingelegt. Ja, mach, mach ich. Böse, Mieze, Kotze. Was säße? Böse, Mieze, Kotze. Nein, nicht auf das Eis. Los, Willi, unterhalte dich mit dem Gast. Ach, nö, jetzt ruft schon wieder einer an. Wir haben Feierabend. Warte, den muss ich noch dran gehen. Gib doch die Leitstelle ab. Ja, gib ich ja. Ist ja keiner da, dann gibst du jetzt aber die Umleitung. Machst du jetzt. Taxi, da ist doch glatt, der mit dem Apparat. Oh, Mann. Meine Hand geht zu einem Fohrer. Okay, schnell. Leitstelle weg. Okay. Wir können gleich spielen. So kann man auch Feierabend machen. Ja, der hat nichts gesagt, der Kunde. Wir sollen nicht beißen. Du willst so viele leben. Halt die Klappe. Oh, Mann. Ohne Scheiß, ne? Das ist eine Serie, die mich bzw. meine Kindheit geprägt hat, ne? Meine hat Beate Hose geprägt. Bidimon ist so eine geniale Serie. Meine Happy Weekend. Okay. Also jetzt zum Bidin, ne? Den Herr Washington einladen. Ja, ha, Willi. Und dann noch zum Krankenhause einkommen. Und dann machen wir Feierabend. Ich hab die Leitstelle, die Umleitung abgeben. Rufumleitung ausgestellt, meine ich. Das ist eine schwarze Karte, keine Ahnung. Halt auf. Bist du eine Rasse Karte? Ja, okay, los. Danke für die Wiese auf 31. Was ist geschehen? Danke. Was ist bloß los mit unserer Welt? Wann werden wir verstehen? Es geht um uns und das ist was zählt. Werde ich, ne? Ich kenn's. Keine Angst, es ist niemals zu spät. Nein. Solange die Hoffnung in uns weiterlebt. Oh, wir warten nur auf den Augenblick. Wir sind bereit. Es geht kein Zurück. Verdammt hoch. Ja, Monster Ranger. Was ist das denn? Das ist so der geile Menge. Kein Witz? Internet? Ne. Das lief damals auch mit Digimon und Pokémon und Co. auf RTL 2. Ja. Monster Ranger. Hatten wir hier auf den Kanal geguckt. Pukito. Kenn ich nicht. Ja. Ich hab früher Pikamon geholt. Ja. Pikamon, flieg und sieg. Frag doch mal deine Freundin in deinem Telefon, um die das kennen. Halt's Maulpinsel. Watt denn? Halt's Maulpinsel. Halt's Maulpinsel. Meine Frau, ich bin ja nicht am Telefonieren. Ja, ich sag ihnen. Irgendwann hast du mir ein paar Namen vorgelesen. Echt? Was? Na Ranjit oder wer war das noch? Ranjit. Ja, die waren aus dem Telefon, du Idiot. Ja, die meinst du. Ruf die an, frag mal nach. So. Gleich antworten die nicht. Nee, bin nicht. So, Knallkopf. Hab dich lieb. Dünnerstag, Felix, sieben, Olaf. Ich hab verdient. Hab ich mich gönnt. Boah, ich hab so Hunger, ne? Man sagt ja nicht, wo die langfahren soll. Entschuldigung. Genau, ich weiß nicht, dass ich mich hier. Direkt so, über den Wattweg. Oh mein Gott, schau Zeit. Die macht das wirklich schockiert. Oh mein Gott. Ich schneide mich einfach. Die wissen von nix, Sir. Eh. Sonst kommen die bösen Buben. Ja, sie ist die Abenteuerfahrt. Komm mit mir ins Abenteuer. Komm mit mir ins Abenteuer. Wisst ihr, dass ich noch hier drinnen sitze und zum Parkhaus ziehe? Ja, 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 wir fahren dich jetzt hin. Wir sammeln nur den Washington ein. Och, ne. Komm her, Waschmaschine. Hallo. Hallo. Reinsteigen, reinsteigen. Hallo Süßer. Sag mal, hast du Lipglas drauf? Wo steigen sie hin? Ja. Der hat bestimmt wieder eine heiße Kollegin geküsst. Ich möchte auch ein bisschen abhaben. Könnt ihr hier die Tür aufmachen? Ja, drückt den M-Knopf. Der blinkt doch sogar rot, Mann. Ach ja, lol. Ja, such dir, wenn man sitze ist. Ja, such dir, wenn man sitze ist. Roffel. Roffel. Ah, mich schon, nein. Erfangen zu Parkhaus 10, bitte. Roffel, Mau. Das habe ich zuerst angemacht. Ich will wieder ein bisschen jünger wirken. Und dann dachte ich, doll. Da musst du ein Milch backen, wie Kleopatra. Oh, das war ein guter Bild. Laughing my ass off. H-T-G-D-L. Oh, ich. Äh, genau. Der Ray muss zum Parkhaus 10. Washington, wo musst du hin? Nach Lonely. 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 I'm so lonely. Oh, mein Gott. I am so lonely. Ich bin ein Tremot. H-T-G-D. 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 Das gibt wieder Trinkgeld. Geil. H-T-G-D. H-T-G-D. Okay, jetzt hier rechts. Nächster rechts. Deja Vu. H-T-G-D. 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 Und da ist der haarige Unterbaum. Das ist ein Schritt, Leute. Das ist kein Arsch. Das ist ein Schritt. Oh, mein Gott. Das Teil kommt schon. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Falsche Richtung. What is love? Äh, okay. Ich nehme mir den Nacken kurz. Der muss schau mal raus. Lol. Warte mal. Lol. Lol, der Roffelmau. X-D. Kappa. Poggers. Poggers in die Checker. H-T-G-D. H-T-G-D. H-T-G-D-G-D-G-D-G-D. H-T-G-D-G-D-G-D. Oh, oh. Ich halte mich an deinem Bauchhlampe-Piercing fest. Oh, aber Vorsicht. An den Achsenringen da unten. Hey. Hey, du gibst du. Oh, mein Gott. Du, du, du. Ja, ja, ja. Wackelt nach vorne. Wackelt nach vorne. Oh, mein Gott. Ja. Gib mich hoch, motherfucker. Schieb mich hoch. Gib mich hoch, motherfucker. Schieb mich hoch. Ich glaube, ich war öfters mit euch. So, ihr schmeißt den Ray raus. Ich bleib auch hier sitzen. Hau rein, Ray Ray. So, keine Rechnung rein. Der geht aufs Haus. Der war so lange wartet. Oh, ey. Ich schwöre, der geht nie wieder für mich. Mann, komm, hau ab jetzt hier. Ja, aber ich darf... Ja. Tschö. Und es sind ja Waschmaschine noch fallen. Ach, Mann. Spring raus. Ja. Wolltest du nicht aufsteigen? Keine Ahnung. Du musst einfach zur Tür gehen und raussteigen. Ja, stehst du auf, gehst du raus. Ah, da steht gleich wieder ein Paletro. Du hast doch einen M-Knopf einfach. Wir sind schon kommen. Nee, nix. Oh, nee. Äh. Entweder, äh... Ich rufe gleich den Kopf. F steht für Freunde. Hast du dich auch abgeschnallt? Stimmt, du bist so angeschnallt, hast du doch gesagt. Das war ja was. Es gibt keinen Anschnallgut im Taxi. Ist das gut, oder? Oh, mein Gott. Das ist nicht dein Scheiß-Ernst, Junge. Okay. Ich spring durch die Scheibe und halte mich an der Steine fest. Oh, da war ja immer noch die Kunde am MD. Scheiße. Wir wollen aber feiern. Wo will der Waschmaschine nölen? Äh, äh, nach dem Loli. Äh, 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 wo sind wir hier? Auf dem Remix-Konzert? Loli. Da war doch was. I have nobody for my own. Warte, warte, noch ein. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. No more. Boah, hätten wir mal Freunde. Was ist denn jetzt los? Pinsel auf, den im Schritt zu greifen. Wer hat da wehen, Alter? Du musst leiden, Willi. Leiden. Aber geh weg. Lauf. Oh Gott. Oh, nee? Ja? Liebe dich. Baby, schliebe dich. Baby, schliebe dich. Baby, schliebe dich. Baby, schliebe dich. Warum hast du da? Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Ich träumt, ich hab uns lang nicht mehr gesehen. Eminem. Wo sind wir? Ich werd mal zu dir rübergehen. In der Taco-Bombe. Alles, was ich an dir mag. Oh, Willi, halt deine Schnauze. Okay. Ganzes Bustink stinkt nach Hagel, Alter, wegen dir. Was? Nach Hagel? Ich muss durch den Monzoom. Oh, Loli Gentleman. Ich weiß das selber auch schon nicht mehr. Loli Gentleman. Ich bin nicht eigentlich hergekommen. Da, Twinkie. Fahr da auf. Oder geh da nach Hause. Oder geh da nach Hause. Ich würde am liebsten, um ehrlich zu sein. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Wer lacht da wie eine Hexe? Boah, ich hab die Schnauze so voll. Ich hab waschen. Ich spuck mir den Nacken. Halt auf, keinen zu streiten. Ja, Ray, hast du mal den Boot stehen lassen? Au. Oh mein Gott. Sorry, ich wollte den so dann watschen. Die hätten trotzdem eine Stunde gebraucht, bis sie beim Unfall nicht werden. Na ja, mach mal morgen. Du hast... Was war das denn? Wie viele Kilometer hat die dich gefahren? 17. Ja, komm, ich kann nicht bei dir schlafen. Passt. Du hast lang gewartet. Nee. Manchmal ist ich am Haus. Gibst du mit dem Nächsten wieder einen Kuchen raus. Hast mich Decken gesehen? Ja. Okay, Ray, danke, ne? Mach mal ein Fortnite-Dance. Bis dann. Tschö. Ah, warte, ich mach mal das Endlauf. Tschüss, schön. Oh Gott. Von Danny. Haltet die Luft an, sonst kommen wir den Berg nicht hoch da. Nee, wir haben Anlauf, wir haben einen guten Anlauf. Okay. Ich fahr die großen Pötter. Ja, haben Sie auch die Patente? Ja. A, B, C und die 6. Oh, Willi, guck mal da, hat deine Familie auf dem Bild. Aber ganz links. Nee, kann ja nicht sein. Oh mein Gott. Kann gar nicht sein. Das war in dem Stüsseldorfer. Oh Gott. So, jetzt wieder. Los, hüpfen nach vorne. Hier. Achso, wir müssen ja hier. Stopp. Ich weiß nicht mal, ob die Schweine überhaupt da sind. Ja, der kann ein bisschen laufen. Ja, die Tür geht auf. Da kommt keiner raus. Das ist Kunden-Service. Guck mal, wo er hinhüpft. Oh, der kommt wieder rein. Na klar. Ja, mach das. Hallo. Hast du was vergessen? Portemonnaie? Ja, Moment, mein Handy. Er hat sein Cockring liegen lassen. Wieso hat der denn überhaupt da? Oh Gott. Er hat da was rumgespielt. Keine Sorge, warte mal. Der hat ja ne Schnur dran, der benutzt jetzt Jojo. Oh, der darf ja auch umsonst fahren, ne? Ja. Oh nee, warum haben wir den mit? Ich muss nach Hause, leider. Warum? Ist doch erst halb acht. Was? Ich bin müde. Ihr wird nicht geschlafen. Ja. Doch, guck mal, da ist so ne Tonne. Genau so voll hier. Wo gehst du hin? In die Tonne hier. Genau. Hör auf. Oh, war nur ein Gag. Oh, das war Klingonen, schnell gesagt, wir sind sein Bestes. Ne, das ist mein Whatsapp-Nachrichtenton. Boah, was heißt das? Ja? Trinkert. Ja, ich... Lütven. Die sind noch nicht auf. Nee, die sind noch nicht auf. Nee. Das ist der einzige Hansel da, der ist gerade weggefahren. Ja, pass auf, dann fahr mal schnell zum MD, dann fährt der Washington Kundschaft mit. Ja. Ach nee. Ich hab Zeit, ich bin verbeamtet. Ja. Aber ich nicht. Du boah. Wenn der überhaupt noch da ist, der könnte. Morgen hab ich Ausgangssperre, wenn der nicht weitergeht. Morgen kommt Desperate Southwives. Ja. Dann ziehen wir uns wieder rein da und fummeln. Oh, ja. Guck mal, da hat sie Spaß. Ja. Dann wird sie ganz nervös und schüchtern. Und sonst so? Dann zieh ich wieder den Bomber-Suit an. Ach nee, wir waren nicht schon per du, ne? Oh Gott. Ja. Ja. Ich bin der Willi. Hallo, ja. Mir ist glücklich. Ich hoffe selber auch. Mir ist glücklich, ja. Mir auch. Ach Twinkie. Gibt kein Deja Vu. Aber gibt Rundevu. Mit Peanut Black. Wobei, eine Kleinigkeit fehlt noch zum richtig glücklich sein. Ja. Entschuldigung im Kopf. Äh, ne. Einmal noch müsste ich das erleben, dass der FC Deutsche Meister wird. Wieso ist denn nackt? Ist das der Kunde? Ich weiß es ja nicht. Hallo? Taxi-Kunde? Sind Sie auf Crack? Ich bin, äh, Taxi, ja? Ja. Ja, dann spring rein. Ja, wir sind Taxi. Ja, wir sind Taxi. Kannst mal hupen? Komm rein. Ja, irgendwie will ich mich grad nicht bewegen. Du musst auf den M-Knapp drücken. Drück auf den M-Knapp, der ist über dem E. Push von rechts. Kannst du dich bewegen? Will der auch noch? Hallo, junger Mann, wollen Sie auch ein Taxi? Oh, nee. Ach, nee. Wie? Ein Tourbus? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Wir gehen schärfen. Sei nicht so unhöflich. Ja, frag den doch noch, wenn wir grad schon mal hier sind. Nee, gar nicht. Brauchen Sie ein Taxi? Komm, hör auf. Och, ich hause euch wirklich so sehr. Braucht ihr jetzt ein Taxi? Mein Platz ist belegt. Komm, sag rein, wir suchen dein Ziel aus. Was, Nilo, schon wieder Polizeieinsatz? Hilfe. Hey, du, kannst mich mal verboxen? Das klingt nix mehr. Also wollen Sie mir die Stadt nicht zeigen. Ähm, wir können nicht. Oh mein Gott. Was machen die da? Wieso stehen die da? Haben Sie doch keine Lust mehr mitzufahren? Hilfe. 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 Warte, komm. Oh, ich bin so, wie du klarkommst. Warte. Ich bin so, wie du klarkommst. Hast du jetzt nicht gemacht, ne? Wo muss der Kunde denn hin, Jungemann? Gelähmt. Wo möchten sie hin? Ohin. Hallo? Oh? Ja. Ja, wo willst du hin? Äh, zu Grove Street. Oh, ja stimmt, da war ja was, zu Grove Street. Genau. Sie waren, ja. Oh mein Gott. Oh, du Scheiße, wie waren die denn alle hier? Wo ist denn das? Ähm, im Süden, Southside, Grove Street. Oh, oh, Schutzwesten anziehen. Wo denn da? Ich kann das Navi von hier hinten nicht bedienen. Zur Tankstelle am besten. Ja, da gibt es ein paar Tankstellen. An der Grove Street, Southside, unter dem Autohändler. Unter den Autohändler. Unter, ja hier. Unter dem Autohändler in der zweiten Straße. So, mal gucken, wir müssen ja jetzt nochmal an den Pinsel vorbei. Pinsel rufen dich ab. Ja, wir holen dich ab. Ich, ich hänge hier immer noch. Du hängst da immer noch fest. Jetzt schau dir mal da rein. Blink dich mal raus. Ja. Du nützt Eisblock. Nö, ich guck mal das Haus an mit meinem neuen Freund. Oh Gott. Hallo. Ria? Ria? Hallo. Er hat eine Gänstchen. Was gibt? Entschuldigung, der Typ, der sitzt auf meinem Platz. Oh, mein Kopf platzt, Alter. Der andere. Schreibe mal alle kurz aus. Und dann wieder ein. Ja. Geil, ne? Geh mal weg hier. Warte, ich schau dir mal rein. Oh Gott. Oh Gott, der hat den getasert. Was hat, nein, der hat den V8-Batterie am Kopf geworfen. Wollt schicken den Ronny. Ah, danke schön, das ist ja nett. Ja, man hilft, wenn man kann. Ich bin übrigens Patient, ich habe Herzmus-Gerhythmusstörungen. Oh, das riecht nach Küchen. Wir sind gerade unterwegs noch. Wir haben Kunden, wo es muss abgeholt werden? Wo könnte man frei sein? Also, ich wollte es nur sagen. Ähm, ich würde gehen einsteigen. Ich muss aber ein Schlaufe machen. Boah, Pensel, du gehst mir so auf den Müssen, ne? Ja, das ist schön, das ist schön. Oh, wenn ihr heute noch... Okay, dann arbeiten wir wahrscheinlich demnächst da drüben. Es ist zu, du hast zugemacht. Jetzt kriegen die wieder Ärger. Warte mal, ich... Sie können uns nix, sie können uns nix. Warum, können wir auch nicht nix. Ja, genau, wir haben... Man, der Herr Washington hier sind, der hat uns befohlen, hier hinzufahren. Ach, eh, geschafft. Ihr seid immer noch für das Fahrzeug verantwortlich. Wenn er ein bisschen wenig... Hey, Washington, wir sind nicht mit Schnur. Wenn er so ein bisschen an der Seite gepacht hätte, wäre das alles zugewinnt. Ja, das Problem ist... Alles gut, wir können jetzt weiter. Okay. Das war ein Mann, der hatte irgendwie einen Schlaganfall. Wie auf Klassenfahrt früher. Ich hatte einen Schlaganfall. Warte, schon mal da auch nie. Ja, genau. Ja, ich hatte... Es geht abfahrt, hau rein, Alter. Ciao, Sheriff. Ich finde, deine Frisur passt auch nix im Bad, Wirdmann. Wird mir was, ich glaube, der Typ steht da, weil er sich nicht bewegen kann, ne? Sag dir, Wirdmann. Doch, pass auf, der fährt jetzt hinterher wetten. Ist mir scheißegal, jetzt wirklich. Kein Bock mehr. Hörst du, rote Haar, brauner Bart. Wo will der eigentlich der oben ohne Gast hin? Zu Grove Street. Der wird zu Grove Street drin, danke. Ja, ja, alles gut. Entschuldigung, ist heute alles ein bisschen durcheinander. Oh, ja, hab ich schon so halb mitbekommen, aber... Sollen wir Ihnen was singen? Nee. Also, ich würd gern was hören. Ja, der Herr Washington stimmt an. Nee. Wären Sie zufällig polizeilich gesucht? Nur, ist reine Routinefrage. Ja. Wir sind alles Taxifahrer, keine Angst. Bitte, den PX-Verweis schmeißen am Fenster. Nein, gibts mir. Ich hab auch zwei Sportsigaretten bei. Hey, bist du ja weiß, ich hab heute was geklaut. Im Taxi hat jemand seine Schaufel in Spind gelegt. Da ich erst mal verkaufe 50 Tacken. Danke, Ronny, das war meine. So, hier zur Tankstelle. Genau, hier zur Tankstelle. Wollen Sie sich bewerben? Ja, pass auf. Wollen Sie sich bewerben? Gott, guck mal, da sitzen sie, die Assis. Einmal aussteigen. Kurtig. Uns geht heute noch. Auch da hinten ist er, natürlich. Trinkys, sei bloß vorsichtig. Ja, ja, die können mich alle mal hier. Gott. So, ich sag Ihnen, wie viel das macht. Ja. Das waren zwei Meilen. Und das macht für Sie 1045 Dollar, aber Trinkgeld ist fliech. Aber Trinkgeld ist fliech. Ja. Der Nackttarif war 2000. Oh ja, den finde ich gut. Ja, aber das sind 1045, mein Freund. Ja, die kann ich zahlen. Ey, dreh dich nach vorne, Ronny. Hier hinten sitzt du nicht cool. So viele Leute, die kommen nicht mehr. Also, Verstande. Ronny. Oh, ich warte auch mein ganzes Leben. Kannst du eigentlich mittlerweile mein Kölnchen zünderbrechen? Ja, auf guten Rutsch. Canariefüllsch ist zünderwisch, ist zünderwisch. Ne, will ich nicht ihn auch mal weg. Ne, ist aber der ist gut, wenn du den kannst, ne? Dann kommst du auf die Blutwurschroute. Bye, have a great time. Husky, die wilde Fahrt. Hat dir jetzt kein Trinkgeld gegeben? Und ich sag, hey. Wir fahren nie wieder die Assoziation. Der Sonne hinterher. Oh, Hashi, hallo. Hallo, ich will feiern. Wir fahren jetzt zum Taxi auf, Kosti, wir machen Feierabend. Hashi, komm auf dein Telefon. Ich hab dir eine SMS geschickt. Ja. Ja. Ich will hier langsam eine Stimme. Hast du gar nicht. Hast du gekriegt? Ich weiß sie gar nicht. Nein, weil ich muss mein Handy erst anmachen. Oh, Twinkie. Entschuldigung. Ah ja. Das muss auch mal sein. Ach, den Punkt schreit zu Hause. Oh, nee. Ja? Ich hab nix bekommen. Hast du waschi? Ach, waschi. Ich hab Willi verstanden. Nee. Aber ich muss da auch dringend pennen. Ah ja, hol nicht rum. Ja, ich weiß. Er ist halb acht. Warte, bist du da eine Uhr stecken geblieben? Ja, wenn mal halb acht. Ach so. Du redest mir ein, dass du nicht spätest. Oh Gott, komm mal hier. Sollen wir den Fest nehmen, Washington? Ja, ist glaub ich besser. Soll ich mich drum kümmern? Ich nimm den fest. Wollt ihr hin? Einfach aufs Gesicht setzen. Er ist verschwunden. Da ist er. Stehenbleiben, Polizei. Polizei. Stehenbleiben. Was? Ihr Kriminal. Wir sind so eilig unterwegs. Ich bin noch gar nicht eilig. Ja, doch. Und bist du betrunken, glaub ich auch. Wenn du noch ein Foto machst, glaub mir, ich zieh dich aus der Karre raus. Nee. Schließ ab. 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 Ich hab Angst. Schließ ab. Du bist mir egal. Was machst du jetzt? Oh oh. Ich geh schon mal in meinen Funk rein. Warte mal. Ich zieh meine Knarre. Ich hab mein Schlagring dabei. Twinkie, du Arsch. Mach Antäuschungsmanöver. Wir werden umgebracht. Ach was, wir wissen nicht, wo wir hinwollen. Fahr zum Taxi. Oh mein Gott, ich guck im Rückspiegel. Die driften nicht gut. Wir sind stärker. Passiert euch. Oh nein, Ronny. Oh Mann, warum hast du denn alle mich? Was hab ich euch denn schon wieder gedacht? Das fragst du dich noch? Los, zieh ab oder ich steig bei euch ein. Wir machen jetzt Feierabend. Ich hab kein Bock mehr. Ja, Feierabend. Ach, scheiße, wir müssen ja drüben warten. Oh Mann, was machen die denn da? Die Hutten. Sonntagfahrer. Kannst du mich kurz rauslassen? Oh, pass auf, das ist der Scherriff. Hallo? Danke. Boah, ich hab gedacht, die denn abgekleidet. Du, Kinder, sie ist schicht im Schaf. Oh oh, die kommen. Egal, die Schlange zum Mus. Hol schon mal meine Knarre raus. Krieg gleich eine Kugel in den Korb. Wir sind so sehr asozial. Ist das geil. Na komm schnell her. Warte mal. Hast du Funkfeuer gegeben? Wollte der Herr Washington nicht zum Loli? Da waren wir ja schon. Jetzt bist du quasi wieder da, wo du... Ja, ach. Ja. An den Rettoron. Drück mich. Ja, das ist super. Die scheiß Asozial. Ich weiß nicht, Willi, willst du noch weitermachen? Guten Nacht. Oder wie oder was? Ja, ja, ich fahr... Kannst du im Taxi? Ja, dann soll ich dir den Schlüssel geben? Ja, ich muss... Ich hab einen Schlüssel für den Wagen. Aber gib mir den in den... Ja, Pinky. Oh Gott. In den Kasten. Das wäre lieb. Hier, bitte schön. Ja, nicht dafür. Hast du eingepackt? Ja, 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 ja. Oh Gott. Okay, ich muss dringend. Ich wünsche euch... Haut rein. Ja, ich wünsche Spaß. Vielen Dank für die Fahrt. Bye, bye. Wiederschauen. Und alle gehen in die selbe Richtung. Wir haben hier ein Faktschbeckschnittchen. Ach so, wo denn? Ach da. Da steht noch irgendwo in Fahrt. Guck uns das Auto an. Nee, ach, ich lauf irgendwo rüber, danke. Wir sind NRW. Neureiche Wichser. Aber das war gut. Du bist verrückt, Trinky. Ja. Ich hatte schon die Knarre auf dem Schoß. Ich hatte schon die Schnauze voll, wirklich. Oh Mann, Willi. Aber woher wusste der Sheriff, dass sie hier sind? Hat der so Funk gedrückt die ganze Zeit, ne? Äh, hier Washington hat doch irgendwas gemacht. Oder hat der durchgefunkt? Ja, ja, der sagte doch schon irgendwas von wo. 200.000, Avinci. Ein Pinsel pengt in ein Taxi jetzt. Alles klar. Super Auto, ne? Super Auto. Ja, wirklich toll. Tolles Auto. Großartig. Schön, schön. Fährt gut, fährt gut. Ja? Ja, mach ich. Fährt so viel, viel besser. Oh mein Gott, Hilfe. Fahr, fahr, fahr. Nein, bitte nicht. Oh, was ist denn nun? Manni, was von uns? Oh nee. Zum Glück. Das hätte jetzt auch noch gefehlt. Ich habe nämlich zwei Sportszigaretten dabei. Für heute Abend. Für mich mit dir berauschen. Geil. Ich wette, die suchen die Gangster. Denk an den Roller da vorne. Ja. Ja, der kann da auch noch eine Nacht länger stehen. Ich habe jetzt keinen Bock. Ja, ist okay. Ja, was? Ja, nichts was. Was, was? Wie redest du mit mir, Speckschnute? Wie redest du mit mir? Nee, wie redest du mit mir? Ja, kräg nicht so. Halt deine dumme Fresse. Du darfst nicht so böse zu mir sein. So darf ich. Nein. So darf ich. Nein, steht im Ehevertrag. Nee. Gar nichts steht da. Doch, tu es. Mein Gott. Du ruhr nun. Das wird wohl halt nichts mehr mit dir reden. Halt die Klappe, wenn ich rede. Ach, komm. Boah, ich habe solchen Hunger. Ich muss gleich mit dir selber reden. Aber, pull den Teilchen. Nee. Wir wollen links. Und dann kommen sie mir so. Das war doch links, Mann. Das ist rechts. Hauptsache nicht wieder anmeckern. Das ist so zickig. Wenn es für dich falsch war. Mein Gott. Park vernünftig. In Ruhe. Ich fasse dich. Ja, okay. Nein, ich park. Geh rein. Komm. Nee, ich park jetzt. Oh, du gehst mir so weit. Wasch deine Hake. Aua. Mann, das ist ein neues Auto, Twinkie. Ja. Ich dachte, du willst schlafen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Oh, kommst du einfach nicht raus? Nee. Ja, schade. Fick dich. Willst du dich nicht entschuldigen für gerade? Warum? Ich hab doch nichts getan. Doch, der Ton. Was für einen Ton, Amanda? Der Ton, den du an... Mann, ich klappe jetzt pack vernünftig. Nee, so gar nicht. Ich drehe durch, bitte. Mein Körper zittert. Ich hab Hunger. Du brauchst mich gar nicht an diesen Ton gewöhnen, mein Freund. Ja, tut mir leid, Sir. Gut. Du krass. Ja, weiß ich auch. Ich will noch ein bisschen allein für mich sein. Oh, ich auch. Ja. Gute Nacht. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ich bin schnitt hier. Miss you. Ich so, ich so. Nein, das war kein Unfall. Sorry. Oh mein Gott. Doomfox. Dankeschön noch für den Resub im 34. Ab in der Hayaboo. Wie Luke, wo war das ein Unfall? Wo war das ein Unfall? Da war doch kein Unfall. War keiner. Ich fand, das war ruhig heute. Schlaf die nicht zusammen. Doch, doch. Die lockt immer zuerst. Weil das sieht doof aus. Volle Möhre gegen den Pfeiler. Was für ein Pfeiler. Ach so. Ja, aber das weiß ich nicht, ob die das so macht oder ob das nicht ein Singfehler ist. Dann ist das hier Schiebung, Skamas. Wunderschönen guten Abend. Ich bin Dienstagmorgen. Also heute. Und morgen ist auf jeden Fall frei. Dienstagabend bin ich noch da. I, 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 I. Wo ist Költers hin und wer ist der Dude, der da labert? Du meinst, wo ist Peanut hin und wer ist der Dude, der da labert? Modern Talking zum Abschied. Nee, Mann. Chillen, chillen. Ich hab Hunger, Alter. Wer ist denn noch da? Ich denke mal, Benson und so geht Penn, ne? Sonst wird er ja nicht da rumgefahren mit uns. Nexus ist da. Fauna Batch, was? Ach so, Doomfox, ja. Ich glaub, Doomfox ist auch nur der Einzige, der hier ab und zu mal unterwegs ist, der da Dings hat. Nee, Nexus. Den Teil, der Teil ist Dings. Wow, beim Nexus geht so ein bisschen was ab. Jetzt hab ich schon, ah, fuck, Kavalier, stimmt, der hat das letzte Mal auch Dings gemacht, hab ich jetzt vergessen. Egal, mach mal beim Leser, erinnert mich dran. Benutzt du für die Stimme einen Verzerrer? Ja, tu ich, Manni, tu ich. Donnerstag bin ich wieder da, 19 Uhr. Okay? Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte Spaß. Peanut, Twinkie, Pinsel, Willi und alle anderen, das macht unheimlich Bock. Das ist unfassbar. Ja. Dankeschön für den Support. Danke. Wie heißt der Verzerrer? Clownfisch heißt der. Danke für heute. Mega coole Taxifahrt. Wir geben uns Mühe. Danke für den Support, danke für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst euch nicht anquatschen, zwei Tage ohne mich. Schön lieb sein. Naja, kein Stunk machen, wenn irgendwas sein sollte, Twitter oder Discord, immer abchecken. Gerne, gerne. Tschüss. Gute Nacht und seid lieb zum Dexus. Tschüss. Bis Dünnachstag. Bye. Have a great time. Bis Dünnachstag. Vielen Dank.